Abschnitt 14 von An heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 14 Died in the cholera hospital at Srinagar Töni jubelte das Wort wie Siegesbotschaft durch das Haus. Der Präsi sah vergnügt in das Spiel der Schneeflocken, die dicht und schwer herniederwirbelten. Da zog es doch plötzlich wie ein Seufzer durch seine Brust. Ich hätte Josi Blatter in St. Peter zurückhalten sollen. Wie er es wider Willen dachte, schritt vor dem Fenster Kaplan Johannes durch das Schneegestöber und wies ihm eine drohende Grimasse. Die plötzliche Erscheinung des Halbverrückten, der seit seiner Vertreibung einen dämonischen Hass auf ihn und Binia warf, peinigte den Präsi, ohne dass er wußte warum, wie eine Schicksalsdrohung. Es gibt aber einen Helfer in der Freude und einen Sorgenbrecher im Leid. Die trostlose Binia überraschte den Vater und Töni, die zusammen vom besten Hospeler zechten. Da stieß der schon lallende Vater sein Glas ins Leere. »Zum Wohl, Seppi Blatter, hörst du, dein Bub ist gestorben. Was willst du jetzt noch?« Er lachte hell auf. Töni, der nüchterner war, folgte dem Beispiel. »Josi Blatter, du Laushund!« »Ja, so, da ist Binia. Komm, trinke auch eins auf deinen Toten, Schatz!« »Schändet die Toten nicht!« Mit dem gellenden Ruf sprang sie zu den beiden Männern und wischte die vor ihnen stehenden Flaschen und Gläser mit leichtem Arm vom Tisch. »Josi lebt, er lebt!« bebte ihre Stimme. »Ihr könnt ihm sonst nicht zum Wohlsein trinken. Der Blitz vom Himmel würde in den Bären fahren.« »Binia, wenn du so wild bist, bist du teufelschön!« lallte Töni. Der Vater wollte über ihre Keckheit wüten, aber es ging nicht mehr wohl an. Am anderen und in den folgenden Tagen sagte er kein Wort. Er war still verdrießlich, und das war ein Zeichen, dass er sich selbst grollte. Seit Binias empörtem Ruf »Er lebt!« glaubte auch er nicht mehr, dass Josi Blatter tot sei. »Nein, der stand ja immer wieder auf, wenn er schon begraben war.« Umso stärker jedoch bekräftigte der Präsi die Todesnachricht, wenn andere Leute da rein Zweifel setzten. »Ta-ta-ta«, sagte er, »es gibt auf der Welt nichts Zuverlässigeres als die englische Post.« Unterdessen begann eine seltsame Zeit für Binia. Sie musste an ein Wort der alten törichten Susi denken. »Schlafe, schlafe, Schäfchen! Wenn du groß und ein schönes Mädchen sein wirst, kommen um dich viele Burschenfragen.« Darauf hatte sie erwidert, »ich liebe aber nur Josi.« Nun war beides in Erfüllung gegangen. Viele Freier kamen, und sie liebten nur Josi. Gegen den Vater hatte sie Gewissensbisse. Sie fühlte sich ihm heiß verpflichtet, dass er sie nicht zwingen wollte, irgendeinem jungen Manne, der ihm gerade gefiel, die Hand zu reichen. Das war ein großes Zugeständnis. Für Josi jedoch wollte sie die Liebe aller Freier ausschlagen. Darüber würde er kommen. Die Todesnachricht auf dem Brief war gewiss ein Irrtum. Der erste Freier war ein ungeschlachter Holzhändler aus dem Oberland. Als er sich mit ein paar Schoppen Hospler Mut getrunken hatte, stieß er sie mit dem Ellenbogen in die Seite. »He, Kind, luge einmal meine Geldkatze an. Was meinst, wollen wir einander heiraten?« »Ich bin halt keiner von denen, die lange Ich-Bitte- und Ich-Bete-stammeln und Küsse betteln. Dummes Zeug. Gerade recht geheiratet muss sein.« »Wenn's nur so geht, ist leicht ledig bleiben«, lachte Binia. Der Präsi war es zufrieden, dass sie den ersten, die nach ihrer Hand trachteten, Körber gab, denn es schien ihm nicht vornehm, dass ein Mädchen gleich auf einen, der ihm freundlich tut, mit offenen Armen zueilt, und er hatte den Vogel doch am liebsten im Haus. Der Gedanke, sich einmal von Binia trennen zu müssen, fiel ihm schwer. Doch in St. Peter hätte kein junger Mann so recht den Mut gehabt, der Schwiegersohn des gefürchteten Präsi zu werden. Binia allein hielt den alten freundschaftlichen Verkehr mit dem Dorfe noch aufrecht, und sie war mehr die Freundin der Armen und Gedrückten als der wohlhabenden Haushaltungen mit heiratsfähigen Söhnen. »Vater, gebt mir noch zwanzig Franken, ich habe keinen Rappen mehr«, sie wusste so drollig zu betteln. »Ich spare, und du verschwendest. Will wieder einer eine Geist kaufen?« »Ja, aber wer, sag ich dir halt nicht.« Der Präsi, der nicht geizig war, lachte und gab ihr den Betrag. Was verschlug es? Es ging ja auch viel Geld ein, und es mußte ein leidliches Verhältnis mit dem Dorf unterhalten sein. Die von St. Peter schauten beinahe teilnahmslos zu, wie die Touristen mit ihren Bergstöcken durch die Gegend klapperten. Besteigungen der Krone fanden jetzt jeden Sommer mehrere Mal, ja häufig, statt, und der Bären war ein echtes, rechtes Bergsteigerquartier geworden. Gegen den Präsi aber, der diese neue Zeit gebracht hatte, herrschte ein dumpfer Groll. Die Dörfler fühlten sich in St. Peterwien nicht mehr zu Hause, und wenn die Bauern auch viel Milch und allerlei anderes zu erhöhten Preisen in den Bären verkaufen konnten, so sprachen sie doch am liebsten von der alten Zeit, wo der Sommer in ruhigen Prächten durch das Tal gegangen war. Töni diente nicht mehr als Bergführer, er war in allen Dingen die rechte Hand des Präsi. An seiner Stelle geleiteten jetzt Führer von Serbisch und Grenseln, Leute, die gemerkt hatten, dass auch in St. Peter ein schönes Stück Geld zu verdienen sei, die Touristen auf die Berge. Mit Schrecken sah Binia die wachsende Freundschaft zwischen dem Vater und Töni. Töni war, so vornehm er sich gab, eigentlich doch ein recht gemeiner Kerl. Wenn er einen freien Augenblick hatte, stand er unten vor dem Haus bei den Führern, und unter vielem Lachen redeten sie miteinander wüste Dinge. Dann fuhr der Vater wohl mit einem Gottsstern, Donnerwetter Töni, dazwischen. Wenn er ihm aber in seiner handfesten Art das Kapitel verlesen hatte, so ging alles lange hin wieder glatt und gut. Er hatte seine Freude an dem jungen Mann, der sich gewählt wie ein Fremder kleidete, den wohlgepflegten Schnurrbart kühn in die Welt stellte und seine vielen Geschäfte mit spielender Leichtigkeit erledigte. Und wie wußte Töni dem Vater zu Willen zu sein und sich seinen Launen anzupassen, darin war er unübertrefflich. Wie eine Hornisse aber schoss er durch das Haus, wenn er in irgendeinem Gast einen Freier für Binia witterte. Und sie kamen immer zahlreicher, die Freier, aus dem Unter- und Oberland kamen die reichen Händler, die jungen Hotelbesitzer, und unter den Gästen waren nicht wenige, die für Binia schwärmten. Der Vogel aber entschlüpfte. In Binyas ganzem Wesen lag, wie in ihrem schlanken Leib, die Kraft stählerner Geschmeidigkeit und stählernen Widerstandes. Wo sie ein echtes Gefühl spürte, da lohnte sie es wohl mit einem Blick, daß der Freier meinte, er habe in seinem Leben noch nichts Süßeres gesehen. Aber durch alles, was sie tat und ließ, klang es bald schelmisch, bald traurig, seht ihr nicht, daß ich frei sein will? Was zwingt ihr mich, es euch zu sagen? Wer ihr mit zudringlichen Huldigungen zu nahe trat, den blitzte sie mit einem Blick oder einem Wort nieder, daß er sich schämte und zahm wurde wie ein kleines Maultier. Jetzt lächelte aber der Vater nicht mehr, wenn sie einen Freier zurückwies. Misstrauisch und grimmig loderte es aus seinen Augen. »Kind«, stieß er hervor, »wenn du meinst, du könntest mich narren!« und der Zorn zuckte um seine Brauen. Frau Crescens tröstete dann auf ihre Art. »Was sich zankt, das liebt sich«, meinte sie mit kühlem Lächeln. »Ihr werdet sehen, das Blatt zwischen Töni und Binia wendet sich, nur sich nicht einmischen und nicht drängen.« Dem Präsi kam eine Verbindung zwischen Töni und Binia selber nicht mehr so unsinnig vor wie damals, als er den Garten wegen des sonderbaren Gedankens ausgelacht hatte. Das Kind blieb dann doch in St. Peter. Sie zu zwingen hatte er aber das Herz nicht. Sie war ja noch so jung. Die Zeit schritt, der Tag kam, wo Eusebi und Vroni das glückliche Paar Hochzeit hielten. So ein schönes Fest hatte man in St. Peter noch kaum erlebt. Ein junger Verwandter der Gartenfamilie und Binia führten das Brautpaar. Und wie lieblich war Vroni mit der niedlichen kleinen Krone auf dem blonden Haupt. Wie hübsch der einst so hässliche Eusebi. Wie sah man es ihm an, dass das Glück den Menschen verschönt. Ans Glück dachte Binia am Morgen nach der Hochzeit. Da donnerte sie der Vater an. Hey, das Wildheuerkind ist am Ziel. Aber deinem Spiel schaue ich jetzt nicht mehr zu. Meinst du, du dürftest um den toten Rebellen noch ein paar Jahre greinen? Nichts da. Wenn du jetzt deinem Vater nach vielem Leid eine Freude bereiten willst, so zankst du dich mit Töni nicht mehr, sondern überlegst ernstlich, ob du nicht im Frieden seine Frau werden könntest. Ich habe einen schönen Plan, und daran hänge ich. Der Bären ist für unsere Gäste zu klein geworden. Ich baue drüben gegen die Main-Sessen hin ein Chalet im Berner Oberländer-Stil, das es mit seinen Balkonen ganz St. Peter überscheint. Und nun meine ich, wenn Töni Direktor und du Frau Direktor des Hotels zur Krone würdest, so wäre für dich gesorgt, und ich könnte mein Haupt ruhig niederlegen. Töni, fuhr er fort, ist aus guter Familie, er versteht das Geschäft, und ich habe ihn mit der Zeit und namentlich in diesem Jahr liebgewonnen. Er ist längsam und hört auf mich. Das Letzte sagte der Präsi mit besonderem Nachdruck. Binia sah den Vater nur noch durch Tränen. Oh, Vater, stöhnte sie, mir tun Kopf und Herz weh, baue doch lieber nicht, denke an die Leute von St. Peter, die uns jetzt schon wegen der Fremden im Bären grollen. Ho, mit denen von St. Peter nehme ich es auf, erwiderte er hart, und es blitzte so böse aus seinen Augen, dass sie verstummte. Töni zankte, wütete, schmeichelte, er weinte vor ihr, Oh, Bini, Bini, suchte er sie zu überreden, wir hätten's so schön zusammen. Töni, ich nehme den, der mich freut, aber nicht einen, der schon mit so vielen Mädchen gelaufen ist. Sie sagte es ernst und bekümmert, sie hatte eine geheime Furcht vor ihm. Doch war die Zeit da, wo Josi nach seinem Versprechen hätte zurückkehren müssen. Sie war in fieberischer Erregung, sie stand stundenlang am Fenster und schaute auf die Straße in den Herbstsonnenschein. Später schaute sie in die Schneeflocken und am strahlenden Dreikönigstag sah sie, wie die Kinder ihre Hespel mit den drei papierenden Sternen drehten und hörte ihren Ruf. Die heiligen drei Könige mit ihrem Stern, sie kommen von fern und suchen den Herrn. So hatte sie als kleines Mädchen neben Josi den Windhaspel getragen und sich innig gefreut, wenn die drei Rosen, die gewöhnlich nicht spielen wollten, liefen. Kein Brief kam an Vroni, kein Lebenszeichen von Josi, er kam nicht und kam nicht und zum Neubau fällte man das Holz. Ja, wenn ihr dummes Köpfchen nur einsehen wollte, dass Josi gestorben ist. Mit Entsetzen gestand sie es sich, sie sah sein liebesoffenes Gesicht nicht mehr so klar wie einst. Ihr war leise und langsam senke sich ein feiner Nebel zwischen ihm und ihr und sein Bild weiche in die Ferne. Sie streckte die Arme aus nach ihm. Josi, zeige mir deine schwieligen Hände, ich kann sie mir nicht mehr so recht vorstellen. Josi, lache mit deinem trockenen und doch so herzinnigen Lachen, es klingt mir nicht mehr deutlich im Ohr. Mutter, Mutter, hilf mir, dass ich nicht wanke. Und ein Wunder geschah. Für viele Wochen gab Tönigrieg manchmal sein wildes, eifersüchtiges Drängen auf. Er schwieg, nur in seinen Augen lag etwas Unerklärliches, etwas wie Hass und Drohung. Er war nicht mehr der schöne Tönig, der lustige Tönig, er war ein reizbarer, übellauniger Herr mit einem aufgedunsenen, rötlichen Gesicht. Sobald der Vater aus dem Haus gegangen war, wurde er nachlässig und grob, er kam alle paar Augenblicke aus der Poststube und schenkte sich Wein ein. Ein paar Mal fanden Frau Kresenz oder Binia auch in der Ablage geleerte Flaschen, und auf ihre Vorhalte grollte er. Was hat das Weibervolk im Büro zu tun? Was geht euch die Poststube an? Binia aber liebte die Post, besonders das Telegrafieren. So viel als möglich besorgte sie mit flinken Fingern die Depeschen selbst. Das ist langweilig, sagte sie vorwurfsvoll, dass du immer die Schlüssel ziehst. Früher wusste ich alles, was auf der Post ging. Hast du so eine Lumpenordnung, dass man nicht mehr hineinsehen darf? Eben, gerade Ordnung habe ich, du Wildkatze, höhnte er. Dann mache doch die Sendungen bereit, die noch liegen. Ich gehe jetzt Revolver schießen, trotzte er. Wozu brauchst du einen Revolver? Er ist für solche, die nach St. Peter kommen, aber nicht her gehören, lachte er seltsam. Binia kam ein fürchterlicher Verdacht, aber sie wagte ihn kaum zu denken. Nein, so bodenlos schlecht ist Töni doch nicht, beruhigte sie sich selbst. Im Übrigen schoss er, wenn er ausging, nicht immer mit dem Revolver, sondern saß ebenso häufig im Wirtschaftchen des Glottermüllers oder bei irgendeinem hübschen Mädchen. Frau Kresens und Binia, Gäste und Dorf sahen es. Der schöne Töni, der lustige Töni, hatte einen Wurm. Die einen sagten im Kopf, die anderen im Leib. Zuletzt sah es auch der Prisi. Töni, du gefällst mir nicht mehr, weiß der Kuckuck, was du hast und was mit dir ist. Ich meine, man sollte jetzt einmal bauen. Das Holz liegt schon lange genug, gab Töni mürrisch zurück. Natürlich, wir bauen jetzt, antwortete der Prisi fest. Als man den ersten Spatenstich führte, rief er Binia auf seine Stube. Er streifte sie mit forschendem, sorgenvollem Blick. Dann hob er an. Binia, du verlobst dich jetzt mit Töni. Spätestens im Frühjahr heiratet ihr. Ich habe dir Zeit gegeben, eine Wahl nach deinem Sinn zu treffen. Du hast sie verwirkt. Jetzt befehle ich dir. Binia stand totenblaß. Mutlos und verschüchtert wagte sie keinen Widerspruch. Man baute, aber im schlechtesten Zeichen. Die Werkleute brachten die Krone nicht vorwärts. Als hätte Gott selbst einen Zorn darauf, regnete und wetterte es im Glottertal den ganzen Sommer durch, und der Prisi eilte in hundert Nöten zwischen dem Bären und der Baustelle hin und her. Zum ersten Mal seit Fremde nach St. Peter kamen, fühlte sich der Bären nicht, und er wünschte das Trüpplein von Sommerfrischlern, das da war, wieder nach Hospel zurück und weiter. Herr Präsident, fragten sie Tag um Tag und jede Stunde, glauben Sie, wir bekommen bald schöneres Wetter? Ich weiß es nicht, in hundert Jahren kann der Sommer ja auch im Glottertal einmal herzlich schlecht sein. Mit verhaltener Wut sagte er es, die Maulaffen, wer litt mehr unter dem schlechten Wetter als er? Und zum ersten Mal waren die Fremden mit dem Bären nicht zufrieden. Der Herr Präsident ist mürrisch, klagten sie, Herr Grieg, der früher so jovial war, unaufmerksam und grob, Frau Kresens lächelt so seelenlos wie ein Automat und Binia, die alpige Rose, hat alle Schelmerei verloren oder dann zuckt sie so heftig und seltsam heraus, dass es wie ein Lachen im Fieber ist. Die Freier blieben aus, nur einer wandte sich noch an sie, ein junger, stiller Gelehrter. Er hatte ihr die paar Blumen gebracht, die trotz dem schlechten Wetter an den Bergen gewachsen waren, aber sonst eine große Zurückhaltung gegen sie beobachtet. Am Abend, bevor er abreiste erst, nahm er ihre Hand. »Fräulein Waldisch, Binia«, sagte er tief bewegt, »diese Hand ist zu klein und zu mollig für ihr raues Bergtal. Kommen Sie mit mir in die Stadt. Ich liebe Sie. Werden Sie meine Braut, meine herzliebe Frau.« Es war so ein gediegener Mann und redete so warm. Binia wurde dunkelrot und ihre Hand zitterte. »Herr Doktor«, sie senkte das Köpfchen, »ich passe nicht in die Stadt. Ich kann ja kaum recht lesen und schreiben und bin ein schlichtes Bergkind.« Da drang er heiß in sie. »Oh, Binia, für mich ist das genug. Ich bin selbst ein einfacher Mann. Was Sie an Wissen nicht haben, das ersetzen Sie mir hundertmal mit Ihrer sonnigen Natürlichkeit, mit Ihrem klugen Auge, mit der Wärme Ihres Gemütes. Ich habe eine liebe alte Mutter daheim. Sie ist auch schlicht und kann keine überbildete Tochter brauchen.« Bei dem Wort »Mutter« begann Binia zu schluchzen. »Eine Mutter, in ihrem Leben noch einmal eine Mutter.« Das war ein stürmischer Angriff. Die oberflächlichen Leute meinen, fuhr der junge Mann fort, sie seien nur ein überaus gescheites, allerliebstes Naturkind. Aber ich will es Ihnen sagen, Sie sind ein großes, liebeheischendes, heißes Herz. Und wenn ich Sie verstanden habe, wenn Sie es sind, Binia, so gehen Sie um Ihres eigenen Glückswillen nicht kalt an mir vorbei. Darf ich mit dem Herrn Präsidenten reden?« Wie die Männerstimme zitterte. »Nein, nein, Herr Doktor, nein«, erwiderte sie angstvoll. »Ich ehre Sie. Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Ich bin verlobt.« Da ging der junge Mann in tiefer Trauer. Er schrieb ihr aber später, »Ich weiß, was ich verloren habe, Sie Einzige. Tausend, tausendmal Glück.« Über diesen Brief weinte sie bitterlich. Sie wußte es, sie hätte froh werden können mit dem Manne, und seine Hand wäre Rettung vor Tönigrieg gewesen. Wozu diese wahnsinnige Treue für Josi »Das fünfte Jahr erfüllte sich jetzt bald, dass er fortgegangen war.« Tiefen Kummer bereitete ihr die durch das schlechte Sommerwetter entstandene Stimmung im Dorf. Wenn man nur mit dem Vater reden, ihn warnen dürfte, aber er ist wie ein Pulverfass, man darf nicht an ihm rühren. Alles muss sich vor ihm drücken. Tönig, Frau Kresenz, am meisten Sie selbst. »Bini«, donnert er Sie an, »Gottshagel, ich mache das Wetter nicht. Lasse mich mit den Kälbern im Dorf in Ruh.« »Binja«, sagten die von St. Peter, »Ihr seid ja lieb und gut, aber wir wollen nichts aus dem Bären, es klebt Unglück daran.« Und einige Weiber erklärten es frei heraus, »Kommt uns nicht mehr ins Haus, wenn ihr schon so lieb lächeln und reden könnt. Mit euren dunklen Augen seid ihr doch eine Hexe, und der Bären ist das Unglück von St. Peter.« Eine furchtbare Zeit war gekommen. Immer lagen Nebel an den Bergen. Wenn die Sonne am Morgen auch ein wenig schien, so donnerten am Nachmittag doch wieder die Gewitter, und wenn sich die Wolken ein wenig lichteten, sah man neue Runsen an den Bergen. Die oberen Alpen wurden spät schneefrei. Ehe das Gras gewachsen war, deckte sie schon wieder Schnee. Ein früher Reif vernichtete die Ernte, und am Glottergrat rückte der Gletscher vor. Die Wildleutlaue rüstete sich. Not herrschte bei Menschen und Vieh. Ein Angstgefühl legte sich über das Dorf, als dürfe es nie mehr auf bessere Zeiten hoffen, und der grässliche Kaplan Johannes, der wieder von Fekunden heraufgekommen war, verließ St. Peter nicht mehr. Binia wußte es, dieser Wahnsinnige lebte fast nur von dem Hass gegen den Vater, der ihn vor Jahren hatte aus der Gemeinde treiben lassen. Er wühlte und hetzte im Dorf mit den dunkelsten Künsten des Aberglaubens. Entsetzlicher noch, der böse Narr hatte seine Begierde auf sie geworfen. Sie fürchtete ihn wie die Taube den Habicht, seit er ihr letzt hinzugerufen, »Jungfer, merkt ihr, wie mein Korn reif wird?« zitterte sie vor ihm und ahnte schwere Ereignisse. Gewiss trieb der dämonische Kaplan, die von St. Peter zu einer törichten Tat, um in einer Stunde der Verwirrung seine düstere Seele an den Bildern erfüllter Rache zu ergötzen. Ein ungeheuer peinlicher Vorfall, von dem zum Glück der Vater selbst nichts erfuhr, trat dazu. Eine fremde, vornehme Dame, die mit ihrem Hund hergekommen war, verlangte, dass man das Tier wie einen Gast bediene. Töni, der Tor, der sich in das Gesicht der Dame vergaffte, gab es zu, allerdings nur in einem besonderen Zimmer. Die Mägde hatten zu dem Hund »Guten Tag, Herr Walo« zu sagen, wenn er auf den Stuhl sprang, ihm ein weißes Tuch vorzubinden und dann je auf besonderem Teller fünf Gerichte vorzulegen, zuletzt wie zu einem Gast zu sprechen, wünschen wohl gespeist zu haben, Herr Walo, und die Dame überwachte die Bedienung ihres Viehs. Mit flammendem Gesicht schaffte Bien ja Ordnung, aber die Mägde schwatzten und nun lief die Geschichte im Dorf. Jetzt, wo wir und unser Vieh Mangel leiden, staunten die Leute entsetzt. Kaplan Johannes trug die Erzählung von Haus zu Haus. »Merkt ihr«, fragte er, »aus dem Wetter nichts?« »Geht nach Hospel, dort sind sie froh über den Regen, der dann und wann fällt. Merkt ihr nichts?« »Wohl, wohl«, erwiderten die Dörfler, »die armen Seelen wollen die todsündige Völlerei im Bären nicht, sie wollen den Neubau nicht, die Zwingburg, die uns hudlich machen soll. In den fürchterlichen Wettern geben sie uns ihre Zeichen.« »Wir sind ja schon hudlich«, antworteten andere ingrimmig. »Die drei kleinsten Belsis stehen am Weg und strecken den Fremden die Hände um Almosen hin. Die Haushaltung hat nichts zu beißen und zu brechen, und noch viele müssen vor Elend auch zu betteln anfangen. Das ist das Werk des Präsi.« Der Garde mahnte zur Ruhe, der Pfarrer predigte gegen den Aberglauben und wies seiner Herde in Chroniken nach, dass es auch früher schon so schlimme Jahre gegeben habe. Die Dörfler aber schrien ihm zu. »Pfarrer, ihr hütet die heilige Religion nicht, wisst ihr es nicht, der Präsi will in dem Neubau heimlich eine Kapelle für die Ungläubigen einrichten, wie eine zu Grenzeln steht, und wenn ihr nicht helft, müssen wir selbst Ordnung schaffen. Wir sind nicht gewalttätig, und den Fremden wollen wir nichts tun, aber wenigstens den Neubau dulden wir nicht.« »Man muss mit dem Präsi in Güte reden,« meinten einige Ruhige, wie der Fenken und der Bockje Älpler. »Wenn wir das tun,« erwiderten aber die anderen, »sind wir verloren. Er ist ein alter Fuchs, er weiß schon, wie er zu sprechen hat, dass keiner von uns mehr etwas sagen kann.« Der Glottermüller hatte mit seinem Wirtschaftchen gute Zeiten, aber auch in den eigenen Stuben sammelten sich da und dort die Dörfler. »Wir müssen es hinter den Garten stecken,« meinten sie, »er kommt dem Präsi am ehesten bei. Der Glottermüller muss mit ihm gehen, der Kaplan Johannes auch.« Der Garde seufzte, als Bauer um Bauer in seine Wohnung kam und ihm zuredete, dass er Vermittler zwischen der Gemeinde und dem Präsi werde. »Ich bin nicht mehr sein Freund,« erklärte er. »Aber ihr seid der Garde,« drangen sie in ihn. »Dann gehe ich allein,« sagte er. »Nein, wenigstens einer muss mit,« erwiderten sie, damit der Präsi spürt, dass es ernst gilt. Nach gewaltigem Sträuben fügte sich der Garde in den sauren Gang und da rein, dass der Glottermüller ihn begleite. Es war im Herbst und nach vielen Wochen der Verdüsterung stand der Himmel in reinem Blau. Nur hingen an der Krone so drohende Wächten, wie man sie niemals zuvor gesehen. Durch das Dorf flog es von Mund zu Mund. »Schaut, seit die Fremden fort sind, ist der Himmel uns wieder wohlgesinnt.« Würdig empfing der Präsi die beiden Abgesandten von St. Peter. »Würdevoll wie ein König,« antwortete er ihnen. sich mit der Hand auf sein Pult stützend. »Ihr Männer von St. Peter, meint ihr, dass ich die Gemeinde weniger lieb habe als ihr? Aber in einer törichten Sache lasse ich mich nicht von euch zwingen. Wir sind alle freie Männer. Wir beugen uns vor nichts als vor den Überlieferungen unserer Väter und den Gesetzen des Landes. Überlieferung und Gesetz ist aber, dass jeder bei uns frei bauen darf, wie er will. Ich habe kein minderes Recht als ihr. Der Bären und die Krone stehen unter dem Schutz des Gesetzes, der das Eigentum heiligt. Wer daran rührt, ist dem Gericht verfallen. Nicht anders ist es mit den Fremden, die ins Tal kommen. Sie sind nicht, wie er meint, vogelfrei. Sie stehen unter dem Schirm mächtiger Verträge. Wehe dem, der die verletzt. Und also habe ich eine gerechte Sache, wenn ich ein neues Haus aufschließe und Gäste da reinführe und ich will es euch beweisen, dass ich eurem ungerechten Verlangen nicht nachkomme. Töni, Binia! Präsi, seid barmherzig, bat der Garde, sonst gerät die Gemeinde ins Unglück. Was ihr sagt, ist wohl wahr, aber es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Scheu kam Binia geschlichen. Sie konnte den Garten fast nicht ansehen. Töni aber erschien wie ein großer Herr. Töni Grieg und Binia Waldisch wandte sich der Präsi stolz und feierlich an die beiden. Vor der Gemeinde St. Peter verlobe ich euch, auf dass ihr in Frieden und Glück das neu erbaute Haus zur Krone führt. Binia, hole mir Bissen und Wein, dass ich sie euch reiche. Sie zitterte, Wie im Verscheiden sagte sie, Nein, ich kann nicht, Vater. Da wurde er kreideweiß. Du Elende knirschte er mit einem entsetzlichen Blick der Wut. Vor der Gemeinde machst du mich zu Schanden, möge Gott dich dafür schlagen. Der Glottermüller verlor seine Haltung und quiekte mit seiner hohen Weiberstimme, Das ist ja abscheulich, ich gehe, lebt wohl. Ja, bebte die Stimme des Präsi, sagt es dem Dorfe nur, was für eine Ungeratene ich zum Kinde habe. Da nahm der Garde die Hand des Präsi und mit Tränen in den Augen sprach er, Gewalttat auf Gewalttat, Sünde auf Sünde, Präsi, alter Freund, muss ich es wirklich erleben, dass ihr euch selbst, euer Kind, euer Haus, das ganze Dorf zusammenschlagt. Was, alter Freund, erwiderte der Bärenwirt kalt und hohnvoll, einer, der es mit den Kälbern hält, ein Tropf, seid ihr, Garde. Alte Männer schlagen sich nicht, ihr schlagt euch selbst. Der Garde keuchte es, er ging und in einer Ecke lag Binia, das Häuflein Unglück. Am anderen Tag aber flog die Kunde von Mund zu Mund, nun hat sich Binia doch mit Tönigrieg verlobt. Schreckliche Gerüchte waren im Umlauf. Drei Stunden sei der Präsi auf dem Boden gelegen und habe mit Armen und Beinen ausgeschlagen. Ich kann nicht mehr leben, mein Kind hat mich vor der Gemeinde zu Schanden gemacht. Da habe sich Binia auf ihn geworfen und verzweifelt gerufen, Vater, lebe, ich will Tönig nehmen. Der Präsi hatte den Sieg über sein Kind und die Abgeordneten davongetragen, aber der Bären lag in Acht und Bann. Furchtbare Erregung und Empörung gegen ihn herrschte im Dorf. So kommt der Winter, ein verkehrter Winter. Es fällt viel Schnee, aber er hält nicht. Die Lawinen donnern Tag um Tag und ihre Luftstöße erschüttern die Hütten. Jetzt tritt endlich bittere Kälte ein. Da geschieht ein schreckliches Wunder. Eine Windbraut fährt über die Krone, sie wirbelt den Firnen Schnee wie Gewitterwolken auf, die Wolken verfinstern das Tal, sie sausen herab, sie drehen sich und prasseln auf das Dorf. Die Glocken läuten. Wohl denen, die tot sind, schreien die Leute, St. Peter geht unter, die armen Seelen ziehen aus. Für die Zeit, die uns bleibt, haben wir noch genug zu essen, und dass unser armes Vieh an solchen stirbt, kann nichts mehr schaden. Da schleicht ein Wort heimlich durch das geängstigte St. Peter, das Wort Ahorn. Wo sich zwei treffen, redet der eine geheimnisvoll von hundert Dingen, bis er unauffällig das Wort Ahorn ins Gespräch mengen kann. Ahorn, erwidert der Angeredete feierlich. Außer dem Garten, den man immer noch einer alten Freundschaft für den Präsi verdächtig hält, dem Pfarrer und einigen anderen, denen man nicht traut, ist ganz St. Peter in einem geheimen Bund, dessen Mitglieder sich im Wort Ahorn erkennen. Wer die Losung spricht, weiß es. Im Namen der armen Seelen muss der Bären das Sündenhaus fallen und der Neubau zerstört werden. Es gibt sonst keine Rettung für das Dorf. Wen das schreckliche Los trifft, der muss den Bären und die Krone anzünden. Sonst ihm selbst Ahorn. Es gibt keinen Verräter im Bergland, sonst auch ihm Ahorn. Wer es aber tut, der soll, auch wenn er dem Gericht in die Hände fällt, in der Gemeinde nicht ehrlos sein, sondern alle anderen sollen für seinen Haushalt einstehen. Was die von St. Peter tun wollen, ist aber so fürchterlich, dass sie selber davor zurückbeben. Sie losen noch nicht, erst zu äußerst soll es geschehen, gerade ehe die Fremden wieder erscheinen. Ahorn und Wildleutlaue, so kommt der Frühling. Der Prisi und Töni sind nach Hospel geritten, am offenen Fenster steht im Abendsonnenschein Binja und träumt. Ihre Wänglein sind bleich, die Augen noch dunkler und größer als früher. Auf dem Kirchhof sprießt das erste flaumige Grün und auf dem Kirschbaum, der sich bräutlich schmückt, flötet eine Amsel. Eine Amsel. Sie denkt an Santa Maria del Lago. Jetzt ist sie selbst der gefangene Vogel, aber keine barmherzige Hand kommt und schneidet sie aus dem Netz. Josi, dessen Bild ihr so grässlich entschwebt ist, steht wieder in Klarheit vor ihr. Die Reue wütet in ihrer Seele, in einer augenblicklichen Wallung des kindlichen Gefühls hat sie dem Vater das Opfer gebracht, dass sie sich mit Töni verlobte. Ist der Vater des Opfers wert? Nein, wie könnte er sonst die Freundschaft mit Töni halten, diesem Schuft? Und der Vater ist ein Tor. Die Gier Tönis wehrte sie ab. Da kam er gerade, allerdings nicht ganz nüchtern dazu. Töni ließ sie los, da lachte der Vater glückselig. Haltet euch nur Kinder, vor mir braucht ihr nicht so scheu zu tun, und Töni überredet den Vater, heimlich sei sie gar nicht leid zu ihm. Sie aber hat es noch nie dazu gebracht, Töni nur den kleinen Finger zu strecken oder sich eine Berührung von ihm gefallen zu lassen. Allein an den missverstandenen Augenblick, an Tönis Vorspiegelungen klammert sich der Vater und betäubt sein schlechtes Gewissen. Ob er nun glücklich ist? Nein, er ist ein armer, armer Mann. Er fällt aus den Kleidern, er beginnt zu ergrauen, er lächelt wohl darüber, dass kein Mensch den Bären betritt, aber der Hass des Dorfes peinigt ihn, die Beleidigung, die er dem Garten angetan hat, tötet ihn fast. Er könnte ein herrlicher Mann sein, das Dorf würde an ihm hangen, aber die Welt mag sterben, er setzt seinen eigenen Willen durch. Und sie, dieses viel zu starken Vaters Kind, sie ist schwach geworden, nach unsäglicher Treue doch treulos. Wie sie als Kind getan, wenn sie hilflos war, beißt sie in die Finger und schaut mit großen, traurigen Augen in die sonnige Frühlingswelt. Da rennen Leute die Straße daher und kreischen, es ist ein Toter auferstanden, Josiblatter der Rebell. Sie schreit auf, sie fällt in die Knie, sie flüstert, er lebt und vor ihr versinkt die Welt. Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Eva K. Abschnitt 15 von Anheiligen Wassern von Jakob Christoph Heer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 15 Geheimnisvoll, wie er gegangen war, kam Josiblatter. Durch den Donner der Lawinen, durch den rauschenden Föhnsturm des Märzen, schritt er am Spätnachmittag von der Schneelücke herunter. Lange bevor er St. Peter erreichte, hatte man im Dorf den einsamen Wanderer bemerkt. Ein Mann, ein Tier oder ein Gespenst treten die Leute und waren eher geneigt an etwas Wunderbares als an etwas Natürliches zu glauben. Was für ein Christ konnte um diese Zeit der höchsten Gefahr über die Schneelücke steigen, an der selbst im Hochsommer hundert hundertfache Gefahren lauern. Der Wanderer aber schritt unentwegt näher und sprach zu den verwundert Spähenden und Harrenden Grüß euch Gott, gerade wie es die zu St. Peter sprechen. Alle Heiligen, das ist Josi Blatter, das ist der Rebell. Die Frauen und Kinder bekreuzten sich, man hörte ängstliche Stimmen. Ist er lebendig oder tot? Und die abergläubisch Erschrockenen fuhren zurück. Er musste wohl lebendig sein, wie er in Nagelschuhen, den Rucksack über die Schultern gehängt, den eisenbeschlagenen Bergstock in starker Hand so fest und gelassen kam. Es war, als wolle er gerade zum Kirchhof gehen und in scheuer Entfernung folgten ihm die Dörfler. Der ist jetzt ein schöner Mann geworden, meinten sich um. Bailey Elblerin, wisst ihr, welche Nummer das Grabscheid meiner seligen Schwester Vroni hat? Ich möchte für sie beten. Alle, die es hörten, schrien auf und wichen zurück. Der junge Peter Tugi nur grüßte ihn herzlich. Josi, was denkst du? Deine Schwester Vroni ist nicht gestorben. Sie ist ganz gesund, tritt nur ins Haus des Garten. Josi wankten die Knie, als ob er stürzen wolle, pflanzte er sich an den Bergstock. Er konnte nicht reden. Jetzt sind sie vor der Wohnung des Garten. Lebe wohl, Josi, sagt Peter Tugi. Der murmelt aber nur finster. Warum hat mir der Garde das getan? Josi Blatter, der Rebell ist auferstanden, tönt es wie Feuerruf durch das Dorf. Halb St. Peter sammelt sich vor der Wohnung des Garten. Er sitzt mit der spinnenden Vroni in der Stube. Da sieht er den Auflauf. Im gleichen Augenblick pocht es an der Türe und Vroni öffnet. Josi, allheiligen Josi! Mit blutleeren Wangen weicht sie zurück. Dann stürzt sie wieder vorwärts und umhalst ihn jubelnd und weinend. Du lebst, Josi, du lebst! Allein der Ankömmling bleibt an der Schwelle stehen, stellt den Bergstock nicht an die Wand, legt den Rucksack nicht ab und als der Garde ihm entgegen geht und sagt, komm doch herein, Josi, da bleibt er noch wie angewurzelt unter der Türe. Ja, darf ich? fragt er gedrückt. Lange eng machen will ich euch nicht, ich weiß jetzt, dass ich überzählig bin. Finster und wankend steht er an der Türe. Ehe ich eintrete, presst er hervor, muss ich doch fragen, wie ihr mir habt so einen Brief schreiben können, Garde. Vroni lebt und ist nicht tot. Oh Vroneli, du lebst, du lebst. Er will sie umarmen, aber sie tritt zurück und schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Mutter Gottes, was Josi redet, jammert sie, ich gestorben und der Vater einen Brief. Josi, hat dir die fremde Welt das Hirn verrückt? Ihre Augen nehmen einen schreckhaften Ausdruck an. Der Erste, der sich in der grenzenlosen Verwirrung fasst, ist der Garde. So komm doch herein, Josi, redet er ihm freundlich zu. Wir wollen über alles im Frieden reden. Vroni, jetzt hole zu essen und zu trinken, mit dem wieder fortgehen drängt es gewiss nicht, Josi. Der sitzt nun am Tisch und schluchzt in die Hände. Vroni lebt! Der Garde ist tief erschüttert. Ein Brief, ein Brief, sagst du, Josi. Er langt in ein Schubfach des Buffets. Da ist auch ein Brief, aus dem wir nicht klug geworden sind. Josi schaut auf, er dreht und dreht den Brief in zitternden Händen. Vor vier Jahren, da war ich allerdings in der Gegend von Srinigar, vor zweien noch, auch die Cholera war dort, ein paar Hundert hat man alle Tage verscharrt. Es ist abscheulich drauf und drunter nicht gleich gefunden und hat geglaubt, ich liege auf dem Karren. Solche Dinge sind in der großen Verwirrung vorgekommen. Viele Angestellte der Post sind gestorben, es hat neue gegeben und die waren nicht immer zuverlässig. So ist ein Irrtum denkbar. Er wirft einen Blick in den Brief. Und Binia hat das Wort von den Vögeln geschrieben. Lass die Hoffnung nicht fahren. Er erbebt. Vroni ist mit dem Hospler, dem Brot und dem Rauchfleisch zurück. Sie deckt den Tisch mit weißem Linnen und der Garde sagt, indem er dem jungen Mannen noch einmal die Hand schüttelt, Josi, Gott willkommen, ich merke schon, es ist viel aufzuklären. Die Geschwister, von denen eines geglaubt, das andere sei tot, umarmen sich wieder und wieder. Josi, du lebst, du plötzlich sagt Josi, aber wie solange kein Brief gekommen ist, habe ich doch wieder einen gesandt. Darauf ist euer Brief Garde gekommen und ich habe euch noch zweimal geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Er langt in die Brusttasche. Da ist euer Brief Garde. Der Garde liest, wird bleich, wird rot und wieder bleich. Nicht selig werden willig, wenn ich das geschrieben habe, so Gottes lästerliche Dinge, schau, schau, Vroni, und sie liest. Lieber Vögtling Josi, in gar großer Betrübnis melden wir dir, dass das gute liebe Vroneli nach langem Leiden gestorben ist. Eine Kuh hat es im Winter sehr unbarmherzig auf das Herz geschlagen. Es hat sich zu unserem großen Leidwesen legen müssen und nimmer mögen genesen. Aber deinen Brief hat es noch mit mageren Händen gehalten und sich noch auf dem Todbett daran gefreut. Es ist so traurig, dass ich nicht alles schreiben mag. Auch sonst geschieht nichts Gutes in St. Peter. Du hast damit, dass du auf die Krone ging, ist ein großes Unglück angestellt. Kein Frieden, keine Ruhe ist mehr in der Gemeinde. Sei froh, dass du fort bist. Die Bini hält in 14 Tagen Hochzeit mit Tönig Rieg. Wer hätte gedacht, dass sie den Fötzel nehme? Aber der Prisi hat es halt wollen. Und das Froneli hat noch am Tag, wo es gestorben ist, gesagt, es sei ihm recht, dass es die Hochzeit nicht mehr erlebe. Es hätte keine Freude daran wegen dir. Es hat dich noch tausendmal grüßen lassen. Du sollst für die Selige beten. Lebe wohl, Josi, und tröste dich. Auf Wiedersehen kann ich nicht sagen, denn du wirst jetzt wohl nie mehr nach St. Peter kommen. Hans Zuhnstein Garde. Vroni schaudert vor Entsetzen. Der Garde läuft wütend hin und her. Merkst du nicht, wer den Brief geschrieben hat, Vroni? Er nimmt ihn wieder. Gerade meine Buchstaben sind es im Anfang, aber zuletzt sind es andere. Er wühlt mit zitternden Händen im Buffet. Da ist noch etwas geschriebenes von Töni Grieg. Da schau, schau, da am Ende hat es von seinen Buchstaben. Du unseliger Hund, Töni, du unseliger Hund, und du nennst und bist so ein Schuft. Josi schluchzt. Ich habe nicht auf die Buchstaben gesehen, mich hat der Brief halt gerade so angetönt, als ob er von euch wäre. Ich habe so viele Tränen darauf vergossen. Töni, das hast du mir getan, und Bini ist gewiß auch nicht sein Weib. Da öffnet sich die Türe ein wenig. Man hört draußen Eusebis gedämpfte Stimme. Schau nur schnell Bini, er ist wirklich und wahrhaftig da, aber zittre nicht so. Ein Schrei, wie wenn eine Seite sich zerfasert und springt. Josi! Binia fällt an der Schwelle nieder, sie stößt gegen die Türe und diese öffnet sich breit. Josi macht eine taumelnde Bewegung gegen Binia. Bineli! schreit er in seliger Freude, aber er fährt zurück, tonlos stammelt er. Sie trägt doch einen Ring. Er ruft, geh fort, Bineli, geh fort, ich halte es nicht aus, ich kann dich nicht ansehen, fort, fort, Frau Tönig Grieg. Eine Welt voll Elend liegt in den abgerissenen Worten. Vroni müht sich um die Gestürzte und begleitet sie aus dem Haus. Der Garde nimmt Eusebi beim Rockärmel. Wie hast du auch Bineli hereinbringen Wir haben Sägetremmel in der Glotter geflößt, da kommt ein Bub Belzis gesprungen, Josi Blatter ist wieder in St. Peter. Ich renne heim, wie ich vor das Haus komme, stehen die Leute da, mitten unter ihnen wie eine arme gestorbene Seele Binia. Sie nimmt meine Hände. Ich komme gerade von daheim, ist es wahr, ist Josi da? Ein Stein hätte Ihr hättet auch nicht widerstehen können, Vater. Der Garde knurrt wieder etwas, Eusebi hört es nicht mehr, er hat sich zu Josi gewandt. Josi, Schwager, lieber Schwager. Ja, so, du bist es, Eusebi, stammelt Josi, dich habe ich nicht gleich wiedererkannt. Was bist auch für ein Mann geworden, und ich habe dich immer noch im Gedächtnis gehabt, wie du so ein blöder Bub gewesen bist. Schwager, wiederholt Eusebi, wie rufst du mir, Schwager? Das ist eine spaßige Welt. Du weißt noch nicht, dass Vroneli meine Frau ist, meine liebe herzige Frau. Eusebi, was sagst? Vroni, deine Frau? Josi stürzt von einer Überraschung in die andere. Und du weißt noch nicht, sagt Eusebi, dass wir ein so liebesherziges Kind haben. Komm, beschaus! Der Glückliche zieht den von allem neuen auf den Kopf geschlagenen Josi in die Nebenstube. Siehst, da liegt es und schläft und weiß nicht, dass du gekommen bist. Es ist jährig und weil es gesund ist, so schläft es bei allem Lärm. Wie heißt es? fragt Josi. Joseli heißt es, wie du und dir zu ehren. Joseli heißt es und mir zu ehren, wiederholt er wie in tiefem Traum. Der Kleine in seinem Bettchen wimmert, erwacht, wie er den Vater sieht, streckt er lachend die Ärmchen und Eusebi nimmt den kleinen liebkosend auf den Arm. Joseli! Schwager, sagt er, wie mich das freut, wie mich das freut, dass du wiedergekommen bist. Vroni hat so viel getrauert um dich. Jetzt mein ich, ist sie dann erst recht glücklich mit mir, weißt, das ist eine Frau wie die Frenzi selig, wie deine Mutter, oh so Himmel gut. Wie die beiden Männer wieder in die Wohnstube treten, ist Vroni, die junge Frau, eben von der Begleitung Binias zurückgekehrt und auf einen Stuhl gesunken. Mit gefalteten Händen spricht sie, Bini ist da kommt die Gardin mit den Knechten und Vroni ist glücklich wie die Mutter Josi herzlich begegnet. Tausend, was für ein schöner Mann ihr seid, einen so braunen Bart, so freie Augen, hochgewachsen und stark, und die hässliche Narbe sieht man nicht mehr. Sie schüttete einen ganzen Korb voll neugieriger Fragen vor ihm aus. Der Garde sagt aber ernst, ich gehe noch ins Dorf, Hospel auf die Post, schweigt zunächst über die Briefe. St. Peter ist schon halb toll, wird noch das Verbrechen Tönis bekannt, so haben wir den offenen Aufruhr gegen den Bären. Er geht, und die unaufschiebbaren Abendarbeiten, welche Eusebi und die Gardin in Anspruch nehmen, fügen es, dass die Geschwister allein sind. Leise sänftigen sich die Wogen des überraschenden Wiedersehens. Josi sitzt am Tisch und weint still vor sich hin. Der Sturm hat ihn überwältigt. Da streichelt ihn Vroni und fragt, wie hast auch den Heimweg wieder gefunden, Josi, nach mehr als fünf Jahren? Mit geröteten Augen schaut er auf. Ich will es dir nur bekennen, erzählt er. Ich wäre nicht wiedergekommen, hätte mich Felix Indergant nicht mit Gewalt zurück geschleppt. Wie zwei Brüder haben wir zusammen gelebt. Wenn ich fast umgekommen bin vor weh, dass du gestorben seist und Binia an mir so schlecht gewesen ist, so hat er manchmal meine Hand genommen und so warm geredet, dass ich ganz tröstlich geworden bin. Was willst im fremden Land freudlos leben, sagte der gute Felix, kreuzige dich nicht so stark, untreu ist schon vielen geschehen. Und wenn ich von mein liebes Schwesterkind zu Brägen und er meint, ich soll sie um ihre Hand fragen. Er drängte mich und nun Vroni gab ich ihm ein Versprechen, das mich reut, aber wenn man keinen lieben Menschen auf dieser Welt mehr zu haben meint, tut man einem guten Freunde viel zu gefallen. Jedes Jahr am Fridolinstag fährt das Mädchen von Brägen in die Stadt zu seinem alten Ohrheim, dem Chorherrn Fridolin Indergant, um ihm als Patenkind Glück zu wünschen, also auch morgen, und ich muss ohnehin in die Stadt gehen, um nachzusehen, ob mein Geldlein richtig auf die Bank angewiesen worden ist. Da kann ich sie sehen, ohne dass sie vom Plan weiß, sie muss in Hospel übernachten. Doch ist mir so sonderbar, ich hätte schon vor drei Tagen in St. Peter sein können, aber ich meinte, nur geschwind beten auf den Gräbern und durch das Dorf laufen, und Vroni um die Beate kümmere ich mich nicht, ich kann nicht, sie, wer von Bini ein Reiflein hat, der hat keine andere mehr lieb, immerhin will ich dem Freund das Versprechen halten, so berichtete Josi, schon morgen willst du wieder fort, Josi, Herzensbruder, sei nicht so bitter, glaube mir, Binia hat grässlich um dich gelitten, sie ist zu der Verlobung mit Krieg gezwungen worden, und in fliegenden Zügen schildert ihm Vroni die Ereignisse der Zeit, sie hat grässlich gelitten um mich, tonlos sagt es Josi und weint, dass ich auch so flennen muss, stammelt er, es ist ja eine Schande, wenn ein Mann greint, aber ich kann mich nicht wehren, ich flenne vor Freude, weil es dir so gut gegangen ist, Vroni, wer hätte gedacht, dass Eusebi so ein Mann, wer hätte gedacht, dass wir die nächsten Verwandten des Garten würden, ich flenne, weil dein Kind Joseli heißt, weil ich wieder in St. Peter bin, wo Vater und Mutter begraben sind, ich weine aus Wut über Tönig Krieg, erschlagen könnte ich ihn vor Grimm, ich weine, weil es mir das Herz vertrüdelt und bricht, dass ich Bini wieder gesehen habe und schmerzensreich ist sie gewesen um mich, sagst du, schmerzensreich und ist jetzt doch Tönigs Braut. Josi hat alle Fassung verloren, da kommt der Garde zurück, wie er hört, dass Josi schon am Morgen in die Stadt gehen will und von dem Versprechen erfährt, dass er Indergant gegeben, seufzt er erleichtert auf. Er setzt sich Josi gegenüber und nimmt seine Hand. Ich meine, sagt er herzlich, ich sei auch dein Vater, Josi, und will offen mit dir reden. Wie du zu Bini standest, weiß ich, und der Herrgott, der dir ins Herz sieht, weiß ebenso gut, wie schwer es mir wird, ihr ein Leid anzutun. Dass du aber morgen die Beate Indergant sehen willst, das ist des Himmels Wink. Kämpfe, kämpfe, Josi, gegen dein Herz, es wird jetzt schon eine Änderung im Bären geben, Tönigrieg kann nicht in St. Peter bleiben, ich könnte mich nicht zähmen, wenn ich ihn träfe, den unseligen Hund. Was da aber komme, Josi, hüte dich vor Binia, der Bären wankt, zu maßlos hat der Präsi gewütet, ein Volksgericht bereitet sich vor, wie es in alten Zeiten gegeben hat, und lieber Josi, ich möchte dich, wenn der Bären gestürzt ist, nicht unter den blutenden Opfern finden, darum um Gottes Willen Hand weg von Binia, so wenig zu ihr, wie zu den Feinden des Präsi, mein Haus soll rein bleiben von Schuld, und wenn dir die Beate ein wenig gefällt, so sei freundlich zu ihr, es ist Gottes Hilfe zu deiner Rettung. Oh, wäre Bini nur nicht verlobt, stöhnt Josi, ich holte sie jauchzend mitten aus der Wut derer von St. Peter, aber ich kann nicht der Nachgänger Tönig Riegs sein, nein, beim Himmel nicht, und nicht mit einem Stecklein könnte ich sie mehr anlangen. Josi, geh zur Ruhe, mahnt Vroni, du bebst ja am ganzen Leib, du bist krank. Josi steht auf. Noch eins, Josi, sagt der Garde, so schwer es dir und mir fallen mag, gegen das Dorf wollen wir über Tönis Tat schweigen und wenigstens jetzt auch noch nicht vor Gericht klagen. Die Wildleut Lawine hat sich gerüstet, und das ist immer eine schwere Zeit. Ein Wort von uns und sie kann den Bären mit den hehligen Wassern zusammenschlagen. Gib mir die Hand darauf, Josi, dass du ruhig bist. Stumm reichen sich die Männer die Hände, zuletzt sagt der Garde, mit dem Präsi will ich aber morgen doch reden, nicht seinetwegen, aber wegen des armen Dorfes. Zum ersten Mal schlief Josi wieder in der Heimat. Doch wirre Träume quälten ihn, am meisten der Binia schwebe in irgendeiner großen Gefahr und rufe mit ihrem Vogelstimmchen Josi, Josi, ich bitte dich, hilf mir. Schreiende Amseln flogen die ganze Nacht um ihn und einmal war ihm jetzt sei wirklich eine an die Kammerscheiben geschossen. Er wollte aufstehen, aber mit bleiernden Gliedern blieb er liegen. Im ersten Grauen des Morgens sah er ganz bestimmt etwas Weißes vor seinem Fenster. Er stand auf. Ein Briefchen, durch das ein Faden gezogen war, hing am Fensterhaken. »Bini«, schrie er, sie schrieb, »ich muss mich vor dir rechtfertigen, sonst sterbe ich. Bei dem schönen unvergesslichen Tag von Santa Maria del Lago sei heute um Mitternacht im Teufelsgarten dein unglücklicher Vogel, Binia. Josi biss sich auf die Lippen und sein Gesicht verfinsterte sich. »Torheiten, Bini«, flüsterte er, und beim frühen Morgenessen sagte er zu Vroni, »Schwesterlein, ich habe es mir überlegt, ich muss wieder in die Fremde, je bälder, je besser. Am Sonntag noch wollen wir miteinander zur Kirche gehen, dann reise ich wieder ab. Und seltsam, Vroni war über seine Rede wohl traurig, das Wasser trat ihr in die Augen, aber sie widersprach ihn nicht. Sie dachte an Binia, und ihre ahnungsreiche Seele witterte Gefahr für Josi. Er zögerte und zögerte fortzugehen, er scherzte noch mit Joseli, der erwacht war, und dann war es immer, als wolle er noch etwas sagen oder fragen. Du kommst gewiss zu spät, mahnte Vroni. Jetzt endlich ging er, er ging den erinnerungs- und schmerzensreichen Weg über den Stutz hinunter, am Teufelsgarten und am Schmelzwerk vorbei. Als er zu den weißen Brettern aufschaute, erschrak er, es rieselte weiß in den Wildleutfuren und knatterte in einem fort. Gerade wie damals, dachte er, als ich mit Vroni Mehl holen ging. Aber so früh im Jahre. Er dachte an den Vater, er dachte an seinen eigenen großen Plan, als ein zweiter und stärkerer Mattesjul und für Binia, die heligen Wasser, den sicheren Weg durch die Felsen zu führen und St. Peter aus der Blutfrohen zu lösen. In seinen senigen Armen zuckte das Leben. Ein wunderbarer Anreiz lag in dem Gedanken. Bah, Bini ist für ihn verloren. Er will wieder fort, die in St. Peter mögen selber sehen, wie sie mit den heligen Wassern fertig werden. Im Teufelsgarten dufteten die ersten Pfeilchen. Eine wunderliche Stunde kam ihm ins Gedächtnis. Oh, Binia, Binia, seufzte er. Er hatte nicht den Mut gehabt, Vroni zu Binia zu schicken und ihr sagen zu lassen, sie möchte von dem Stell-Dich-Ein abstehen. Ein Wort, wenn auch nur zu Vroni, wäre ihm doch wie ein schnüder Verrat am geliebten Bild erschienen. Glaube mir, sie hat grässlich um dich gelitten, sie ist zur Verlobung mit Töni gezwungen worden. Die Worte Vronis klangen ihm in den Ohren. Und Binia ist in Gefahr. Ich kann sie aber doch nicht treffen, sie ist die Braut Töni Griegs, murmelte er, und der Gedanke an Binia und an die Warnung des Garten quälte ihn so, dass er im reinen Frühlingstag vor Wehfast starb. Da kam ihm Kaplan Johannes entgegen. Der Schwarze mit dem Bettelsack stutzte einen Augenblick. Dann schlug er ein höllisches widriges Lachen an. Guten Tag Söhnchen, bist du wieder da, du undankbares Aas? Schweige Pfaff! Und Josi machte eine drohende Bewegung mit seinem Stock. Ein entsetzlicher Hass loderte aus den Augen des Verrückten, Josi aber hatte eine sonderbare Empfindung. Wie wenn mir in Tremis streckte die alte verkrümmte Susi ihren Kopf aus dem Fenster. Jeje, lachte sie verwundert, der zweimal verloren gegangene Rebell. Jetzt seht ihr aber schön aus. Bini muss jetzt wohl den Töni fahren lassen. Haltet euer altes Maul, rief er ihr verdrossen zu. Er eilte vorwärts und kam in Hospel eben recht auf die Post. Der Wagen rollte das große Tal entlang. Ein betagtes Ehepaar und ein junges Mädchen teilten sich mit Josi in den Raum des offenen Gefährtes. Das Mädchen glich Froni und war blond wie sie. Er hörte bald, dass sie erst in Hospel eingestiegen sei, wo sie übernachtet habe. Die drei sprachen dann aber wieder von gleichgültigen Dingen, namentlich vom Segen der Heligen Wasser zu Hospel und den fünf Dörfern, wo ihr erster lauer Strom die Aprikosen und Pfirsichblüten geöffnet hatte. Ihr seid von Prägen, wandte sich Josi höflich an das Mädchen, sagt, ist Felix Indergant gut heimgekommen von seiner weiten Reise. Vorgestern antwortete sie frisch, kennt ihr ihn? Freilich, freilich, warum nicht, wir waren in Indien zusammen, wir haben uns erst vor wenigen Tagen getrennt. Da seid ihr Josi Blatter von St. Peter im Glottertal. Zwei hübsche Augen richteten sich auf ihn, ein herzliches Lächeln umspielte die Lippen des Mädchens. Felix fuhr sie fort, hat uns viel von euch erzählt, er sagte, ohne euch hätte er es niemals ausgehalten in dem fremden Land, aber wenn er fast vergangen sei vor Heimweh, dann habet ihr ihn immer so lieb angesehen mit euren braunen Augen. Sie lächelte wieder und betrachtete Josi, der unter ihren Blicken unruhig wurde. Himmel, dachte er, das ist wirklich ein frisches liebes Mädchen. Bei einem der nächsten Dörfer stiegen die alten Leute aus, die Jugend fuhr bis in die Nähe der Stadt allein durch den Frühling und plauderte. Beate Indergant war weise, ein stattliches Bauernheimwesen lastete auf ihr und ihrer Mutter in ihre Worte legte, so dachte sie ernstlich, sich männliche Hilfe zu suchen. Ja, in Prägen scherzte er, gibt es gewiss Bursche genug, die gern zu euch in den Dienst treten, zu so einer Jungfrau wie ihr, Beate. Seid doch still, antwortete sie, die Bursche bei uns lungern lieber vor den Gasthöfen herum. Da stellte sich Josi, wie wenn er Lust hätte, bei ihr Mann wie ihr, der in Indien Aufseher gewesen ist, wird doch nicht Knecht, das könnte ich gar nicht leiden. Und sie sah ihn so sonderbar fröhlich und gütig, mit so viel Achtung an, dass er ganz verwirrt wurde. Kommt aber, sprach sie nur sonst bald einmal nach Prägen, Felix wird eine große Freude haben und euch alles bieten, wir lassen euch dann selbstverständlich Ja, etwas muss ich euch noch erzählen. Wie ich gestern mit der Post im Kreuz zu Hospel angekommen bin, saßen zwei Männer von St. Peter da, der Präsident und ein jüngerer Herr Töni haben sie ihn genannt. Ich frage sie, ob ihr schon daheim seid. Da sagt der Präsident, der ist ja gestorben, der Jüngere aber wird grün und gelb wie eine Leiche und wiederholt auf spaßige Art Ja, der ist gestorben. Jetzt bin ich eifrig geworden und habe erzählt, was ich von Felix über euch wusste, wie ihr obgleich noch so jung geachtet und angesehen und Aufseher über mehr als hundert Arbeiter gewesen seid und gute Zeugnisse bekommen habt, worin steht, dass man euch wieder an einen guten Posten stellen wird, wenn ihr euch wieder meldet. Die haben Mund und Augen aufgesperrt. Der Präsident hat vor Schlucken nichts sagen können als so so Josi Blatter so so Der Jüngere aber hat die Gläser nur so gestürzt. Er war ganz sonderbar. Da hat aber der Kreuzwirt auf einmal gesagt, die Maultiere sind bereit, reitet heim, ihr habt ja eine große Neuigkeit zu bringen. So lieb habt ihr von mir geredet, dankte Josi, seine Wangen glühten, er versprach den Regen und nahm ihre Hand. Ihr seid so ein artiges Mädchen. Ihr gefällt mir auch gut, ich bin sonst nicht von der Art, dass einer nur meine Hand nehmen darf, sondern recht wählerisch, lächelte sie. Da hielt die Postkutsche im letzten Dorf, ein Mann stieg ein, und weil Josi und Beate nichts gleichgültiges sprechen wollten, so wurden beide still. Es wäre gewiss ein schöner Traum, ein freundliches Gut im grünen Oberland, darauf gesegnete Arbeit, das Lachen eines so jungen sonnigen Weibes wie Beate, am Feierabend das Geplauder des liebsten Freundes, der in schweren Jahren genug Proben wankloser Treue abgelegt hat und dazu den Frieden der Heimat. Josi weiß es, aber er ist kaum allein, so bereut er das Versprechen nach Prägen zu kommen bitterlich. Es wäre ein Unrecht an der sonnigen arglosen Beate, wenn er ihr Liebe heuchelte, während er doch ein anderes Bild im Herzen trägt, Binia, das feurige Herz, die mutvolle Seele, da gibt es keine Rettung. Indem er sich Beate vorzustellen sucht, sieht er immer Binia, ihr glänzendes Augenpaar, die frischen Lippen, das rosige Ohr und er geht mit ihr am Gestade von Santa Maria del Lago. Wie einen Diebstahl an ihr empfindet er jedes gute Wort, das er Beate gegeben hat. Felix, ich kann dir nicht helfen, sagt er für sich und dann Bini, Bini, ich komme, wenn es das Leben kostete, in den Teufelsgarten. Ich muß deine dunklen Augen sehen, deinen Ruf Josi hören, dann aber fort, wieder zu George Lemmy nach Indien, morgen schon fort, trotz Garde Vroni und Joseli fort, fort, ein einsamer, heimatloser Mann. Wie gern wäre ich für dich an die weißen Bretter gestiegen, aber, o Binelli, weil du mit Grieg gegangen bist, habe ich den Mut nicht mehr. Ende von Mit verkrampften Händen sitzt sie am Rand des Bettes. Die dunkle Flut ihrer Haare ist ihr zu beiden Seiten niedergeglitten, zwei brennende Augen schauen zwischen den Strähnen hervor. Das Gesicht ist starr und blass wie ein Stein Bildnis, aber im Blick funkelt das Leben, strömt die Leidenschaft. Sie stößt einen Ton hervor wie ein kleines Kind, das seufzt. Es beben die Lippen. Er ist gekommen wie ein Held, er ist schön wie ein Held. Dann wimmert sie und beißt sich die Finger Knöchelwund. Wie hat er mich genannt? Frau Tönig Grieg, das Wort brennt sie wie eine Hölle im Herzen. Es ist nicht wahr, nein, in Ewigkeit nein, ich werde es nicht. Sie schleudert den Reifen weit von sich. Sie wankt zum Schrank, nimmt aus einer kleinen bemalten Truhe ein goldenes Kettchen, sie öffnet die Kapsel, die daran hängt und ein Tautropfen glänzt. Sie küsst ihn mit glühenden Lippen und sagt, wie ein Tautropfen so frisch, so rein, so sonnenvoll habe ich wollen sein, damit ich dir immer gefalle, Josi. Die Stimme erbebt zart und fein, da merkt sie erst, dass ihr die Haare niedergefallen sind. Sie tritt vor den Spiegel und ordnet sie. Und nun lächelt sie doch. sind rein und sie stammelt. Das Herz ist rein und er liebt mich noch. Ich habe es ihm angesehen. Ich will demütig sein gegen ihn. Oh, so demütig und wenn er mich nicht mehr will. Ein Schrei und nun staunt sie wieder. Wenn der Vater nicht will, wenn Töni nicht will, sie wollen nicht. Kämpfen, kämpfen will sie jetzt um Josi bis ans Ende, gegen Töni, gegen den Vater, gegen die ganze Welt. Nein, um das einzige große Glück ihrer Liebe darf sie sich nicht betrügen lassen. Und wenn sie Josi fortjagt, so will sie zu ihm hinkriechen und betteln, dulde mich bei dir. Sie sind und nach einer Weile tönt wieder ihr kleiner Schrei. In den fliegenden Gedanken hat sie etwas Sonderbares gehört und gesehen. Die Leute haben gesagt, und auf dem Tisch des Garten lagen zwei Briefe. Ein alter Verdacht zuckt auf. Warum hat Töni die Postschlüssel immer abgezogen? Ist sie hellseherisch geworden aus langer unbegreiflicher Blindheit? In verbrecherischer Weise hat sich Töni zwischen mich und Josi gestellt. Mit einem Schlag hat sie die sichere Überzeugung gewonnen. Ja, jetzt Kampf! Ihre Augen Flammen auf, alles an ihr lebt und bebt. Du wirst sehen, Vater, du Armer in einen Verbrecher vernarrter Tor, wie ich Töni liebe! Mit fieberglühendem Köpfchen schwankt sie hinab in die Postablage. Sie hat die Hand am Telegrafen Apparat. Postdirektion In St. Peter ist ein Postverbrechen geschehen, ich bitte um Untersuchung, Binia Waldisch. Da lässt sie die Hand sinken, der Schrecken lähmt sie, der Vater ist der Posthalter nicht Töni. Hat je ein Kind seinen Vater den Gerichten ausgeliefert? Wie mit Wasser begossen schleicht sie davon, sie weiß ja nicht einmal, ob ihr brennender Verdacht gerechtfertigt ist. Und nun noch ein furchtbarer Gedanke, wenn der Vater in seinem wilden Hass auf Josi der Anstifter der Brief Unterschlagungen wäre. Schäme dich, Binia, flüstert sie, so ist er nicht. Unerhörte Gewalttaten haben dir sein Bild verdunkelt, aber du musst ihm nur in die Augen sehen, in die lieben und schönen Augen. Dann siehst du einen gewaltigen Mann, der sich eher würde zerbrechen lassen, als dass er mit Absicht und wissentlich bei einer Schlechtigkeit mithülfe. Er ist das Opfer, armer, armer Vater. Ehe es morgen wird, will sie hinter den Geheimnissen Tönis sein. Sie sieht, wie ihr die Blicke der Frau Kresenz misstrauisch folgen. Sie geht in ihre Kammer, sie liest den Ring Tönis knirschend auf, aber sie bringt ihn nicht mehr an den Finger, sie lässt ihn in die Tasche gleiten. Mutter flüstert sie, jetzt sollte dein armes Kind klug sein, wie eine Schlange. Sie steigt in die große Wohnstube hinab, sie näht, aber die Nadeln brechen und der Faden reißt, und dennoch denkt sie, wie ich heucheln gelernt habe, nähen und das Herz zerspringt. Sie denkt an alles, was sie mit Josi gemeinsam erlebt hat, sie sieht die Bilder, als schaue sie in einen Guckkasten, den kleinen Buben, der das wilde Kind im Teufelsgarten, den schlafenden Josi, den sie mit Frenzi beschaut, Josi, das Knechtlein, das zerschmettert mit Belzi geht, Josi, der unter dem Peitschenhieb des Vaters blutet, Josi, der zu Madonna del Lago erwartungsvoll vor der Gartenforte steht. Wie hat sie auch nur einen Augenblick vor dem Zorn des Vaters schwanken, einen Augenblick glauben können, Josi sei tot. Da kommen die Männer heim. Hohle mir Wein, Bini, ich habe noch einen verdammten Durst, johlt Töni. Schau mich nicht so verächtlich an, Bini, und so seltsam. So schwillt dir der Kamm wieder, weil der Rebell und Halunke da ist. Es nützt dir nichts, am Sonntag muss der Pfarrer unsere Ehe verkündigen. Ins Bett mit dir, Töni, keucht und donnert der Präsi, der müde und elend auf einen Stuhl gesunken ist. Von euch lasse ich mich nicht mehr so anfahren, Präsi, mault Töni unter der Tür zurück. Wenn ich im Kot bin, so seid ihr auch drin. Geh jetzt, sagt der Präsi matt, schlafe den Rausch aus. Geld, Bini, du machst keine Torheiten wegen des Rebellen. Töni schwankt ohne gute Nacht fort. Sie antwortet dem Vater nicht. Das Linnen, an dem sie arbeitet, ist ihr vom Schoß geglitten. Sie hat das letzte Wort Tönis anders gefasst als der Vater. Für sie ist es ein Schuld Bekenntnis, dass an Josi ein Verbrechen geschehen sei. Ich gehe jetzt auch zu Bett, es ist mir nicht recht wohl. Gute Nacht, Binia. Der Vater sagt es so gütig, wie er seit langem nicht er etwas Schweres erlebt. Binia schläft nicht. Mitten in der Nacht wandelt sie barfuß und gespensterhaft durch das Haus. Leicht gekleidet schleicht sie von ihrer Kammer durch den Gang zu Tönis Zimmer. Sie lauscht eine Weile an der Türe. Der drinnen schnarcht laut. Sie öffnet die Kammer, läuft auf den bloßen Zehen zu Tönis Kleidern und zieht daraus den Schlüsselbund. Der klirrt leise, der Schläfer wendet sich auf die Seite, sie huscht in den Mondschatten, aber einen Augenblick später schnarcht er weiter, sie huscht zurück durch Gang und Treppen, abwärts bis zur Postablage. Sie entzündet Licht, schließt Pult und Truhen auf und findet, was sie sucht in einer kleinen Schublade. Briefe, die Notschreie Josis um sein totes Schwesterlein und um sie. Sie küsst sie, ihre Augen blitzen, ein bleiches Lächeln geht über ihr Gesicht. Darum hast du so viel trinken müssen, Töni, du Schuft, aber ein Narr bist du, wie alle, Schlechtes tun, sonst hättest du die Briefe vernichtet. Aus der Ferne hört sie den gleichförmigen Gesang des Wächters, der mit seinem Spieß taktmäßig auf das Straßenpflaster schlägt. entzündet sie es wieder. Ein jubelndes Triumphgefühl steigt in ihr auf. Sie will am Morgen die Briefe dem Vater vorlegen. Töni ist geschlagen, das Feld für Josi ist frei, und vor Josi will sie sich rechtfertigen, so bald als möglich. Sie schreibt in fliegender Hast ein paar Zeilen, die ihn in den Teufelsgarten bestellen, steigt durch den an die Haken des Fensters, hinter dem Josi schlafen muss, und kehrt leist zurück. Alles, was sie tut, tut sie wie im Traum, sie ist ihrer Sinne nicht mächtig, so hämmert die Brust, sie taumelt durchs Haus, sie tritt wieder in Tönis Zimmer, sie steckt den Schlüssel in seine Kleider, sie betrachtet einen Augenblick den Schläfer, sie hebt die geballte Faust. Josi hast du gemartert und schläfst so gut. In ihren Augen funkelt der Hass, sie flüstert, weiß Gott, ich könnte Judith sein. Fort eilt sie und nun ist ihr doch, sie höre etwas. Das Entsetzen rüttelt sie, sie hat den Vater seufzen gehört, aber sie hat nicht gewagt sich umzusehen. War es nur Einbildung der gespannten Sinne, dass er unter der Tür wie eine Bildsäule lehnt sie noch im Morgenrot mit gefalteten Händen an ihrem Bett, blass und aufgeregt, aber in furchtbarer Entschlossenheit. Sie muss mit dem Vater reden, rasch, rasch. Am Morgen aber meldet Frau Kresenz, der Vater sei krank und wie Binja doch zu ihm heraufsteigen will, da fleht jene, dass sie ihm Ruhe gönne. Daran hätte sich Binja nicht gekehrt, es handelte sich jetzt gewiss um mehr als Ruhe, aber ihr selber liegen die Erregungen der Nacht wie Blei in den Gliedern. Sie hätte die Kraft nicht mit dem Vater zu reden, wie sie müsste, sie könnte nur weinen. Wohl, wohl, meint Frau Kresenz, das wird eine heitere Wirtschaft auf den Sommer, der Präsident ächzt, du bist zu zittrig wie Espenlaub und von Töni mag ich schon gar nicht reden, der war heute früh wie eine Leiche, die Post hat er nicht besorgt, er hockt schon wieder beim Glottermüller und seuft und ich überlege, ob ich nicht fortlaufen will. Der Präsi sitzt in seiner Stube im Lehnstuhl und stöhnt. So viel Elend! Die Dörfler drohen mit Aufruhr, der Garde ist wild über mich, die Wild Leutlaue steht in Sicht und nun ist auch der Rebell wieder da, der unheimliche Rebell, von dem man nicht weiß, woher er in allen Dingen seine Stärke hat. Wie sonderbar hat er es im Kreuz zu Hospel vernommen, dass der zurück sie nichts merke. Töni aber stürzte Glas auf Glas und in seinem Rausch sagte er auf dem Heimritt immer nur, er werde den Rebellen töten. Er hat sich an der letztköpfigen Aufregung Tönis geärgert. Er konnte nicht schlafen vor Verdruss. Da, da hörte eine Tür gehen. Er streckt den Kopf aus dem Schlaf Gemach. Binia schleicht leicht gekleidet und barfuß aus Tönis Kammer und huscht hinüber, wo sie und die Mägde schlafen. Bini, seine Bini, ist's möglich, sie in der Nacht bei Töni, sie, die sich immer gegen ihn gewehrt und gesperrt hat, sie, das wilde und doch so keusche Blut, ist so wohlfeil geworden. Er ächzt, er stöhnt. Es ist unfassbar, dass Binia zu Töni gegangen sei, aber was das Auge sieht, Groll gegen ihn gefasst und die Wahrheit, er hat schon lange etwas gegen ihn, wie wenn Töni doch nicht der rechte Schwiegersohn wäre, es ist ihm furchtbar zumute, er hat mit der Verlobung das Dorf schlagen wollen, nun ist ihm er habe sich selber und Binia geschlagen, das arme Kind, der liebe lose Vogel, ob Erbinia liebt, die arme Maus, die sich mit Töni vergessen hat, er möchte sie schlagen vor Wut, er möchte vor ihr niederknien, Bini, meine einzige Sage es deinem alten Vater, was er gesehen hat, sei nicht wahr, aber er kann das Kind nicht rufen, vor eigener Scham, sein Herz klagt ihn schreiend an, ich habe sie misshandelt und der Mensch ist wie ein Pferd, das edelste Tier wird, wenn es genug Schläge bekommen hat, störrisch und stürzt sich in den Abgrund. So ist Binia gestürzt, sein herrliches Kind, sein ist die Schuld, er darf ihr nicht mehr in die Augen sehen. Möge dich Gott schlagen, hat er einmal gesagt, und Gott hat sie geschlagen. Es ist schrecklich, eine Umkehr gibt es nicht mehr, nur Eile vor dem Rebellen. Am Sonntag muss der Pfarrer die Ehe Tönis und Binias verkündigen. Ein Glück ist in diesem grenzenlosen Elend, Binia weiß jetzt, dass das Spiel mit Josi Blatter aus ist. Das ist vorbei. Es ist ein furchtbar bleiches Lächeln der Genugtuung, das um die Lippen des Präsi spielt. Josi Blatter bringt er nicht aus dem Kopf. Er ist in Ehren und mit guten Zeugnissen aus der weiten Welt zurückgekehrt. Ja, er ist halt Franzis Sohn, das ist seine geheimnisvolle Kraft. Der Präsi keucht und schwitzt. Da pocht es. Frau Kresens bringt ihm einen Brief, den der Viehhüter Bonzi abgegeben hat. Er trägt die knorrige Schrift des Garten. Der Präsi ahnt nichts Gutes. Erst als Frau Kresens gegangen ist, öffnet er das Schreiben. Präsi schreibt der Garde, ich laufe euch nicht nach, aber wenn ihr zu mir kommen wolltet, so hätte ich ernstes mit euch zu reden. Ich habe die Beweise in den Händen, dass Tönig Rieg an Josi Blatter einen gottlosen Brief geschrieben, die Schrift gefälscht und das Schreiben mit meinem Namen missbräuchlich unterzeichnet hat. Ferner des Gemeinderates an den Konsul in Kalkutta im Postbuch nicht vermerkt und also nicht durch Hospel gegangen sind. Tönig Rieg hat also diese und andere unterschlagen. Ich hoffe, dass ihr nicht Mitwisser des Verbrechens seid. Der Präsi liest den Brief nicht zu Ende. Er neigt das blasse Haupt auf die Seite, seine Hände zucken, er will aufstehen, es geht nicht, mit vorgelegten Armen lässt er den Kopf fallen, aus der Brust des Gerichteten stöhnt es, wie wenn eine gewaltige Eiche sich zum Falle rüstet. Der Sturz einer Eiche. Wer das Bild einmal gesehen hat, vergisst es nie. Es seufzen tief unter der Erde die Wurzel grüfte, es bebt die Krone, die Vögel flattern schreiend heraus, die Käfer kriechen aus der Rinde und rennen davon, quiekend wirkt es in den Stammfasern, als ob sich Jahrhunderte trennen. Es ist ein Knistern und Brechen, ein geheimnisvolles Raunen von Abschiedsstimmen. Das Fallen einer Eiche ist eine ganze Schlacht. Eine wirgende, ächzende Schlacht ist in dieser Stunde das Leben des Präsi. Er zweifelt nicht, er wütet nicht, aber sein leises Zittern ist schrecklicher als ein lauter Ausbruch der Wut. Wenn die Eiche vor dem Falle erbebt, so sagen die Holzleute, der Baum redet, der Präsi redet. Mit zuckenden Lippen murmelt er, nein, Garde, Gott weiß es, ich bin unschuldig, Bini, Vogel, meine Ehre und deine Ehre durch einen Schuft dahin. Sein Wort klingt wie eine sanfte, feierliche Knabenstimme. Die dünnen, spärlichen Tränen des Alters Rinnen über seine Wangen. Er merkt es erst, wie sie auf seine Hände fallen. Die Tränen beelenden ihn noch mehr, sechs und zwanzig Jahre hat er nicht geweint, er hat es beim Tode der Bett nicht getan, sondern das letzte Mal, als er Frenzi um ihre Hand bat. Frenzi, Seppi Blatter, stöhnt er, erbarmet euch meiner, ich gebe nach. Ich gebe nach, ich will hinter sich machen, Ja, wenn es ginge, aber sie ist aus Tönis Kammer gekommen. Und das Wort Tönis, wenn ich im Kot bin, seid ihr auch drin, tönt in seinem Ohr wie die Posaune des Gerichts. Da murmelt er in seinen wilden Schmerzen. Für den Rebellen tut sie es schon noch. Doch er hat es kaum gesagt, so rauft er sich das Haar. Nein, nein, das gilt nicht, das habe ich nicht gedacht, er zuckt in der grässlichen Furcht, dass dieser eine schlechte Gedanke schon wieder ein neues Verhängnis zeitige, und die Stunde ist da, von der der Garde gesprochen hat, auf den Knien würdet ihr zur lieben Frau an der Brücke rutschen, wenn ihr Bini nur dem Josi geben könntet und ihr sie friedlich wüsstet. Die Stunde ist da, sie ist gekommen, wie ein Dieb über Nacht. Oh, wie der wilde Präsi zahm ist und betet. Ein schönes Alter, nein, kein schönes Alter. Binias Augen reden, Vater, warum hast du mich in die Hand eines Schuftes gezwungen, und ich hätte glücklich sein können mit Josi Blatter, der ehrenvoll aus der Fremde heim gekommen ist. Frieden, Frieden, wieder sinkt sein Kopf. Er sieht es nicht, wie Frau Kresens angstvoll kommt und geht. Er weiß nicht, wie viele Stunden er in brütender Vernichtung sitzt, er hört es nicht, wie der wachsende Föhnsturm pfeift und an den Fenstern rüttelt. Sein Leib ist lahm, seine Glieder sind gebrochen. Endlich aber steht er schwankend auf. Er nimmt Rock und Hut und steigt die Treppe hinab. Wo ist Bini? fragt er Frau Kresens. Er leidet furchtbare Angst um das Kind. Es ist ihm, es schwebe in drohender Lebensgefahr und doch, nein, er möchte sie nicht sehen, er schämt sich vor Binia und für sie. Sie hat so stark den Föhn im Kopf, sie hat nicht mehr stehen können, sie ist in ihre Kammer gegangen, jammert Frau Kresens. Um tausend Gottes Willen redet jetzt nicht mit ihr. Föhn im Kopf grollt der Prisi dumpf, ich gehe jetzt zum Garden und ich hoffe, dass mir Töni nicht begegnet, sonst muss er sterben. Das letzte sagt der Prisi so fest, Sammen. Was gibt es auch, Präsident, was gibt es? Da schleudert er ihr den Brief des Garden vor die Füße und geht. Allein in der Dämmerung geht er nicht gleich zum Garden, er schwankt ohne zu wissen, was er tut, hinüber zum Neubau, steht eine Weile davor, schüttelt den Kopf und wendet sich wieder zum Gehen. Da hört er plötzlich ein grässliches Lachen. Herr Präsi, merkt ihr es nicht, es kommt ein Wetter. Geht doch lieber zum Glattermüller, dort zahlt einer Wein, so viel man will, und erzählt den Leuten lustige und traurige Geschichten aus dem Bären von St. Peter. Du räudiger Pfaff, schreit der Präsi, er stürzt sich auf den Kaplan und misshandelt ihn. Unter heulenden Flüchen flüchtet der Letzköpfige, er droht, ich will doch einmal mit eurer Tochter tanzen. Das andere versteht der Präsi nicht, zu allem Elend den Hohn, aber warum sollte man mich nicht auslachen, mich, den alten Tor, der sein Kind in die Arme eines Verbrechers gezwungen hat, und der Schuft hockt noch in St. Peter, eine Axt will ich nehmen und ihn erschlagen. Er schwankt nun aber doch zum Garden zu dem schwer beleidigten ehemaligen Freund. Bitter wie noch kein Gang in seinem Leben wird ihm der Besuch. Garde, keucht er, verzeiht mir, und Josi Blatter lasse ich danken, dass er nicht klagt. Mehr wirkt er nicht hervor, der Garde will ihm die Beweise vorlegen, aber ein Blick und der Präsi nimmt plötzlich den Hut und stürmt fort. Beim Garden hat er das Glück gesehen, das innige Familienglück um Vroni, in seinem Haus aber wütet das Unglück. Er stürmt durch die Nacht. Wer nicht ein Dörfler ist, fände jetzt den Weg nicht. Der Föhnsturm sinkt an den Felsen ringsum, er stöhnt, er jauchzt, und die Wolken hangen so tief ins Tal, dass sie das Dorf fast erdrücken. Ferne Lawinen donnern, es regnet in starken tut dem Präsi im brennenden Gesichte wohl. Zuletzt kommt er doch wieder heim, der wirre Mann ächzt, Präsidentin, ich muss zu Bett, ich glaube, es ist meine letzte Nacht, ich habe mein Herz gewendet, aber ich weiß schon, es kommt noch mehr, es kommt noch mehr, grässliche Furcht rüttelt ihn. Früh schon ist der Bären dunkel, einige Stunden später steht im Wettersturm ein Mann im unglücklichen Haus und wie es elf Uhr schlägt, öffnet er die Türe. Bist du es, Töni, kreischt Frau Kresenz, die ihn trotzdem Sturme gehört hat, angstvoll. Keine Antwort. Da rennt sie halb angekleidet die Treppe hinunter. Töni kommt aber schon wieder aus der Postablage und eilt ins Freie. Töni, was tust du, schreit sie angstvoll. Lebt wohl, Tante, Frau Präsident, ruft er, nach der Postkasse fragt nicht, ich gehe nach Amerika und der Revolver ist für Verfolger geladen. Er geht den rechten Weg, knirscht der machtlose Präsi, der sich ans Fenster geschleppt hat. Eine Nacht ist eingefallen, wie man sie im Bergland selten erlebt. Der Föhn fährt in Stößen von den Gipfeln, heiß im einen Augenblick im Nächsten bis ans Mark erkältend. Die Wolken jagen sich, stieben schwarz und schwer über die Hausdächer dahin, die Blitze erleuchten das Tal taghell, die schäumenden Wasser der Glotter erglänzen, dann ist wieder Pechschwarze Nacht. Jetzt spielen die Feuerflammen um die Krone, der Firn funkelt und leuchtet, unaufhörlich knattert der Schnee und Eisbruch im Gebirg, an den Bergwänden verfängt sich der schmetternde Donner, rollt und grollt, das Krachen der frischen Schläge wird verstärkt durch den Wiederhall der Vorangehenden und rings im Gebirg sind die Runsen los. Die Berge wanken, es ist, als ob was tausend Jahre fest und starr gewesen ist, plötzlich lebendig würde und wandern müsse. Es ist ein Bild wie Weltuntergang. Die Wetterglocken von Sankt Peter wimmern durch den Aufruhr der Elemente. In allen Häusern brennt Licht, um den Tisch sammeln sich bleiche Gesichter, in den Händen der Beter beben die Kruzifixe und selbst die Gottlosen falten die Hände und seufzen Herr, Herr. Es ist eine Totennacht, flüstern die Älpler. In dieser Nacht steht nach uralter Sage ein geheimnisvolles im Bergland begrabenes Kriegsvolk auf und zieht zur Heimat. Da darf niemand ins Freie blicken, denn wer die Reiter sieht, wird vor Schrecken siech. Es donnern die reitenden Boten, gebt Raum für das irrende Heer, es fahren die Goten die Toten vom Bergland ans heilige Meer. Frau Hulda auf leuchtendem Schimmel sprengt jauchzend den Reitern voran, sie ziehen auf der Erde, am Himmel, sie kämpfen und brechen sich Bahn. Von reisigen Vätern und Söhnen wallt klirrend der Herzog durchs Tal. Die Trommeln, die Hörner erdröhnen, sie reiten in brennender Qual, schaut allen, die fahren und fliegen, strömt aus den Wunden das Blut, die weinenden Mütter, sie wiegen im Arm die erschlagene Brut. So reiten und ziehen die Goten, der schallende Hornruf ergellt, hu heu hu heu wir Toten sind Herren der lachenden Welt. In dieser Nacht schwitzt der Präsi Blut. Es kommt noch mehr, es kommt noch mehr. Ja, Herr Präsi, es kommt noch mehr. In dieser Nacht stehen im Teufelsgarten eng aneinander geschmiegt zwei Liebende und zärtlich spricht der junge Mann Bini, weil ich dich rein erfinde wie einen Tautropfen will ich das große Gelübde meiner Jugend halten. Josi, es tönt wie ein kleiner Schrei, Josi, mein Held. Sie umarmen sich, sie küssen sich, sie flüstern es einander selig zu, dass es kein Leben mehr gibt als eines im anderen. In dieser Nacht flieht ein Mann, den das schlechte Gewissen jagt Tal aus. Wie er am Teufelsgarten vorbeirennen will, zuckt eine Blitzschlange durch die Glotterschlucht und erleuchtet sie taghell. Er sieht das eng verschlungene Paar. Aus dem Revolver blitzen die Schüsse, die Kugeln zischen, die Schlucht wird dunkel, am Glottergrat kracht es, und ein gewaltiger Donner erstickt die Stimmen eines Kampfes, der im Teufelsgarten wütet und übertönt den Sturz eines Mannes, der in der Glotterschlucht versinkt. Im ersten Morgengrauen geht das Liebespaar blass und eng aneinander geschmiegt den Stutz empor und der Mann flüstert dem bebenden Mädchen zu. Arme Bini, das habe ich nicht gewollt, so elend müssen wir sein, nun mag uns Gott helfen. Wie er es sagt, schließt juhlend Kaplan Johannes am Weg Rand auf. Ho, ho, Rebell und Hexe, lacht er drohend, ich komme auch an eure Hochzeit. Und während des Männerkampfes im Teufelsgarten ist die Wildleutlawine gegangen. Ende von Abschnitt 16 Gelesen von Eva K. Abschnitt 17 von An Heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 17 Die Wildleutlawine ist gegangen. Man hat es in dem Aufruhr der Elemente zu Sankt Peter kaum bemerkt, aber der Morgen bringt die erschreckende Kunde und heute ist Wassertröstung Losgemeinde. Ein Mann muss auf Leben und Sterben an die weißen Bretter steigen und geheimnisvoll waltet das Los. Der Sturm der Nacht hat sich gesänftigt, der Himmel hat sich gereinigt, mit unschuldigem Kinderlächeln schaut er auf die Welt und der Föhn, der gewaltige Geselle schmeichelt um die ergrünenden Berghalden wie ein verliebter Bursch, der von seinem Mädchen Blumen bettelt. Die goldenen Primalsterne leuchten auf den Matten, die Enzianen öffnen die blauen Augen. Die von St. Peter achten es nicht, die Sorge hält ihre Augen. Der Tag entwickelt die alten Bilder, aus der Runde reiten die Bauern auf ihren Maultieren zur Kirche, sie tragen die dunkle Tracht und die Frauen und Töchter drehen im Reiten den Rosenkranz. Finster feierliche Ruhe waltet, tiefer als je an einer Wassertröstung. Da und dort grollt es flüsternd, schon nach elf Jahren merkt ihr es und die dumpfe Antwort lautet Ahorn. Durch die ganze Gemeinde schleicht das Wort. In zwölf Wochen spätestens sollen Bären und Krone brennen. Wie einsam steht der Bären, das schöne alte Wirtshaus. An die Stangen vor ihm bindet kein Bauer sein Maultier an. Frau Kresenz tritt ein paar Mal angstvoll unter die Türe, aber die ziehenden reiten grußlos vorbei und stellen die Tiere vor die Häuser der Verwandten oder vor die Glottermühle. Verfemt ist der Bären. Nein, wie die Glocken zu Leuten anheben, schreitet wie ehemals der Gemeinderat in würdigem Zug die Freitreppe hernieder, voran der Weibel mit der silbernen Losurne, dann der Präsi und der Garde, der den Federnhut das Schwert und die Binde trägt. Die Männer sind von der Wichtigkeit ihres Amtes ganz durchdrungen. Der kurze Garde ist frisch, aus dem grauen Bart schauen gesunde rote Wangen, die klugen und guten Augen unter den buschigen Brauen sind hell. Der Präsi jedoch, der wohl um den Kopf größer ist, schaut abgezehrt aus, und die paar mächtigen Furchen im glatten Gesicht scheinen noch länger, noch tiefer geschnitten. Man würde glauben, er wäre von den beiden der Ältere, wie er aber so mit den anderen ist halt doch der Präsi. Als letzte fast treten Josi und Eusebi, die sich von Vroni verabschiedet haben in die Kirche, jene ruhig, aber bleich. Die Neugier der Dörfler, die nach ihm sehen, ist ihm zuwider. Mit einem seltsamen, sorgenden Blick begleitet Vroni den Bruder. Er hat kein Wort von Beate Indergant erzählt. Blass, müde und stumm ist er im Lauf Jetzt geht er am Ende noch als Freiwilliger an die weißen Bretter, denkt Vroni. Kaum ist so ein lieber Bruder da, hat man schon wieder seine Qual um ihn. Der Weibel riegelt die Türe vor den Weibern zu, die betend und jammernd im Kirchhof knien. Mitten unter ihnen kniet toten Pfahl Binja. Ein Zittern läuft durch ihren Körper, mit der schmalen Hand stützt Sie zuckt Todesgedanken und sie ist noch so jung. Aber was ist nicht im Teufelsgarten entsetzliches geschehen? Und steht dort nicht lächelnd der grässliche Kaplan? In der Kirche hat sich der Gemeinderat um den altertümlichen Altar gestellt und der Präsi spricht das heligen Wasser Gebet. In den geschnitzten Stühlen harren 117 Bürger den dunklen Filz vor dem Gesichte und beten es mit. Nun sinken die Hüte und wie aus Erz gegossen ein feierliches Antlitz am anderen stehen die Männer. Durch die gelben roten blauen und grünen Scherben welche die heiligen Figuren in den Fenstern zusammensetzen fallen die farbigen Bündel der Sonne in den gold durchsponnenen Raum und zeichnen dem einen ein gelbes dem anderen ein rotes blaues oder grünes Mal auf das Kleid und von draußen rauschen die brünstigen Gebete der Frauen. Nun redet der Präsi und jeder spürt es so schön so warm und eindringlich hat er noch nie gesprochen. Jeder denkt es ist ein Elend dass man diesem Manne ein Leid antun muss wie spricht er furchtlos in die 117 unter denen kaum einer ist der ihn nicht grimmig hasst wie wenn er es nicht wüsste so frei steht er da und doch weiß er es er hat gewiss eine Ahnung vom Ahornbund nur nachgeben kann er nicht darum muss man den Bären verderben jetzt verkündet er die alten Satzungen und fragt ob sich niemand freiwillig meldet so ein Knechtlein wäre oder sonst einer geringen Standes der liebt ein Mädchen und der Vater will es nicht zugeben so mag er sich melden an die weißen Bretter steigen für seine Liebe und der Gemeinderat wird ihm Freiwerber sein Schweigen So Schweigen jeder 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 Männer hebt seinen Filz vor den Mund das Summen des Vater unsers füllt den Raum der Präsi hebt den Losbecher spricht sein Gebet darüber verschließt ihn mit dem silbernen Deckel rüttelt ihn und wendet ihn dreimal feierlich das gleiche tun der Garde und die folgenden Mitglieder des Gemeinderates und der letzte der es tut stellt den Becher wieder auf den Altar Der Präsi spricht mit lauter klarer Stimme In Gottes in Jesu Christi in der Jungfrau Maria in St. Peters und aller heiligen Namen so wollen wir losen und erhebt den Deckel der Urne ab Da formt sich bankweise der Zug zum Altar Mann hinter Mann schreiten sie feierlich heran die von St. Peter nur die Alten und Presthaften bleiben zurück Am Altar tut jeder einen Stoß seufzer langt in die Urne und von den Stufen hinunter bewegt sich der Zug zurück in die Stühle dort betet jeder wieder in seinen Hut und öffnet sein Los den letzten Gliedern der Gemeinde folgt der Gemeinderat und das letzte Los nimmt der Präsi selbst Langsam und feierlich vollendet sich die Zeremonie kaum mit einem Laut verrät sich die grenzenlose Spannung die über der Gemeinde liegt denn es gilt als ein Zeichen der Schwäche sich hastig oder neugierig zu zeigen oder Freude zu äußern wenn die schreckliche Zahl glücklich vorbeigegangen ist doch leuchtet jetzt manches Auge mutiger in Gottes in Jesu Christi in der heiligen Jungfrau Maria in St. Peters und aller heiligen Namen der den das Los getroffen hat mag stehen bleiben alle anderen setzen sich nur der junge Peter Tugi ragt einsam aus ihnen jede Farbe ist aus seinem Gesicht gewichen Peter Tugi habt ihr das los fragt der Presi feierlich ja sagt der junge Mann es klingt wie ein Schluchzer seine junge Frau ist ihm kürzlich gestorben er steht mit zwei Kindern und dem alten Großvater allein ist aber sonst fast mit dem ganzen Dorf verwandt und nicht mittellos in einen seltsamen klagenden Laut löst sich das Erbarmen der Männer aus ein feierlicher Augenblick Da schnellt Josi Blatter aus der Menge auf Presi und Gemeinderat darf ich reden fragt er bewegt Sprecht Blatter sagt er Presi indem er den jungen Mann neugierig doch mit warmer Achtung misst Josi errötet und verwirrt sich unter den vielen Blicken die verwundert und misstrauisch auf ihn gerichtet sind Will er an die Stelle Peter Tugis treten Er schluckt ein paar Mal unsicher zuerst dann immer fester redet er Herr Presi ihr Gemeinderäte und Bürger von St. Peter obwohl ich nur ein schlichter Mann und erst vor wenigen Tagen aus der Fremde zurückgekehrt bin wage ich es zu euch zu sprechen meiner Lebtag hat es mich beelendet wie mein Vater selig an den weißen Brettern gefallen ist ich bin in der Fremde Felsensprenger gewesen und wenn ihr es zugebt und mir die nötige Hilfe leistet so will ich von jetzt an bis zum Allerheiligentag für die heligen Wasser eine Leitung durch die Felsen der weißen Bretter führen dass alle kennel überflüssig sind und die blutfrohen von St. Peter lösen es ist die Erfüllung eines Gelübdes für ein großes Glück das ich erlebt habe und ich tue es ohne Lohn mächtige Bewegung man hört dumpfes murren was er sagt kann niemand tun und halblaute Rufe Prahler Groß Hans Gottes Lästerer der Präsi aber donnert lasst ihn reden Josi Blatter ihr habt das Wort es gibt jetzt ein weißes Pulver fährt Josi fort das ist wohl hundert mal stärker an Gewalt als das schwarze und heiß Dynamit man sprengt damit die Wege für die Eisenbahnen durch die Berge und wenn ihr euch draußen in der Welt erkundigen wollt so werdet ihr erfahren dass damit Werke errichtet worden sind gegen die ein Gang durch die weißen Bretter nur ein Spiel ist der Bock hier älbler ruft einen tunnel habe ich auch schon gesehen andere stimmen sagen hört vielleicht hat der plan doch hände und füße wieder andere grollen nichts neues in St. Peter wir haben am alten genug dritte drängen nur reden und vierte mahnen drohend nein abhocken Rebell so schwirren die Rufe da mahnt der Garde er hat das Wort vom Präsi der Bock hier älbler ruft aber er kommt nicht durch die wild leut furren josi blatter fährt fort durch die wild leut furren baue ich eine mauer setze den kanal darauf darüber ein starkes steiles dach aus den dicksten balken darüber ein zweites wasserdichtes aus steinplatten die ich mit Zement einem gelben pulver verbinde ich lehne das dach dicht an die felsen der furren die ich ein gutes stück empor so verbauen will dass die lawine keinen angriff findet wenn sie kommt und dass sie machtlos über die steinplatten niederpoltern muss trägt man zu dem werk ein wenig sorge so hält es tausend jahre es scheint er versteht etwas lasst euch nicht ein das ist aufruhr und todsünde er ist noch der alte rebell verwirren sich die stimmen eine unbeschreibliche erregung herrscht in der kirche das klopfen der geängstigten frauen das durch die schwere türe dringt vermehrt sie josi kann vor dem lärm um ihn nicht weiter reden fast hoffnungslos sitzt er ab da reckt sich der presi machtvoll mit funkelnden augen und mit glührotem kopf vor der gemeinde auf ihr männer von st. peter spricht er mit zwingendem klang der stimme wir wollen das angebot josi blatters nicht leicht nehmen er hat von den ingenieuren der englischen regierung in über 100 man und die engländer sind ein tüchtiges volk prüft also das großherzige anerbieten es handelt sich wenn das werk gerät um eine wunderbare wohltat für uns unsere kinder und kindes kinder weil aber die angelegenheit so wichtig ist so meine ich die gemeinde sollte eine abordnung in die stadt schicken und beim regierungsrat fragen was vom plan josi blatters zu halten sei ohne ihn können wir nicht vorwärts gehen er müßte auch zwischen uns und den äußeren gemeinden vermitteln dass die heligen wasser einen sommer lang still stehen dürfen wir wollen aber rasch handeln damit wir in acht tagen wieder gemeinde halten und entscheiden können ob wir das werk annehmen oder nicht ich weiß dass ihr mir alle grollt aber Gott im Himmel weiß es auch wenn ich schon gemeint ich will das amt das ich 20 jahr bekleide vor eurem groll in der maigemeinde niederlegen folgt nur jetzt noch einmal meinem rat nehmt das angebot josi blatters ernst ich bitte euch herzlich darum mit hinreißender wärme mit strahlendem auge zuletzt mit einer bescheidenheit die die herzen bezwang hat der presi geredet und alle verwirrt ist das der hochmütige Mann der dem dorf den harten höhnischen bescheid gegeben hat sein auge sucht josi blatter ein kleines unendlich schönes lächeln geht um seinen mund ein lächeln bei dem josi ist es schmelze der has aller jahre hinweg er ist wonnig bestürzt über den blick nun aber hält der glottermüller mit seiner hohen weiberstimme auch eine rede nur nichts neues die wasserfrohn ist sankt peter von gott auferlegt dass wir nicht übermütig werden in bosheit josi blatter ist ein aufrührer und bleibt ein aufrührer und wie früher gegen das dorf wendet er sich jetzt gegen gott und seinen himmel ich sage nichts neues keine abordnung nichts neues keine abordnung fielen einige ein andere riefen fort mit der blutfrohen peter tugi saß da wie ein gerichteter dem man das leben zu schenken im begriffe steht mithilfe seiner großen verwandtschaft beschloss die gemeinde die abordnung an den regierungsrat zu schicken und bestellte sie aus dem glottermüller zwei weiteren anhängern des alten dem garden und dem bockje elbler der halb an josi blatter glaubte den präsi aber überging die gemeinde in der wahl bis die abordnung über die antwort der regierung bericht erstatte solle peter tugi bei seinem los behaftet sein ein krieg hätte das dorf nicht mehr aufregen können als der präsi höhnten einige grimmig hat uns mit seiner schlangen gescheiten zunge wieder einmal erwischt hütet euch dass josi blatter mit seinem gelübde gerade auf die zeit zurückgekehrt ist wo die wildleut lawine gegangen ist bedeutet etwas ein großes glück oder ein noch größeres unglück meinten andere nach der los gemeinde hat eusebi noch einen gang zu machen vroni wandelt mit josi durch das ergrünende feld und schaut den schweigsamen bruder mit ihren blauen treuen augen traurig doch mit grenzenloser bewunderung an josi sagt sie du bist also der mann der uns geweiß sagt ist in den alten helligen wassersagen die da melden es wird einer kommen der stärker ist als mattes jul und wird sankt peter von der blutfrohen an den weißen ich hoffe es erwidert er mit einem bleichen lächeln o josi versetzt sie es ist schwer dieses mannes schwester zu sein und in den alten sagen steht auch es müsse eine jungfrau über dem werke sterben er zuckt heftig zusammen er schlingt den arm um die hüfte vronis ich weiß nur dass ich mein gelübde erfüllen muss sagt er ernst es ist für bin ja dafür dass sie rein und treu geblieben ist und wenn es sein muss sterben wir beide für das werk aber gewiss nicht eines allein da sieht vroni das grüne feld nicht mehr durch das peter tugi der vom los getroffene mit seinen kleinen kommt er spricht zu ihnen seht das ist der mann der euren vater retten wird er wendet sich zu den geschwistern o josi könnte ich es dir einmal danken was du an diesen kleinen tun willst siehst du vroni sagt josi bewegt und ich kann nicht glauben dass ein segen zuletzt in einem unglück endet wenn es aber wäre so tue ich doch was ich tun muss Ende von Abschnitt 17 gelesen von Eva K Abschnitt 18 von an heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 18 Der Präsi sitzt im Bären auf seinem Zimmer aber es ist nicht der Präsi der das Zünglein der Waage wie schon oft in der Gemeinde Versammlung mit hinreißendem Wort geschwenkt hat er ist ein alter gebrochener Mann seppi blatter fränzi stöhnt er seid ihr jetzt mit mir zufrieden ob das herz entzwei kracht ich habe mich gewendet ich habe für euren josi geredet ich will noch mehr tun ich will ihm zu seinem Werk helfen ich will Frieden Frieden mit euch und eurem Sohne josi den ich geschlagen habe den ich achte und liebe seit er den jungen Mann gesehen hat wie er sich in Bescheidenheit erhob wie er mutig und mutiger redete fasste er es nicht mehr wie er josi blatter jemals hat gram sein können sein plan ist groß wie er ist noch keiner im bergland aufgestanden josi und bin ja wenn's sein könnte aber er brütet wieder da schwankt bin ja zu ihm herein blass müd und auf den schmalen wänglein doch einen schimmer des glücks oh sie ist rührend schön die blasse bin ja sie nimmt die hand des vaters in ihre händchen vater ich danke dir dass du für josi eingestanden bist ein schmerzliches lächeln geht über ihr bleiches antlitz du liebst ihn noch vogel herzens vogel geld ich kann für dich und für josi blatter viel tun sein haupt zittert sie sinkt vor ihm nieder er streichelt ihren scheitel kind ich möchte frieden machen bini ich möchte noch einmal glücklich sein und wenn es nur ein jährchen wäre bini ich wollte deine mutter lebte noch bett mein guter engel ich wäre mit ihr nicht so weit gekommen und das hinter sich krebsen wäre nicht so schwer josi blatter ist ein mann wie ein held ich will für ihn kämpfen wenn wenn mich die von st peter schon nicht in die abordnung gewählt haben so gehe ich doch für ihn in die stadt und ob das dorf mich hasst so bin ich vor der Regierung noch der präsi von st peter soll ich gehen kind ja vater ja herzzerbrechend weint die kniende bin ja bini gemslein hebt der präsi wieder an ich kann deine blassen wangen nicht mehr sehen sie töten mich bini bekomme rote wängelein lass die geschichte von töni nur erst still werden dann nimm in gottes namen josi ich habe ihn lieb und lache wieder einmal mit einem glücklichen kinderlachen binja zuckt und windet sich in qualen des glücks und des elends wahnsinnig küsst sie die hände des vaters dann schaut sie ihn an so rührend so hoffnungslos und ihr stimmchen bebt wundersam vater es ist zum kinderlachen zu spät da wird er in grässlicher angst plötzlich wieder der alte böse präsi er zischt sie an zu spät binja du hast wohl können so eine komödie machen bis du dich zu töni gefunden hast du bist ja doch zu weit mit ihm gekommen nein vater nein es tönt wie ein zersprungenes glöcklein warum bist du denn so blass so hinfällig ich habe es ja selber gesehen wie du aus seiner kammer gekommen bist binja wimmert nur engel wimmerte den man aus dem himmel stieß mutter mutter wie sind wir unglücklich aber geld mutter liebe mutter josis werk kann uns erlösen er der so viele erlöst kann auch uns befreien ich bin an allem schuld und den grässlichen vorwurf des vaters muss ich tragen mutter um des vaters selber willen hilf mir schweigen was binja noch sonst sagt ist stammelndes gebet der presi aber ist noch nicht zu ende mit seinem zorn die furchtbare angst um binja erzeugt seine wut immer neu er rennt hinunter zu frau kresenz er donnert sie an was sagt ihr eigentlich zu der geschichte von den briefen was sagt ihr zu dem elenden gesichtchen meiner bini wohl wohl ihr habt mir mit eurem neffen einen sauberen schuft ins haus gebracht hey frau kresenz gestupst und getrieben habt ihr tag und nacht an mir dass ich bini dem töni gebe und er hat mich getrieben dass ich den verfluchten neubau angefangen habe frau kresenz die kühle und geduldige frau wischt sich wie er nicht aufhört zu wüten mit der schürze die tränen ab präsident sagt sie entrüstet ungerecht bleibt ihr bis ihr sterbt ich habe auf töni den speivogel gar nicht viel gehalten denkt aber an den wintertag an dem ihr mit töni aus freude darüber dass blatter tot sei wie toll getrunken und die gläser miteinander ins leere gestoßen habt zum wohl seppi blatter zum wohl josi blatter du laushund habt ihr da nicht geahnt dass es ein unglück gibt schweigt schreit der präsi entsetzt ihm er ist seiner zunge nicht mächtig er würde sonst frau kräsens nicht so lange haben reden lassen als die todes nachricht falsch war fährt sie fort und blatter wieder schrieb da hat der tor der euch alles von den augen absah gemeint es sei euch ein gefallen wenn blatter tot bliebe er hat den ersten brief unterschlagen dann hat er nicht mehr rückwärts können hat falsch geschrieben und es ist gekommen wie es gekommen ist dass er ein schelm und fremd geworden ist daran seid ihr schuld plötzlich versteht der presi die handlungsweise tönis er taumelt fort er holt im untergarden einen mächtigen karst rennt damit in der beginnenden dämmerung durch das dorf und erschrocken sehen es die von st. peter was hat der presi fragen sie was will er mit seiner hacke er eilt zum neubau der bis zum ersten stockwerk gediehen ist mit wuchtigem arm schlägt er die zinken in mauer und balken er reist vom werk um dessen willen er das dorf bis ins mark beleidigt hat so viel ein als seiner wut nachgibt er lebt in der wilden gier alles zu vernichten was ihn an den unseligen töni mahnt aus scheuer entfernung sehen ihm die maßlos erstaunten dörfler zu er ist letztköpfig geworden meinen die einen die anderen nein seht er hat doch ein herz für uns wie er sich beobachtet spürt stutzt er dann ruft er den näher tretenden zu nehmt von dem verfluchten holz so viel ihr wollt verbrennt es sagt es den armen leuten dass sie's holen mögen bringt der garde kommt und streckt dem presi die hand hin presi etwas besseres habt ihr in eurem leben nie getan gewendet habe ich mich garde sagt er und die dörfler staunen der presi hat sich gewendet wenige lächeln es ist kein spott oder hohn im dorf offen oder heimlich ist ihm jedes herz dankbar wie er den karst auf den schultern mit dem garden durch die frühlingsnacht heimwärts schreitet lüften die dörfler die unter den türen stehen achtungsvoll die hüte vor ihrem presi man kann vielleicht den entsetzlichen ahornbunt abschütteln flüstern sie einander zu und für sankt peter kommt wieder eine bessere zeit und die frühlings sterne die zu schimmern beginnen sehen den zertrümmerten Bau der nie ein Haus geworden ist seltsam seit langen jahren geht durch die brust des presi ein hauch des friedens er wütet nicht mehr nur eine heiße wehmut um binia schleicht noch durch sein herz wie wenn josi blatter sie so stark liebte dass er sie trotz allem was vorgefallen ist doch zu ehren annähme um binias willen muss er josi blatter den weg zu seinem werke leicht machen und den noch zögernden garden überredet er mit dem feuer eines jünglings von der ausführbarkeit des befreiungswerkes das josi plant ohne dass er es weiß hat er dafür schon das beste getan die dörfler sagen wenn das wunder möglich ist dass der neubau des presi durch seine hand zergeht so ist auch das andere möglich dass josi blatters plan gut ist das schwer erschütterte vertrauen in die zukunft erwacht wieder in dem geängstigten dorf es sind so wunderliche zeitläufe in st. peter dass man sich aus dem verschwinden tönig rieks nicht viel macht vor ein paar jahren hat er schon gesagt er gehe nach amerika gestern hat er es beim glottermüller mit dem zusatz wiederholt es sei in der umgebung des presi nicht mehr auszuhalten jetzt ist er halt gegangen und binja wird froh sein einige tage später durchfliegt eine neue kunde das dorf und nimmt alle teilnahme so gefangen dass die von st. peter vor spannung nicht mehr arbeiten mögen die regierung ist mächtig für den plan josi blatters eingenommen der ihn selbst den herren dargelegt hat vor etwa 40 jahren ist einmal ein regierungsrat nach st. peter gekommen und hat der ein weihung einer kirchenfahne beigewohnt seither hat man in der stadt das stille st. peter vergessen nun erlebt es das dorf dass zur zweiten wassertröstung zwei regierungsräte auf einmal kommen die liebenswürdigen gescheiten herren verstehen besser zu reden als der glatzhäuptige glatter müller der quiekende unglücks rabe josi blatter der großherzige mann sagen sie soll sein gelübde lösen die leitung nach den neuen technischen grundsätzen bauen und treulich sollen ihm staat und gemeinde helfen der staat liefert ihm die spreng und baumittel die gemeinde mag sich zu den hilfstagewerken verpflichten die nötig sind ja wenn die regierung dafür einsteht meinen die von st. peter so ist der plan gewiss gut und freudig zeichnen die bauern ihre umsonst ruft der letztköpfige kaplan sein wehe 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 durchs dorf ihm antwortet der jubelnde ruf ab mit der blutfrohen ab ab es lebe josi blatter der felsensprenger das werk ist für uns unsere kinder und kindes kinder eine gute tat sie ist selbst heiliges wasser das befruchtet die unglückstafeln an den weißen brettern werden verrosten die los rufsgemeinde wird eine sage sein frei gibt man die heiligen wasser in der kinder in der enkel hand und der ahorn bund liegt am boden josi hat die herren aus der stadt in den bären begleiten müssen aber jetzt sind sie fort zum ersten mal seit sie vom teufelsgarten kamen sehen sich die liebenden wieder es ist ein schweres wiedersehen aber nun steht bin ja doch so selig so demütig in josis arm und er küsst ihren scheitel bineli mein bineli und josi antwortet sie sie vergessen einen herzschlag lang eine blutende wunde sie sind am ziel ihre stille verlobung von santa maria del lago gilt wieder und er geht jetzt an das werk seiner dankbarkeit auf dem ihre heißen segenswünsche ruhen aber dann freilich ist noch eine tat nötig die fast schwerer als die befreiung sankt peters von der blutfrohen ist die selbsterlösung aus einem schein der schuld den ein übermächtiges verhängnis auf sie geladen hat nur nur ein ferner stern der blinkt steht jenseits der großen dinge vor ihnen das glück einen herzschlag lang atmen sie auf sie hoffen und ihre augen glänzen ineinander da kommt der presi sieht es sieht es er lächelt ihnen glücklich und mit seinem herzinnigsten lachen zu er meint ein wunder zu erleben er schwankt ob er noch an das glauben will was er doch mit eigenen hat das bin ja aus der kammer tönis trat einen blick hat sie jose gegeben so voll wärme voll treue voll reinheit und unschuld wie ihn nur das mädchen findet das sich in seiner liebe treu rein und unschuldig weiß diese entdeckung blitzt wie sonne ins vaterherz jose ist an sein werk gegangen dem er nun bis zur vollendung mehr gehört als der welt da nimmt sie die hand seines kindes bini vogel gemslein dringt er in sie jetzt darfst du's seinem vater schon sagen hast du töni wirklich nie gern gehabt du tust mir furchtbar weh vater antwortet sie schamvoll glaubst du ich dürfte einem so herrlichen mann wie meinem jose in die augen sehen wenn ich mich nicht treu wüsste meinem jose der nur aus dankbarkeit gegen bretter geht weil er mich trotz allem gegenschein treu erfunden hat und im sturm der wallung kann sie nicht mehr schweigen als du mich aus tönis kammer kommen sahst habe ich nur die schlüssel geholt um mich der briefe zu bemächtigen die er unterschlagen hat da sind sie sie reißt die notschreie josis aus dem mieder legt sie vor den vater und will vogel herzensvogel und das hast du nicht gewagt mir zu sagen und hast mich in der verzehrenden angst gelassen du grausame aber jetzt rote wänglein kind binja ist das herz zerspringe ihr sie müsse dem vater mehr und alles verraten sie müsse ihm jetzt auch sagen vater uns ist ein unglück geschehen hilf uns in entsetzlicher not aber das unendliche glück das in seinen augen strahlt schließt ihr den mund o bini bini lacht und jubelt der presi aus beelendung über dich bin ich so rückwärts gekrebst gezittert und gebetet habe ich dass josi sich noch deiner erbarmen möge und nun ist das wunder geschehen dass das kind besser ist als der vater erhoffte jetzt will ich auf ein schönes ruhiges alter mit dir und josi denken ich mag die unruhe nicht mehr ich gebe das fremden wesen auf der presi spricht es in einem taumel des glücks aber bin ja weint bitterlich sie schluchzt vor leid o vater sobald josi sein werk vollendet hat so wollen wir mit ihm von st peter fort in ein fernes land ziehen und dort will ich dein graues haupt hüten und pflegen leidenschaftlich stößt sie es hervor ein sonderbarer gedanke kind hat ihn dir josi eingegeben fragt er ernst und erstaunt nein vater ich mir selbst bebt ihr mund was denkst du spricht er nach einigen besinnen ich kann nicht fort von st peter wer so lange in st. peter gelebt hat wie ich muss in st. peter sterben da schaut sie ihn in unendlicher hilflosigkeit an und geht sie ist ein merkwürdiges kind jetzt wie früher denkt der präsi aber er ist selig über das bekenntnis das sie ihm abgelegt hat er baut pläne des glücks für binia für josi für sich er ist beinahe wieder der alte feuerkopf und er schüttelt den kopf wie ich so lange habe ein narr sein und josi widerstehen können präsident meint frau kräsens wir sollten doch langsam auf unsere vorbereitungen für den sommer denken wenn ihr die krone aufgegeben habt so werden wir umso mehr zum bären sehen müssen er lacht sie nur seltsam an und sagt ja präsidentin ich gehe morgen nach hospel hinaus zu malermeister serbiger er muss mir eine große tafel malen auf der steht pension und hotel zum bären in st. peter sind geschlossen und die tafel lasse ich auf zwei hohe pfähle am eingang des glotterweges aufstellen auch schicke ich einen gedruckten brief an alle früheren gäste dass ich das fremden wesen aus alters rücksichten aufgegeben habe sprachlos schlägt frau kräsens die hände über dem kopf zusammen dann aber jammert sie wenn ihr das tut so gehe ich aus dem haus ich bin es nicht anders gewöhnt als dass ich im sommer eine pension leite und bedenkt doch präsident wie man euch wenn ihr jetzt dem dorf so stark nachgebt auslachen wird gotts donner präsidentin zürnt er ob ein paar kälber lachen oder nicht darauf kommt es mir nicht an aber euer neffe herr töni hat mir das sommerleben verleidet ich will jetzt ein wenig glücklich sein frau kräsenz aber ist unglücklich eines tages erscheint der kreuzwirt von hospel im bären die männer rechnen im frieden die reingewinne aus den büchern des gasthofes während der letzten zehn jahre aus ein drittel der summe zahlt der präsi frau kräsenz in banknoten vor und legt aus eigenen stücken noch tausend franken drauf da präsidentin ist euer anteil die großmut in dingen des geldes gefällt dem kreuz wird schwager sagt er es tut mir leid dass es so ungeschickt hat gehen müssen wäre ich bei den hospelern gewesen die den zigarren rauchenden töni hoch auf der post über den pass haben fahren sehen hätte ich ihn herunter gelangt und ihm eine tracht ohrfeigen mit nach amerika gegeben dem lausbuben der seinen nächsten verwandten nicht einmal ein lebewohl und es ist mir leid gesagt hat binja die den rechnenden eben noch eine erfrischung bringt muss sich an der stuhllehne des vaters halten töni über den dass ihr tag und nacht mit fürchterlicher deutlichkeit vor den sinnen steht nur ein böser traum herzlich dankt sie der stiefmutter die nie hart gegen sie gewesen ist und der kreuzwirth und frau kresenz reiten gerade so vom bären wie sie vor elf jahren zugeritten sind eine ziemlich friedliche ehe die auf ein gemeinsames blühendes geschäft aufgebaut worden ist hat ein friedliches Ende gefunden der wo er vor elf jahren stand der bären ist wieder ein dorfwirts haus mit binia und einer magd haust er allein aber er ist es zufrieden er spürt nichts von heimweh nach dem lebhaften treiben der früheren sommer nach dem kühlen lächeln der frau kresenz er lebt ganz in binia dem wiedergefundenen kinde und der bären ist nicht öde aus der weiten umgegend kommen leute die von dem wunder werk gehört haben das an den weißen brettern im glottertal ausgeführt wird sie reden bei ihrem schoppen kluges und töricht darüber tun sie das letztere dann zuckt es um die brauen des präsi ta 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 wenn jemand von einer sache nichts versteht so soll er nicht darüber sprechen letzte woche sind die ingenieure der regierung da gewesen sie sagen das werk sei vortrefflich auch die dörfler kommen wieder in den bären wie eine ferne drückende sage liegt der ahorn hinter ihnen sie begegnen dem präsi mit jener hoch achtung die das beschämte unrecht für den gegner hat der edel nachgibt sie freuen sich über den sommer der wie einst in friedlichen prächten ins tal zieht der garde und der präsi die wieder versöhnten freunde sprechen mit wahrer erhebung von josis werk in der größeren wildleut fuhre ist die mauer schon erstellt die leitung darauf gelegt das schutzdach aus holz und stein gebaut die furre selbst hoch hin aus geebnet und in der kleineren wildleut furre geht die arbeit auch bald zu ende an einem kranseil das vom glotter weg bis in die entlegene höhe der helligen wasser reicht steigen hilfsarbeiter schweben die hölzer die deck platten die zementsäcke zu josi dem befreier empor dynamitfuhre um dynamitfuhre kommt und josi baut jetzt den wasserweg durch die weißen bretter selbst er ist von der sonne braun gesenkt er ist abgezehrt von der arbeit aber er liebt die mühe und die große beständige lebensgefahr die sein werk mit sich bringt wer um sonnenaufgang von st. peter nach hospel geht hört sein hämmern in der fernen höhe wer gegen sonnenuntergang von dort zurückkehrt hört es noch wenn das abemaria glöcklein von st. peter verklungen ist wenn das letzte sonnenrot an den firnen zergeht dann hallen seine sprengschüsse durch das tal im widerhall ertönen die bergwände heraus herein durch das gebirge rollt das echo und wenn man es schon lange gestorben glaubt erwacht es noch einmal grollend in einem fernen schlund des gebirges zum wohl garde trinken wir eins auf josi lacht der bärenwirt präsi jetzt werdet ihr wohl keine bösen träume mehr haben erwidert der garde froh nein ich fasse es nicht mehr wie ich mich einmal über ein dummes träumchen habe ängstigen können sagt der präsi um den eine ganz neue welt gesponnen ist ich zähle im kalender die Leben jauchzt ein hoffnungsvolles lächeln geht über das gesicht des präsi wie der garde aber nach hause stoffelt seufzt er und ist nachdenklich auch er zählt die tage bis aller heiligen aber aus einem anderen grund mehr denn zehn jahre hat der präsi gewütet in gewaltsamkeit und ungerechtigkeit wie ein übermensch eines tages nun fällt ihm ein glücklich zu sein aber steht nicht drohend hinter diesem glück und um den liebesbund josis und binjas schwebt auch etwas so übermenschliches um diese rührende hingabe um diese hohe treue von langen jahren her kommen wohl josi und binja das herrliche paar wie noch keines im bergland gewachsen ist ein held der tat und eine heldin der treue zum ziel so fragt sich der garde sorgenvoll und traut dem dorffrieden nicht josis werk ist zu schwer zu wuchtig für das kleine sankt peter wohl hat es als die regierung seinen plan gut geheißen hat josi zugejauchzt und wenn einzelne gegner wie der glottermüller übrig blieben so schwiegen sie aber seit dem tag da die von der regierung gesandte dynamit fuhre kam regte sich im volk wieder abergläubische furcht alle selbst die frauen eilten damals hinaus in den teufelsgarten um den pulverwagen zu sehen das von vier gendarmen bewachte fuhrwerk das eine schwarze fahne mit der aufschrift dynamit trug erschreckte sie aber es sei ein mächtiger sarg gewesen jammerten sie umsonst erklärten die militär pflichtigen männer es sei ein militär caisson die vorstellung des sarges ist geblieben und ein sarg bedeutet unglück die weiber wollten nicht mehr zugeben dass die männer brüder und söhne die zugesagten arbeiten leisten einzelne bürger zahlten die versprochenen tagewerke in geld andere blieben einfach aus die hilfe die josi braucht fehlt er stand mit seinem so glücklich begonnenen werk allein und in der großen Verlegenheit erbat sich der gemeinderat ersatz von der regierung unter der führung eines aufsehers kam wirklich eine schar hilfsarbeiter ins tal und richtete sich im schmelzwerk wohnlich ein aber die kolonne die hell und dunkel gestreifte kleider trug und in der es verwegene rohe gesichter genug gab gefiel denen von st peter nicht das wort zuchthaus sträflinge flog durch das dorf es erzeugte einen sturm der furcht und erbitterung denn sitte war es bis jetzt gewesen dass an den heligen wassern nur rühren durfte wer in bürgerlichen rechten und ehren stand und selbst der bedächtige und nüchterne garde wurde zornig über den schimpf den die regierung den heligen wassern durch die entsendung der sträflingskolonne angetan der gemeinderat ersuchte die herren um die zurückziehung der mannschaft die sträflinge verließen das glottertal dafür berichtete die regierung zurück die von sankt peter mögen nun selber zuschauen wie sie mit dem werk an den weißen brettern fertig würden als der bescheid im dorf bekannt wurde war man gewaltig empört das sind die herren die so schön haben reden können jetzt wollen sie nichts mehr wissen von dem verbrechen das an den weißen brettern begangen wird über das dynamit das josi bei seinen sprengungen brauchte kamen immer entsetzlichere gerüchte in umlauf eine spur teufels salz so groß wie eine prise sei so stark dass man damit einen ganzen berg in den himmel sprengen könne die königs und fürstenmörder brauchen es aber bevor es einer anwenden könne müsse er schon einen menschen umgebracht haben sonst würde ihm das salz die hände durchfressen josi blatter jedoch das haben einige zuverlässige männer gesehen ist so gefeit dass er die patronen in den säcken und taschen seines kleides herumträgt ohne dass ihm das mindeste geschieht also muss auch er jemand getötet haben das gewand voll teufels salz so sagen die dörfler steigt er am sonntag von den heligen wassern hernieder nach st peter und bis auf wenige haben sie alle ein grauen vor dem gelassenen mann der sich um sie nicht kümmert sein erstes ist ein guter tag in dem bären dann geht er den bräuchen des tales treu zur kirche nach dem gottesdienst zum garden und froni und bleibt bei ihnen in den nachmittag hinein allein eine hoffnung fronis geht nicht in erfüllung sie hat gemeint er würde ihr nun viele merkwürdige dinge aus dem wunderland indien erzählen aber es ist als wäre das schweigen der einsamkeit in der er die woche lang arbeitet auf ihn übergegangen nur sein blick ist warm sein trockenes lächeln herzinnig wie immer und gegenüber allen sorgen des garden um das werk bewahrt er eine stille freudige zuversicht auch ohne hilfsarbeiter versichert er werde ich es auf alle heiligen vollenden am liebsten spielt und scherzt er mit jose man sieht es das büblein ist ihm lieb und wenn vroni den beiden zuschaut dann erkennt sie in josi dem unheimlich starken mann den tröstlichen knaben wieder mit dem sie und binja die jugend durchlacht und durchspielt haben am nachmittag geht josi in den bären zu binja bebendes glück ohne diese stunden müsste binja sterben wie ein vogel ohne sonne und luft oh wie ist der vater lieb zu josi wie verstehen sich die beiden männer gut der alte feuerkopf und der junge ruhige mann der presi ist noch viel stärker für josi als je für töni unglückseligen angedenkens eingenommen die beste flasche aus dem keller und der beste bissen aus der küche des bären wandern mit bonzi dem viehhüter der vronis ländliches essen auf die arbeitsstätte josis schafft zu den heligen wassern empor und bei jeder sendung des vaters liegt ein wort von binja herzlieber josi es hat manchmal zeiten gegeben wo ich mir den kopf zerbrach wozu denn die ungestüme törichte bini auf der welt sei jetzt aber weiß ich es um den herrlichsten mann im bergland ein wenig glücklich zu machen wenn es kein mensch weiß so zerspringt mein herz doch schier vor stolz dass du wegen der tollen unnützen bini die blutfrohen von saint peter nimmst wenn ich schon gestorben bin so denke ich es doch noch josi hat es für mich getan und ich weiß es du bist stark so stark dass du lieber josi du tust nichts wobei nicht mein herz und meine seele wären von ihm kam zwar kein brief zurück aber wenn es dunkel geworden war sah man in einem der felsen fenster die josi von seinem tunnel her gegen das tal geöffnet hatte ein licht das bedeutet gute nacht liebe bini und wenn das licht schon lang verschwunden ist so steht sie noch am Fenster staunt in die stille und denkt mit gefalteten händen an josi was im teufelsgarten geschehen ist kommt ihr nicht mehr so grässlich vor dass sie deswegen nicht ein wenig lächeln dürfte wenn sie an josi denkt es ist kein verbrechen es ist nicht einmal eine tat des zorns es ist nur ein unglück geschehen welche mäßigung hat josi in dem entsetzlichen kampf bewiesen wie übermenschlich ruhig ist er darin geblieben sie hat sich vor ihm gerechtfertigt sie steht selig in seinem arm da zuckt ein langer blitz auf und ab in überirdischem licht erglänzen die firnen des glotter grats und vor ihnen steht töni die kugeln seines revolvers zischen um ihre köpfe sie schreit im gleichen augenblick aber hat josi auch schon die waffe aus tönis hand auf den weg geschlagen dann liegt dunkelheit in der schlucht wie aber wieder eine blitzrute durch das tal fährt ist töni in der macht josis der ihm die arme eisern umklammert hält grieg ruft er sei vernünftig und lass uns in ruhe du weißt dass ich ältere rechte auf binia habe als du ich klage wegen der briefe nicht gegen dich aber gib frieden und sie kniet vor dem gefesselten burschen sie fleht töni um gottes willen mache dich und uns nicht unglücklich er faucht eine weile unter josis überlegener kraft dann stöhnt er lasst los lasst los blatter ich gebe nach da gibt ihn josi frei der unglückliche rafft im fliehen seinen revolver auf er eilt über die brücke aber wie sie noch stehen kehrt er mit der frisch geladenen waffe zurück und schießt wahnsinnig in die finsternis ein blitz dunkelheit josis eilt auf töni los der will fliehen wieder ein blitz da rennt der flüchtling quer über die straße und der irrende versinkt vor ihren augen in die glotterschlucht aus unglücklich im herzen schreit josi krieg kann geht sie erleben einen langen langen augenblick wo sie meinen das weltende sei da und wie sie ihrer sinne wieder mächtig sind suchen sie voll verzweiflung töni können aber keine spur mehr von ihm entdecken ein unglück ist geschehen aber kein verbrechen es ist an josis nichts ungerechtes es war nur so grässlich zu sehen wie töni versank josis war in jenem grauenden den fall anzeigen dann besann er sich wieder zuerst kommt das gelübde dann das recht der menschen so ist gegangen warum sollten sie nicht doch noch glücklich werden können ihre gewissen sind rein aber fort fort von st. peter hier kommen sie vor dem schrecken jener nacht doch nie mehr zur ruhe in der fremde aber ist es schon möglich dass sie ihr kinder lachen wieder findet mit vorsichtigem wort tippt sie tag um tag am vater dass er den bären verkaufe dass er mit ihr und josi in die ferne ziehe alles hier mahnt mich an töni redet sie ihm mit flehenden augen zu aber ich verspreche es dir vater draußen will ich wieder lachen wie ein kind und glücklich oh so glücklich sein und seltsam die furcht vor töni wirkt ansteckend auf den präsi ihm ist er müsse dem geflohenen noch ein opfer bringen er beginnt sich den verkauf des bären zu überlegen und während der bann der schrecklichen nacht langsam von binja weicht schleicht es sich langsam aber mit aller macht ins bewusstsein des präsi dass er mit töni noch nicht fertig ist manchmal ist es binja sie müsse den vater über das schreckliche ereignis der wetternacht ins vertrauen ziehen aber dann hat sie wieder das sonderbare gefühl sie würde ihn die letzte ruhe rauben er weiß es ja nicht dass sie getrieben von der übergewalt einer grenzenlosen liebe die selbst die toten nicht fürchtet draußen im teufelsgarten gewesen ist einmal als Josi wieder kam brachte er berg zu mehr als zwei dritteln vollendet sei und man jetzt auf der näheren seite ohne gefahr in den felsengang eintreten und durch die felsen der ersten zwei bretter und über die wild leut fuhren wandeln könne da gab ihm bini einen glühenden kuss und ihr kleiner schrei josi mein held verriet ihre freude über die meldung sie und der vater beschlossen josi am anderen tag an den weißen brettern einen besuch zu machen da klangen die kirchenglocken als sie aber mit gesenktem köpfchen das beetbuch das weiße tüchlein und den rosenzweig in den händen sitzsam die kirchhoftreppe emporschritt wichen links und rechts die frauen zurück das teufelsmädchen das dem rebellen den daumen hält der überraschten binja entglitt das beetbuch und es fiel zu boden seht ihr es dass sie eine teufelin ist sie kann das beetbuch nicht mehr halten riefen die weiber vroni hob der erschrockenen das silber beschlagene büchlein auf binja ich bleibe bei dir weiter ging binja den dornen weg doch jetzt erhobenen hauptes mit glühenden wangen blitzenden augen vroni sagte sie gehe von mir es könnte auch dir schaden sie tritt in die kirche sie will sich in die kleine bank setzen wo das wappen der seligen mutter ein steinbock gemalt ist da tritt die glottermüllerin das hässliche scheinheilige weib vor sie speit mit zahnlosem mund finger auf den nassen fleck am boden und sagt das band darüber hinaus kommst du nicht hexe und richtig bin ja weicht zurück hey seht schreit die glottermüllerin sie ist eine teufelin ja sie hält dem rebellen an den weißen brettern wirklich und wahrhaftig den hexendaumen da ist josi plötzlich an bin jas seite ihm ist es nicht besser ergangen die Männer haben die fäuste gegen ihn geballt nun reicht er ihr vor der ganzen gemeinde die hand komm bin ja wir gehen wieder und den kopf zurückwerfend sagt er schämt euch ihr unvernünftigen von st. peter damit wendet sich das paar am altar steht aber schon das weiße heilands kreuz auf auf der dunklen sutane der greise pfarrer er erhebt das kleine hand kruzifix tritt schwankend vor und spricht mit der gebrechlichen meckernden stimme und dem wackelnden kopfe des hohen alters josi blatter und bin ja waldisch im namen gottes und alle heiligen bleibet ich schütze euch mit dem heiligen kreuz ihr aber von st. peter hütet euch in euren hütten und häusern geht ein alter heidnischer teufelsglaube um der nach opfern schreit ihr seid eine unchristliche räudige rotte geworden und gehorcht dem bals pfaffen johannes mehr als der heiligen kirche ich euer rechtmäßiger pfarrer sage euch wenn ihr ihr tollen von st. peter nicht aufhört mit eurer bosheit so lege ich die siegel der kirche an dieses gottes haus an eure glocken ich verweigere euch die sakramente und ein christliches grab leben und sterben sollt ihr wie das wilde tier wer von euch am aber glauben hängen bleiben will verlasse in seinen stuhl zurückgesunken erwartete der alte priester seine gebete murmelnd die wirkung seiner worte doch auf der seite der männer sah er nichts als finsteren trotz auf der seite der frauen herrschte das heulen der furcht erst nach einer weile begann er noch zitternd vor erregung den gottesdienst als der präsi hörte was für einen schimpf man seinen Kindern zugefügt hatte wütete und tobte er gegen das dorf wie in alter zeit keiner außer dem garden bekommt im bärenmeer einen trunk von heute an ist er kein wirtshaus mehr dem pfarrer aber seinem ehemaligen feind ging er mannlich danken am anderen tag stieg er den grünen asersack an der knorrigen hand mit binja hinauf durch die alpen wo das vieh zum abzug rüstete es war ein sonniger und klarer tag binja hatte wieder rote wänglein ihr glückliches kinderlachen erwachte für einen augenblick wieder und läutete über die enzianen dahin und im arm trug sie die bergastern um das werk josis zu schmücken anmerkung des herausgebers asersack schweizer deutsch sack für den mund vorrat ende der anmerkung der präsi baute luftschlösser ja den bären will er verkaufen auf die zeit wo josi sein gelübde gelöst hat seine kapitalien flüssig machen und dann dem zug des glückes und der liebe folgen josi sagt er zu binja wird in der weiten welt schon ein schönes plätzchen für uns wissen unter dem törichten volk von st. peter ist es mir verleidet sie erreichten die höhe der heligen wasser sie standen am eingang der weißen bretter wo die trübe flut die aus dem hintergrund des tales kam durch einen kennel abgelenkt in eine runze floss und in lustigen bächlein in die blauen tiefen des glottertals niederschäumte mit heiligem schauer betrat binja den felsengang josis der sich manns hoch wölbte und der presi betrachtete das werk in bewunderung anderthalb fuß breit und einen fuß tief zog sich am grund des stollens der neue wässer wasser graben dahin neben ihm ein genügend breiter erhöhter felsen weg für den garden die wände waren mit hammer und meißel ausgeglichen und die risse des gesteins mit zement ausgegossen da und dort fiel durch ein felsen fenster ein bündel tageslicht in das stille halbdunkle gestein nun schritten sie unter dem balkendach der wild leut fuhre weiter durch das mittlere weiße brett wieder über die wild leut fuhre da sie da horch im dunkel vor ihnen glüht ein roter lichtfunke und tönt hammerschlag an das gestein hingeknäuelt arbeitet josi im schein der grubenlampe ein kleiner ruf binias er lässt das werkzeug fallen bini meine bini vater gott willkommen die schöne feine bini hat josi zu ehren ihr bestes kleid angezogen sie steht in den händen den strohhut um den sie zum schutz ein weißes tüchlein geschlagen hat demütig erglühend vor dem bestaubten felsensprenger der im schlechtesten gewand bei der arbeit ist da errichtest du wirklich ein werk der wohlfahrt für die ewigkeit josi grüßt der presi im vater stolz ein paar stunden weilt der freundliche besuch in der sonnigen höhe am eingang des felsen kanals sitzen die liebenden mit dem presi der sein reise sehr klein auspackt und die gläser der dreie klingen auf glückliche vollendung des werkes zusammen über das glottertal sind die blauen schleier des nachmittages hingegossen die bergwelt mit ihren firnen steht weit im kreise still und feierlich in verklärung da haupt an haupt firn an firn am erhabensten die krone josi flüstert binja und ihr weiches dunkles haar streift ihn heute ist es schön wie zu santa maria del lago es ist so schön dass man vor glück sterben könnte da rollt es von der krone dumpf ein seltsames zeichen im herbst wo sonst die gletscher friedlich sind aber man lebt eben in einem jahr wo die natur ausgleicht was der vorausgegangenen schlechte sommer zu viel an schnee auf das gebirge gehäuft hat darum schaffen und donnern die gletscher bis spät ins jahr hinein von dem werk wie es sonst keines im berglande gibt durch den abend nebelflor des herbstes zu tal und hören noch den jauchzenden nachruf josis den anderen tag ist der presi draußen in hospel und unterhandelt mit dem kreuzwirt der bei der ausrechnung mit frau kresenz ein gieriges auge auf den bären geworfen hat und dem eigenen vorteil den fremden verkehr lägen alle kapitalbriefe gegen bargeld an die bank ab inzwischen erlebt aber binja etwas was der mutigen beinahe die letzte hoffnung raubt die magd kommt weinend gelaufen sie macht das kreuz vor ihr und sagt ihr seid eine hexe und haltet es mit dem teufel ich gehe jetzt gleich aus dem haus aber kleofi seid nicht närrisch und binja lächelt ihr gütig seid eine teufelin der kaplan und selbst die alte susi in trämis sagen es und kinder haben ja im teufelsgarten den ring eures ehemaligen verlobten gefunden den ring mit dem ihr euch in der toten nacht dem satan angelobt habt kaplan johannes geht mit ihm durchs dorf alles weiß es es scheint nur dass euer liebster das werk an den weißen brettern selber baue er schafft aber nicht er tut nur so am tag und in der nacht baut es der teufel dafür müsst ihr mit dem satan siebenmal um das bock hier reiten geht kleofi geht da ist euer lohn totenblass steht binja sie hat bei dem kampf im teufelsgarten töni den ring vor die füße geworfen jetzt ist er in den händen des grässlichen kaplans und nun und wird man nicht wie man den ring gefunden hat töni finden sie beißt hilflos in die fingerknöchel warum hat uns denn der himmel vor den kugeln tönis bewahrt wenn josie und ich an einem schein von schuld und am aberglauben des dorfes sterben sollen der garde der mit peter tugy das wasserrad das in die leitung eingeschaltet werden soll auf den bergschafter hat josie das versprechen abgenommen dass er die paar wochen die noch zur vollendung nötig sind an den weißen brettern bleibe er kommt nicht mehr zu tal auch der garde ist im tiefsten herzen überzeugt dass josies werk gut ist aber er kennt die furchtbare empörung im dorf wo er zum guten redet begegnet er höhnischem kalten lächeln und drohendem schweigen die gemeinde horcht nur noch auf den bösen verrückten kaplan johannes eine weile hat ihr allerdings die wohlgemeinte warnung und drohung des pfarrers zügel angelegt aber jetzt knurren die dörfler der alte wagt es nicht uns die kirche zu verschließen wir wollen ihn schon meistern und die weiber hangen an kaplan johannes er hat ein besseres herz für uns als der pfarrer der nichts von unseren alten heiligen sagen wissen will und wenn ein halb vernünftiger noch den ein wurf erhebt man wolle doch nicht so stark zu einem verrückten halten sonst komme man gewiss an ein böses ziel antworten die anderen kaplan johannes ist schon närrisch aber gerade denen die gott etwas geschlagen hat gibt er dafür besondere weisheiten der kaplan johannes sieht und weiß mehr als sieben pfarrer er hat gute zeiten sein bettelsack ist immer voll wo er geht rufen die weiber kommt doch ein wenig zu uns herein johannes klagt ein bauer meine kühe fressen nicht mehr und geben keine milch so antwortet johannes merkt ihr es merkt ihr es das kommt vom teufels salz das ganze tal riecht nach schwefel nun spüren auch die dörfler den geruch in irgendeinem haus ist eine schwere geburt seht ihr flüstern es die frauen einander zu die kinder können nicht mehr zur welt kommen das rührt vom sprengen her die von st. peter spüren es kaum wie der kaplan ein netz des aber glaubens um sie zieht und plötzlich geht die feste sage unter denen von st. peter es sei eine weiße arme seele durch das dorf gewandelt und habe dreimal gerufen o weh o weh am teufels salz stirbt dieser tage jungs und alts so in drei nächten und warum rollen die gletscher im herbst wo sie doch sonst schweigen das bedeutet am letzten weinmonat geht st. peter mit menschen und vieh unter in dem augenblick wo der wasserhammer der neuen leitung einsetzt verlassen die erzürnten armen seelen die krone die firnen fallen mit so schrecklichem donner auf das dorf das das bloße hören schon tötet drei männer nur noch der präsi der garde und der pfarrer und einige stille wie eusebi und peter tugi glauben an josis werk die regierung hat sich übrigens auch nicht ganz von dem werk zurückgezogen wie sie drohte sie meldet sie hoffe die leute von sankt peter haben sich da das werk einen so erfreulichen fortgang nehme wegen des dynamits beruhigt und lade den gemeinderat ein auf den tag der vollendung den letzten weinmonat ein hübsches gemeindefestchen zu ehren josi blatters zu veranstalten sie wolle sich dabei vertreten lassen und ersuche josi blatter dass er die letzten rettenden schüsse auf diesen tag verspare an dem man während im tal die glocken läuten in feierlicher prozession an die weißen bretter ziehen wolle dazu schütteln der garde und der präsi wehmütig und ungläubig die greisen häupter aber es ist gut wenn auf diesen tag jemand von der regierung kommt vielleicht ist dann ein mann der staatsgewalt am nötigsten es wird der tag sein wo in st. peter der aufruhr losbricht denn so sind die leute des tales sie warten in der voraussetzung dass doch irgend noch ein ereignis geschehen und ihre tat überflüssig machen könnte den letzten augenblick zum handeln ab aber dann in diesen tagen der äußersten spannung die durch die stille des dorfes noch unheimlicher wurde sagte der präsi einmal zu binja der garde hat mich gefragt wie denn dein ring der jetzt denen im dorf so viel zu reden gibt in den teufelsgarten gekommen sei ich habe geantwortet du habest ihn töni zurückgegeben und er habe ihn wohl auf der flucht fortgeworfen ist es so ahnungslos fragt der präsi binja aber schwankt vor entsetzen sie wagt es nicht mehr dem vater das grässliche geheimnis länger vor zu enthalten vermehrt die gefahr dass tönis leiche gefunden werde denn die wasser der glotter fließen immer spärlicher und immer klarer und der arme vater darf doch nicht ungerüstet von der entdeckung der leiche überrascht werden zögernd legte sie die hände gefaltet die augen auf den boden geheftet mit leiser und feiner stimme die furchtbare beichte ab als sie erzählt wie sie josi in den teufelsgarten bestellt habe und dann heimlich durch die wetternacht dort hinaus gegangen sei da lodern die augen des präsi noch einmal in alter zornglut auf und mit böser stimme sagt er gotts donner du gibst es mir recht zu schmecken dass du immer ein trotz kopf gegen deinen vater gewesen bist da kommt ja eine höllische Geschichte aus bin ja nimmt seine hand sie beichtet mit dem mut der verzweiflung plötzlich wird der rote kopf des präsi blass weil sie vor ihm in die knie sinkt und schreit so ist gegangen verzeihe mir vater verzeihe mir da zieht er sie mit zitternden armen empor und presst die leichte schöne gestalt seines kindes stürmisch an seine breite brust bini arme bini stöhnt er da ist nichts zu verzeihen du bist den weg gegangen den du hast gehen müssen und es ist geschehen was hat geschehen müssen es ist schicksal seine stimme bricht schluchzend ab und plötzlich fühlt bini wie zwei warme tränen über die wangen des mannes rollen den sie nie zuvor hat weinen gesehen in mächtiger Bewegung halten sich Vater und Kind umschlungen eine Stille waltete in dem Gemach als ginge ein Engel auf leisen Sohlen an den Zweien vorbei so halten sie sich in Glück und Elend lange lange das Leben des Präsi hat durch die beichte Binias einen Stoß erhalten wie noch nie er findet den Mut nicht in der grässlichen Angelegenheit irgendetwas zu tun er klammert sich an die Hoffnung Tönis Leiche würde schon deswegen nicht gefunden weil sie niemand suche ein halbes Jahr ist jetzt vorüber seit die Tat geschehen ist und niemand kümmert sich um Töni mehr ist es nicht bei Unglücksfällen schon häufig genug vorgekommen dass man mit dem größten Eifer die Leichen solcher die in die Glotter gestürzt sind nicht mehr hat finden können entweder lagen sie in den Schlünden der Schlucht verborgen oder der mächtige Wasserschwall des Sommers hatte sie weiter geschwemmt und in den Strom hinaus geführt so mochte es auch mit der Leiche Tönis gegangen sein viel mehr als die Angst vor einer Entdeckung quälen den Präsi die Erinnerungen an Töni das Bewusstsein dass er die Verantwortung für das unglückliche Leben trägt Töni der mir alles von den Augen absah hat gemeint es sei mir ein Gefallen nicht mehr rückwärts gehen können hat falsch geschrieben und es ist gekommen wie es hat kommen müssen dass er ein Schelm und fremd geworden ist daran bin ich schuld das tönt ihm unerführlich durch die Sinne das schrecklichste aber er glaubt nicht daran dass Töni selber in die Glotter gelaufen sei es klingt so unglaubwürdig sein Kind redet es sich nur so ein um nicht in dem Gedanken sie liebe einen Totschläger umzukommen aber der Präsi wagt es nicht sie noch einmal darüber zu fragen nein nein er zittert nur davor eines Tages könnte in Josi doch die Selbstanklage erwachen wie sie in seiner Brust erwacht ist und es würde die zwei die nicht ohne einander leben können trennen ein Fluch des Unglücks ginge dann von ihm und seinen Gewalttaten noch in das folgende Geschlecht hinein das sind der Präsi in entsetzlicher Furcht er glaubt nicht mehr an ein schönes Alter aber wenn er die dunklen Augen Binyas auf sich gerichtet sieht so lächelt er sie mit seinem wärmsten Lächeln an hebt den gebeugten Rücken und meint vor ihr verbergen zu können wie rasch er zusammenfällt und aus den Kleidern schwindet oh es ist rührend wie sich der alte Mann zu verstellen sucht dass Binyas nicht sehe wie er hoffnungslos leidet hoffnungslos nein wenn er sein herrliches Kind sich anschaut wie es mutig und geduldig seine Leiden trägt wie es auf Josi wie auf einen Felsen baut glaubt und hart dann ist auch ihm der Held der Heligen Wasser sei so stark dass er selbst das Ereignis in der Glotterschlucht besiege um den Vater müht sich Binia treu und hingebungsvoll sie sind Tag und Nacht nur darüber wie sie den Gram von seiner Stirn scheuche Kind Herzensvogel sagt er wie bist du mit deinem Vater lieb seine Auswanderungs Pläne hat er aufgegeben in St. Peter hat er gelebt in St. Peter will er sterben steigt Josi von seinem Werk herunter so wird er ihm sagen nimm meine Binia schenke ihr Glück viel Glück zieht fort mein Segen begleitet euch ich aber erwarte mein letztes Stündlein in St. Peter in drei Tagen wird Josi kommen aber niemand wagt auch nur das bescheidenste Festchen vorzubereiten der Handel um den Bären stockt stockt aus scheu vor Frau kräsens aus der Furcht vor dem eigenen Gewissen aus Sorge es könne in seiner Abwesenheit Binia ein Leid geschehen wagt es der Präsi nicht mehr nach Hospel hinaus zu gehen die ganze blinde Wut des Volks aber glaubens hat sich auf das arme Kind geworfen sie erfährt Beleidigungen wo sie geht und wo sie steht und die Dörfler im Dorf noch steigern er hat einen furchtbaren Groll auf die von Sankt Peter aber ändern kann er an der entsetzlichen Lage nichts er vertraut nur auf die heilige Scheu die denn doch jeder im Dorfe hat ein Leben anzutasten nein das tun sie nicht obwohl sie entsetzlich sind in ihrem drohenden schweigen was geschehen mag er wird noch einmal als Präsi auf seinem Posten stehen und so stark sein dass er sie bändigt ja Präsi ihr werdet euch schon noch einmal auf den Posten stellen müssen in Sankt Peter stehen die Dinge böse Ende von Abschnitt 18 gelesen von Eva K. Abschnitt 19 von An Heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 19 Ein neuer Ahornbund ist entstanden furchtbarer als der erste so furchtbar dass ihn niemand auszuführen wagt und jeder zittert vor dem Los das ihn treffen könnte ehe der Hammer an den weißen Brettern schlägt muss zur Rettung Sankt Peters ein Mord begangen sein Josi Blatter der sich gegen den Himmel gewendet hat muss fallen die armen Seelen auf der Krone müssen versöhnt werden in der Nacht halten die Männer seitab vom Dorf unter Wetter Lärchen ihre ernsten Beratungen leichten Herzens tun sie den Schritt nicht jeder ist ganz durchdrungen von dem Gedanken was für eine schreckliche Tat ein Mord ist seit Mattis Juul der fern im Dämmerschein der Sage steht hat im Glotter tale kein Mann einen anderen getötet es ist aber doch besser es falle nur einer nur Josi Blatter der Rebell als dass das ganze Dorf untergehe nicht 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 Josi Blatter ist der Retter von St. Peter sondern der ist es der ihn erschlägt man kann ihn aber nicht erschlagen er ist droben in den Felsen er steht in einem schmalen Gang in dem nur ein Mann auf einmal gehen kann und er ist Herr des Teufels Salzes er ist mit dem Satan im Bund und wenn Hunderte gegen ihn streiten so überwältigt er sie mit einer einzigen Patrone die er nach dem nächsten Stein schleudert die Männer stehen ratlos nur noch zwei Tage dann wird der Hammer von den weißen Brettern schlagen seit man Binjas Ring gefunden hat ist Kaplan Johannes dem Schicksal Tönis auf der Spur warum sind Josi Blatter und Binja Waldisch in der Wetternacht über den Stutz heraufgekommen in der Nacht wo Tönig Rieg geflohen ist warum haben seine Verwandten in Hospel nie die geringste Nachricht von ihm bekommen er klettert Tag um Tag an den Felsen Ufern der Glotter und späht in die Wasser heute hat Johannes in einem Felsenschlund beim Bildhaus an der Grenze von Tremis in dem das Wasser quillt und brodelt etwas auftauchen sehen was ein Bein und ein Schuh sein könnte nein was ein Bein und ein Schuh wie die Männer von ihren heimlichen Beratungen heimkommen herrscht unter den Weibern schon Wehklagen es stehe einer außerhalb der Brücke in der Glotter er strecke den Arm gegen die weißen Bretter und stöhne immer nur der dort oben der dort oben und hinterher seufzte er und bin ja waldisch aber gläubisches Entsetzen füllt das Dorf es ist kein Schlaf in St. Peter nur Beten und Gejammer warum haben wir den Bau an den weißen Brettern zugegeben warum haben wir uns durch den Präsi verführen lassen und dazu die dumpfe Antwort auf ihn und sein Kind mag es kommen in der Nacht sinkt ein dichter kalter Nebel ins Tal ehe der Tag dämmert klopft der Messner schreckensbleich an die Türen ich kann nicht zur Frühmesse läuten es steht einer in weißem Gewand an der Kirchentüre mit ihren Laternen gehen die Dörfler in fest geschlossener Schar zum Gotteshaus es steht keiner an der Kirchentüre aber ein großer Zettel klebt daran sie lesen ihn mit Entsetzen und die Frauen fahren kreischend zurück gerechte bürger bürger von st peter heißt es auf dem blatt ich tönig rieg klage es euch aus den wasern der glotter schreie ich seit dem friedolinstag um ein ehrliches begräbnis in geweihter erde während mein blut sündig an den weißen brettern vermauert wird ihr kennt meine mörder begrabt mich und schafft gerechtigkeit die armen seelen wissen was ich leide und dorf ist ratlos das grauen liegt allen in den gliedern einer raunt es dem anderen zu wenn die toten zu schreiben anfangen dann ist es zeit dass wir handeln da schlarbt kaplan johannes mit ludernden augen heran seht ihr die toten reden was wollt ihr mehr ich will euch etwas sagen aber die zunge soll dem verdorren der satan soll dem ins blut fahren der bevor ihr den mord am rebellen sühnen könnt müsst ihr bin ja waldisch die teufel entschlagen erst wenn sie im blute liegt ist er schwach und leicht zu bewältigen wozu der schrecken wozu das erbarmen lest wie sie töne getötet und sein blut nach der stadt gebracht haben damit man das teufels salz hat bereiten können der erste schuldige ist bin waldisch die tochter des präsi sie müsst ihr schlagen sonst geht sankt peter unter die männer schaudern das tun wir so war uns gotthelfe nicht mann gegen mann so ist in den alten zeiten gehalten worden aber eine jungfrau tötet selbst wenn sie eine teufelin wäre keiner er mag sankt peter unter gehen da rollt der gletscher hört ihr's sankt peter geht unter wehklagen die frauen und der kaplan lächelt ihr könnt die hexe mit weltlichen waffen nicht umbringen die heiligen grab kreuze müsst ihr aus der erde reißen und sie damit schlagen johannes grollen die männer und ballen gegen ihn die fäuste seid ihr der satan der uns ins unglück bringen will eine jungfrau mit grab kreuzen erschlagen das ist unerhört im bergland täten wir das unseren heiligen toten zu leid dass wir ihre stillen gräber schänden so geschehe es uns gerecht wenn unser alter pfarrer uns das gotteshaus verschlösse und die glocken bannte dann müssten wir ja auch zugrunde gehen es gibt ja genug meldungen im gebirge unfruchtbar geworden der sohn hat das beil gegen den vater erhoben wie die wölfe haben sich die bewohner zerrissen und die letzten sich in verzweiflung über die felsen gestürzt kaplan ihr wollt uns zugrunde richten seht euch vor wenn ihr uns schlecht ratet so seid ihr der erste den wir erschlagen da hat der kaplan einen anfall der fallsucht wie er ihn selbst hervorrufen kann er stürzt er zuckt er schäumt er schreit er ist seiner selbst nicht mehr mächtig jetzt redet gott aus ihm mahnt der glottermüller und streckt die gefalteten hände zum himmel was aber johannes spricht ist entsetzlich dünig krieg du musst aufstehen sie müssen einen toten zeugen hören das sankt peter unter geht ja wenn ein toter aufersteht wenn tönigrieg in der glotter liegt so wollen sie dem kaplan glauben und das entsetzliche tun bin ja waldisch die mörderin erschlagen während aber die dörfler auf dem kirchhof noch beraten ertönt der ruf der pfarrer kommt der pfarrer da springt der kaplan auf er will euch überreden eilt an die glotter und seht vor dem bildhaus zu trämis schwimmt tönigrieg in der schlucht halb im alte trostlose Mann ins Pfarrhaus zurück sie haben sich dem bals pfaffen ergeben sie haben sich von der heiligen kirche gewandt wohl an so muss ich mein wort halten kapitel 20 man weib und kind sind durch den nebel des kalten herbst morgens der schon an den winter mahnt über den stutz hinab tal ausge eilt aber kaplan johannes ist nicht mehr bei ihnen sie mögen Toni Grieg selbst suchen das entsetzen wird umso größer sein wenn sie ihn finden der garde weilt beim Präsi Binia retten was auch geschehen sei auf eine blutige Tat darf keine blutige Tat folgen und die Gier des Verrückten trachtet nach dem Kind gebt sie in meine Obhut Präsi ich bürge für sie aber rasch rasch der Präsi spürt die bittere Not der Stunde wohin wollt ihr mit ihr Garde ich geleite sie auf den Berg dass sie zu Josi gehe dort ist sie sicher wenn er will kommt keine Maus in seinen Gang und bis 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 Morgen ist auch schon Mannschaft zum Schutz beider an den weißen Brettern Präsi telegrafiert in die äußeren Gemeinden um Hilfe der Präsi will es tun er kommt kreideweiß aus der Postablage zurück der Draht ist abgeschnitten dann holt Eusebi die Mannschaften ein paar Stunden später sind sie doch da nur ein Verbrechen darf nicht geschehen er mögen unsere Häuser zerstört werden in dem sonst so schwerfälligen Garten lebt und bebt alles die klugen und guten Augen unter den buschigen brauen sprühen Feuer er ist wieder jung ja zu Josi klingt das Stimmchen der erschrockenen Binia fein und traumhaft und ihre Finger spielen ohne dass sie es weiß mit dem Tautropfen den sie aus der Kapsel des Halskettchens geholt hat komm mit mir Vater es ist mir so Angst um dich wir wollen uns nicht trennen sie kniet vor ihm aber er antwortet fast streng heute gehört der Präsi in die Gemeinde das weißt du Kind dann in überströmendem Gefühl geh Binia auf Wiedersehen Herzensvogel grüße mir Josi er reißt sie an seine Brust liebe Bini sollte es anders kommen sollte ich morgen nicht mehr leben doch wenn nur du lebst ich habe einmal einen sonderbaren Traum gehabt aber ich glaube nicht mehr daran geh zu Josi geh in Gottes Namen mit sanfter Gewalt löst der Garde die schluchzende Binia aus den Armen des Vaters Ich will dich führen Binia komm komm Vater und Kind nehmen Abschied wie für die Ewigkeit der Garde führt Binia im kalten dichten Nebel durchs öde Dorf gegen die Alpen empor er redet herzlich zu der schwankenden die doch tapfer geblieben ist und nun Binia fragt er was für eine Bewandtnis hat es mit der furchtbaren Anklage die gegen dich und Josi erhoben wird da beichtet sie dem alten Freund wie sie dem Vater gebeichtet hat Binia sagt der Garde stillstehend und fasst ihre beiden Hände jemand anders als du könnte es mir nicht vorgeben dass der betrunkene Töni selber in die Glotter gelaufen ist aber wenn es einen Menschen gibt dem ich glaube so bist du es denn du hast wo andere gestrauchelt wären immer den Mut der Wahrheit besessen sie sehen sich in die Augen der Garde und Binia oh sie hat es wohl gefühlt dass der Vater ihrer Erzählung nicht ganz vertraute und nun ist sie endlich glücklich dass wenigstens der Garde sie in ihrem tiefen Elend versteht noch zuckt ein Strahl der Hoffnung dass alles gut kommen werde durch ihre Brust da aber taucht Kaplan Johannes gespenstisch aus dem Nebel auf und lacht sein grässlichstes Lachen wir tanzen doch Jungfrau wir tanzen an den weißen Brettern irrsinnige Gier lodert in seinen Blicken ehe der Garde sich auf ihn stürzen kann verschwindet er so rasch wie er aufgetaucht ist im Nebel Binia zittert und der Garde muss sie wohl oder übel noch ein gutes Stück leiten da dringt das helle Tageslicht durch das Grau es liegt unter ihnen eine blasse Sonne scheint durch weiße Wolken über das Gebirge ziehen dunklere Streifen und Bänke her es rüstet zum schneien aber in der Felsen Höhe winkt der sichere Hort fürchte dich nicht Binia mahnt der Garde gewiss geht eher St. Peter unter als deinem Haupt ein Leid geschieht hoch oben Binia geht langsam Schritt für Schritt sie steigt in die fallbeschweigende Einöde sie ist auf der Flucht ihre Lippen zittern zu Josi einen Augenblick noch sah ihr der Garde nach dann wendete er sich in Selbst Vorwürfen der Mensch meint er macht ein Ding gut und er macht es böse es wäre in diesem Augenblick viel wert wenn das Dorf wüsste was für ein Verbrechen Tönig Krieg an Josi begangen hat Eusebi ist auf dem Weg nach Hilfe und der Garde eilt zu den Dörflern hinaus die die Leiche in der Glotter suchen vielleicht bringt er sie im letzten Augenblick zur Vernunft im Bären kämpft ein alter einsamer Mann er kämpft wie der angeschossene Adler der jäher als je zuvor gegen den Himmel steigt er kämpft wie die Forelle an der Angel die auf den Grund des Wassers schießt und sich in Schlamm und Kies verbohrt aber der Adler fällt rauschend in die Hochgebirgstannen die Forelle verliert die Kraft und muss aufwärts steigen der Präsi weiß es er ist der Adler er ist die Forelle seine Stunde ist da er sitzt und betet er blickt über sein Leben er sieht alle seine Missetaten gegen Frenzi und Seppi Blatter gegen die selige Bett gegen Josi gegen Binia und er hat Töni auf dem Gewissen eine furchtbare Angst um Binia überfällt ihn sie ist wohl sicher in Josis Felsenwerk aber er hätte sie nicht gehen lassen sollen in seiner grenzenlosen Verlassenheit gewinnt der alte Traummacht über ihn und er weiß jetzt wer der dritte ist der am Haupt seines Kindes rühren wird es ist der schreckliche Kaplan der den Hass gegen ihn und eine verbrecherische Leidenschaft für das Kind in einer Bluttat ertränken möchte er sollte jetzt der Präsi sein er sollte handeln sollte reden aber die Kraft versagt das Dorf ist totenstill er weiß nicht was draußen an der Glotter geschieht wie Binia ihr Ziel erreicht die Furcht lähmt ihn und kein Mensch kümmert sich um ihn doch die bebende Vroni steckt den Kopf herein und hart den langen Tag als Samariterin bei ihm aus sie kommen so furchtbar lange nicht die den toten Töni bringen Mittag da naht endlich der traurige Zug in dessen Mitte die Leiche auf einer Bahre liegt die Männer des Gebirges haben die Hüte gezogen finster und gemessen schreiten sie und reden nichts noch einmal ist ihr furchtbarer Entschluß den sie nur im höchsten Taumel des Schreckens fassten erschüttert worden denn der Garde hat geredet er hat allen die sehen wollten den falschen entsetzlichen Brief Tönis gezeigt und das Mitleid mit dem der in der Glotter lag ist dahin hätte ihn Josi erschlagen man könnte nichts da wieder haben nein sie können Binia nichts tun selbst das entstellte Gesicht Tönis den man unter unendlichen Mühen aus den Tiefen der Glotter geholt hat gibt ihnen den Mut nicht mehr da ziehen die Sprengschüsse Josis lang hinhallend durch das Gebirge und die Donnerschläge von den weißen Brettern jagen die Furcht neu in die vom Totenfund erregten Herzen die wie unter dem Bann einer höheren Fügung stehen morgen schlägt der Hammer morgen fallen die Lawinen von der Krone morgen geht St. Peter unter die Fäuste ballen sich die Blicke steigen drohend gegen die Felsen empor der braucht wohl noch zu sprengen knirschen in dieser Nacht muss doch noch das Gericht ergehen wohin mit der Leiche auf den Kirchhof die Bahre steht um sie knien im sinkenden Abend die Dörfler von der Freitreppe des Bären schreitet im Sonntags Staat würdig und feierlich der Prisi der den schrecklichen Anfall vom Morgen überwunden hat zitternd doch hoch aufgerichtet steigt er langsam zum Kirchhof empor und scheu geben die Dörfler Raum er zieht den Hut tritt an die Bahre und nimmt die schneeweiße Hand des Ertrunkenen Ruhig und und des Prisi widersprechen sich der Garde schluchzt laut auf oh Prisi was habt ihr gesagt er fällt seinem Freund an die Brust ein unbeschreiblicher Aufruhr entsteht die Dörfler schreien sie spielen Komödie der Garde draußen der Prisi hier sie lügen Josi Blatter und Binia Waldisch sind die Mörder die Führer der Gemeinde sind auch des Teufels und mit ihnen gegen uns verschworen zu diesem Aufruhr kommt von der Kirchentüre herüber ein zweiter ein entsetzliches Geschrei wehe St. Peter wehe wehe wir sind exkommuniziert ein Blitz der in den Kirchhof gefahren wäre hätte die Verwirrung nicht vermehren können wo am Morgen die Schrift des Kaplans hing klebt eine andere der Pfarrer schreibt an die räudige heidnische Rotte von St. Peter im Namen der heiligen Kirche sind die Siegel an dieses Gotteshaus gelegt wer sie bricht der sei einem Selbstmörder gleich geächtet wer am Strang der Glocke zieht der soll die Religion nicht lossprechen in seinem Sterben und wer in der heiligen Erde wühlt soll selbst kein geweihtes Grab finden das soll so lang gelten als ihr nicht mit dem rechtmäßigen Pfarrer Frieden macht und von dem Bals Pfaffen Johannes und seinem Teufels glauben lasst darunter steht das Pfarramts Siegel Die Leiche Tönig Rieks ist über dem Schrecken den die neue Botschaft erregt vergessen Man sucht den Pfarrer man findet ihn nicht In aller Heimlichkeit hat der alte gekränkte Mann das Tal verlassen Einige die an der Glotter standen haben ihn sogar gesehen Da liegt ein Toter der begraben sein sollte und übermorgen ist aller Heiligen dann aller Seelen Kirche und Kirchhof aber sind gesperrt Nun rüttelt und schüttelt das Entsetzen ein ganzes Dorf Die Regierung hat uns ins Elend geführt Unsere alten Vorsteher lügen uns an Die Kirche gibt uns auf Und alles kommt vom Rebellen und der Hexe den Mördern Gut wenn man will dass wir wilde Tiere werden so wollen wir wilde Tiere sein und uns unseres Lebens wehren Der Rebell und die Hexe müssen sterben So rasen die von St. Peter Der Präsi schwankt wie er sieht dass seine Selbstaufopferung nichts hilft davon Die Dörfler beachten es im Aufruhr kaum Der Garde will reden aber ihm antwortet der hundertstimmige Ruf kreischender Weiber und tobender Männer Wir wollen nichts mehr von euch Ihr seid alle Verräter Die neblige Herbstnacht ist hereingesunken Das Grauen wächst Da schwingt sich Kaplan Johannes mit einer qualmenden Kienfackel auf die Bahre und beleuchtet das zerwaschene Gesicht des Toten Der Ruf läuft durch die dunklen Gruppen Wir haben niemand mehr der sich unser erbarmt als Johannes Kaplan führt uns sagt uns was sollen wir tun Der Schwarze lächelt höllisch Er schlagt die Teufelin und den Rebellen Sie ist bei ihm an den weißen Brettern Ich öffne euch den Weg Da ruft der alte Greise Peter Tugi Er gebt euch nicht in die Gewalt des Schwarzen Ihr werdet es bereuen Im gleichen Augenblick aber ertönt ein seltsames klirrendes Geräusch durch den Kirchhof Alle erschaudern Wahnsinnige Weiber haben die ersten Kreuze ausgerissen Die Männer knirschen dumpf Jetzt können wir nicht mehr zurück Vorwärts also Wir müssen Totschläger sein Das vom Entsetzen gerüttelte Dorf rüstet sich zum schrecklichen Auszug an die weißen Bretter Die Grabkreuze klirren durch die Nacht Hinter Kaplan Johannes der das Kreuz Seppi Blatters an sich gerissen hat und den Weg mit seiner Kienfackel beleuchtet zieht die heulende betende Schar die sich der Hölle ergeben hat Sie hat aber das Dorf kaum verlassen da rühten sich die nächtlichen Nebel und schon rennen die ausziehenden Schreien zurück Es brennt in St. Peter Feurio Feurio Die unbestimmt in die Nebel flutende wogende wachsende Glut reißt alle ins Dorf zurück Vielleicht ist es unser Haus Vielleicht ist es unser Vieh das verbrennt Jammern sie Es scheint durch die schwelenden Nebel als stehe das ganze Dorf in Flammen Fluchend sieht es der Kaplan wie seine Herde die Kreuze von sich wirft und zu ihren Häusern rennt Wie die erschrockenen aber zurückkommen brennt der Bären steigen die Lohn schon prasselnd durch das Dach in die Nebel empor Der Bären das alte schöne Haus der Stolz von St. Peter das Wahrzeichen des Dorfes brennt sie stehen erschüttert davor und ihre erste Eingebung ist retten helfen das Gewissen für die bürgerliche Pflicht erwacht wie aber einige zur Kirche hinauf eilen und die Sturmglocken ziehen wollen prallen sie wieder an die Siegel des Pfarrers es brennt und man darf nicht läuten die Verzweiflung packt das Dorf die Leiche Tönig Rieks die noch auf dem Kirchhof steht steigert das Entsetzen das Brandlicht fliegt über sie und gibt den Zügen einen Schein des Lebens Wer hat den Bären angezündet ein Voreiliger vom Haarhorn so redet ihnen das schlechte Gewissen ein Wo ist der Präsi wenn er im Haus verbrennte einige beherzte steigen in den Bau er ist nicht darin da predigt von der Kirchhof Mauer herunter der schwarze Kaplan der schrecklich im Schein der Flammen steht mit seiner hohlen Grabes stimme meine fromme Gemeinde dich rufen heilige Repflichten wir müssen Teufels Töter sein folgt ihr mir so wird zu aller Heiligen ein erlösendes Wunder für alle geschehen die mit mir sind folgt ihr mehr nicht so seid ihr um Mitternacht schon in der Gewalt des Feindes der Präsi ist auf dem besten Tier nach Hospel geritten und bietet die äußeren Dörfer gegen uns auf er hat das Haus angezündet um uns aufzuhalten das erste glauben die Dörfler das letzte nicht denn zu sehr hat der Präsi sein schönes Heim geliebt das Entsetzen steigt Mord und Feuersbrunst in der Gemeinde und morgen militärische Besetzung oder Untergang dazu den Zorn und die Strafen der Kirche Der Brand dem man nicht wehrt wirft seine rauschenden Funkengaben auf das Dorf Frauen und Kinder flehen die Männer auf den Knien an dass sie das Dorf retten der Garde mahnt mit Tränen in den Augen zur Vernunft endlich endlich arbeitet die Feuerspritze er kommandiert Wasserstrahlen fliegen auf die Kirche und die nächsten Häuser die Nacht ist windstill die riesige Lohe des Bären verfließt wie eine feurige Wolke im Nebel die gewaltigen Mauern halten stand aber aus den berstenden Fenstern zischen die Flammen und zerstören die alten Jagdtrophäen am Dachgebälk und prasselnd fällt das graue Bärenhaupt auf die Straße und zersplittert aus dem Erdgeschoss ist einiges gerettet worden und nun schreit Belzi der Wein der Wein lasst uns doch den Wein holen erdringt mit einigen Burschen in den Keller sie wälzen die Fässer auf die Straße und da man sich wegen der steigenden Hitze zurückziehen muss zum Kirchhof hinauf die flaschen krüge becher und gläser kreisen wenn doch St. Peter untergehen muss grölen die Männer so wollen wir noch trinken zum wohl zum wohl ein grässliches bild der brand nimmt schon ab die gefahr für das dorf ist vorbei der bären ist ein riesiger glühender ofen auf dem kirchhof aber beraten die trunkenen zwischenbetenden frauen und schreienden kindern was sie jetzt anfangen wollen einen augenblick ist es als siege die vernunft der garde und noch einige haben sich auf den kaplan geworfen haben ihn gefesselt und wollten den tobenden abführen da fliegt eine nachricht herbei die den letzten funken der besinnung löscht wir sind verraten die wehrfähige mannschaft der vorderen dörfer ist im anzug sie sind schon an der brücke sie helfen dem rebellen sie sind gegen die von st. peter die bestürzten bitten drohen sie kämpfen sie machen den gebundenen kaplan johannes mit gewalt frei er allein kann uns jetzt helfen rufen sie er aber schreit das grab kreuz seppiblattas wieder ergreifend vertraut mir ihr frommen zu aller heiligen erlöse ich euch alle denn ich bin nicht kaplan johannes wie ihr meint sondern ich bin st. peter euer schutzpatron ich richte unter euch meine kirche ein und wer in den himmel kommen will folgt mir der helle wahnsinn steht in den augen des schrecklichen der sein grab kreuz schwingt die hälfte der dörfler weicht über die gotteslästerung entsetzt von ihm zurück wir haben uns einem narren ergeben stammeln sie zwanzig dreißig frauen aber die noch in furcht und entsetzen an ihn glauben scharen sich um ihn eine zahl männer ahmen das beispiel nach doch viele unter ihnen verhalten sich schweigsam und drohend wir gehen mit knurren sie finster denn nach allem was sich ereignet hat können wir nicht mehr zurück aber wenn er uns ins unglück führt ist er der erste der fallen muss sieges gewiss lächelt der wahnsinnige kaplan kommt kommt ihr getreuen an den weißen brettern wird sich das glück der gemeinde erfüllen auch ihr peter tugi der garde der den mut verloren hat sagt es traurig und vorwurfsvoll garde erwidert der junge man wenn josi oder bin ja ein herrchen gekrümmt wird so kehre ich nicht zurück zu meinen kleinen mich schämt das leben an wenn er untergehen soll der mich gerettet hat der zug der verzweiflung zieht während es leise zu schneien beginnt in die nacht umsonst hat der garde noch einmal geredet jetzt sitzt er still in seiner wohnung und weint über seine verirrte gemeinde vroni steht tröstend bei ihm aber ihr ist Todesangst um bin ja die alte sage eusebi kommt so lange mit der hilfe nicht da horch gleichmäßige taktfeste schritte von männern schallen von der straße die sich mit dem pflaum des fallenden schnees bedeckt in guter ordnung rückt die waffenfähige mannschaft der äußeren dörfer in st. peter ein die befehle tönen ruhig durch die nacht im haus des garten atmet man auf aus grimmiger not wo ist mein man eusebi zuensteinen fragt vroni die ankommenden mit dem ersten zug der unsrigen ist er vor dem gehen antworten die männer draußen im lande weiß man es das werk josie blatters ist gut mit denen von st. peter aber die man schon lange als harte abergläubische köpfe kennt muss man scharf rechnen sie haben mit dem was heute geschehen ist die ehre des ganzen berglandes beleidigt dass josie blatter der held der heligen wasser ein mörder sei will niemand glauben dass die von st. peter sich unter die anführung des verrückten kaplans stellten den man als einen gemeingefährlichen vagabunden kennt dass sie nach dem leben eines durch seine rechtschaffenheit und schönheit bekannten mädchens trachten erfüllt die mannschaft mit solcher wut dass die führer mühe haben sie von unüberlegten taten gegen die dörfler zurückzuhalten morgen wird und den pfarrer über den plan derer von st. peter unterrichtet und empört wenn den zwei liebenden ein leid geschehe wehe dann dem dorf nun aber sind die männer enttäuscht in st. peter brennen nur wenige lichter wo sie eintreten treffen sie nur betende frauen aber keinen mann der auskunft über die ereignisse des tages gäbe endlich greifen sie einen auf den betrunkenen beltsi der in seinem rausch den schrecklichen ahornbund verrät sie sperren den gefesselten in die gemeindescheune da bringen einige von jenen die mit eusebi an die weißen bretter empor gestiegen sind auf einer notbare von tannenreisern einen mann die erste falsche nachricht sagt es sei josi blatter der erschlagen worden sei aber es ist der präsi der machtlos röchelt wohin mit ihm fragen die träger in mein haus erwidert der erschütterte garde und wie er in das gesicht seines freundes blickt da weiß er dass er einen vor sich hat der nicht mehr lange leben wird auf dem weg zu seinen Kindern ist der präsi hilflos zusammengesunken da liegt er nun in der kammer des garden aber er kann nicht sterben mein Traum stöhnt er mein entsetzlicher Traum dazu die alte sage dass eine jungfrau bluten muss ehe St. Peter von der Wasserfrohen erlöst ist garde seht ihr nicht meine arme Bini blutet in schrecklichen Gesichtern lebt der Sterbende ich kann nicht selig werden es sei denn ich wisse meine Bini mit Josi glücklich und dass er unschuldig ist nur kein Fluch von mir in ein folgendes Frenzi macht es mir nicht zu streng der Garde hält die Hand des bebenden selbst ein unglücklicher Mann fühlt er verzehrendes Mitleid mit ihm und tröstet o Präsi es leben allerdings mächtige Wahrheiten in den alten Sagen in Träumen wohnt tiefer Sinn aber glaubt eine Vatertreue wie die eure vermag die verhängten Schicksale zu brechen es wird euch vor Gott groß angesehen sein dass ihr euer Kind in dem Augenblick wo ihr seiner bedurftet dahin ziehen ließet wo seine Sicherheit und sein Glück liegen dass ihr die Folgen einer unglücklichen Stunde vor dem erregten Volk selber tragen wolltet dass ihr eure letzte Kraft dahin wandet wo ihr glaubtet eure Kinder hätten eures Schutzes nötig Präsi gebt die Hoffnung nicht auf so tröstet der treue Freund feierlich und unablässig und zitternd horcht der Präsi der Garde der es spürt wie das Leben seines Freundes schwinden will sagt ihr habt mehr getan um sie zu retten habt ihr das Haus das euch lieb war wie euer Leben in in brand gesteckt bekennt es nur aber der sterbende verzerrt sein gesicht und knirscht mit tiefem kummer sieht es der garde sein freund ist noch der alte Präsi er würde wenn er seine Kinder nicht mehr sähe mit einem schrecklichen geheimnis ins grab steigen und auf st. peter den verdacht der brandstiftung ruhen lassen bekennt ihr fragt der garde wenn Josi und Binia unversehrt durch diese türe treten da schluchzt der Präsi aber er schweigt Josi und Binia sind unschuldig es kann ihnen nichts geschehen jetzt nicht und vor Gericht nicht ich werde mit ihnen kämpfen sie müssen glücklich werden die so viel gelitten haben so mahnt und tröstet der garde und aus seiner vollen Brust strömt der Glaube in die Brust des Präsi über ergebungs- und erwartet er während seine pulse schon schwächer und schwächer gehen die Botschaft von den weißen Brettern ehe er weiß wie es sich an den heiligen Wassern entschieden hat kann er nicht sterben Ende Ende Abschnitt 19 Gelesen von Eva K. Abschnitt 20 von an heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer wieder mechanisch aus Dann blickt sie wieder zurück in die Nebel Vater Vater Die Kindesliebe zieht sie zurück doch sie geht wieder vorwärts Alle ihre Regungen sind aber fast nur Traum und die Stimmen sonniger Vergangenheit reden lauter in ihr als die Gegenwart Zu viel hat sie gelitten und leidet sie noch Da erreicht sie die Stelle wo die heiligen Wasser vom Geröll auf die weißen Bretter übergehen Ein seltsamer Gedanke kommt ihr In ihrem Schutz kann mir und Josi nichts geschehen aber die alte Sage sie bebt wird sie für Josis Werk sterben müssen sie wandelt durch den Felsengang da glänzt tief im Hintergrund ein Licht Josi er meißelt am Boden hingekniet und sieht sie nicht Josi schreit sie er fährt auf und lässt den Hammer fallen Bini er umarmt sie im flackernden Grubenlicht sieht er nicht wie bleich sie ist Bini dich hat in dieser Stunde Gott zu mir geführt Engel du kommst um mein Werk zu segnen die Leitung vollendet sich schau durch dieses Bohrloch blitzt von drüben schon der Tag in seinem abgezehrten Gesicht sieht sie eine fast überirdische Freude sie schluchzt Josi der Kaplan Johannes hat in der Glotter Tönigrieg gefunden mein Leben ist im Dorf verwirkt meine letzte Zuflucht bist du sie legt ihre kleinen Hände in seine großen Arbeitsharten und neigt ihr Köpfchen auf seine Schulter und weint bitterlich da küsst er sie auf den Scheitel sei ruhig liebes Bineli du weißt es ich habe Tönigrieg nicht zu fürchten mit uns ist die Wahrheit sei nicht so traurig wie du eins zu mir so sage ich heute zu dir glaube vertraue das Glück wird doch noch wahr er steht vor ihr im voll gefühl des vollendeten werkes und nun ertönt ihr kleiner Schrei Josi mein Held Binia geht es wundersam bei Josi dem starken manne der ihr milde zulächelt sinkt alles schwere was sie erlebt hat wie ein wüster schwerer traum von ihr ihr ist an seiner seite könnte sie einem ganzen schwarm von feinden entgegen gehen und selbst wenn alle so grässlich wie Kaplan Johannes wären würde ihr kein Leid geschehen mit glänzenden Augen schaut sie Josi an hast du Mut Bini lächelt er zeige es mir ich wäre glücklich wenn du mit deiner lieben hand die letzten schüsse entzünden wolltest das wäre mir ein größeres fest als wenn morgen die Regierung nach St. Peter käme und mich unter Glockengeläute vom Berg holte wozu das für dich ist ja gebaut und getan weihe es Binia Sein ermunternder Blick ruht auf ihr er schiebt die Patronen in die Löcher und setzt die Zünder an hier und hier hier und hier da und da demütig und mutig nimmt sie die Lunte und legt sie an die Zünder die leise zu Summen beginnen zurück so weit ich dich führe und sei stark Binia Josi zählt jetzt es kracht ein Donnerwetter geht durch die Felsen als ob das ganze Gebirge stürzen müsse jauchzend reicht Josi Binia die Hand Gott segne den neuen Lauf der heligen Wasser die blutfrohen ist gelöst über das Nebelmeer unter ihnen rollt der Hall und rollt zurück der Rauch zieht an ihnen vorbei und durch das Tor herein das sich geöffnet hat glänzt ein Schein des Abendrotes das über Tremis steht mit wuchtigen Hieben glättet Josi die Stelle doch nach einiger Zeit sagte er zu dem Mädchen das am Rand des Wasser Grabens kauert und ihm bewundernd zuschaut für heute Feierabend Bini dir zu ehren da wird sie wieder etwas ängstlich oh Josi wir sollten fliehen wir sind selbst hier oben nicht sicher es ist mir es geschehe schreckliches in St. Peter sie drängt sich schmeichelnd und schutzsuchend an den strahlenden Mann fliehen ich fürchte mich nicht vor denen von St. Peter und den Vater verlassen wir nicht Bini Oh mein Vater mein armer Vater Nein Geld lieber Josi wir verlassen ihn nicht wir wollen wieder zu ihm niedersteigen fleht sie sie Bini antwortet er tröstlich wir haben einen geraden Weg den müssen wir gehen bevor die Wasser laufen scheiden wir nicht von den weißen Brettern bevor wir wissen ob der Vater nicht doch mit uns kommen will gehen wir nicht von St. Peter und bevor ich mich nicht vor dem Gericht vor jedem Verdacht wegen Tönig Krieg gereinigt habe wirst du nicht mein Weib dann aber Glück zu mein Herz lieber reiner Tautropfen weich und demütig erwidert sie dein Weg ist mein Weg Josi in weltferner Einsamkeit hoch über den Menschen halten sie Feierabend über dem grauen Nebel der Tiefe der wie ein See in die Berge gegossen liegt geht der Tag zur Rüste sie sehen nicht und hören nicht wie unter ihnen in St. Peter der Aufruhr braust sie sehen auch die Sterne nicht denn Schneewolken ziehen schwerer und schwerer über das Gebirg zwischen lauter Wolken sind sie mit ihrer und zu und und in unendlicher Treue hangen ihre Augen an ihm rede nicht so Bini erwidert er sanft nein wir wandern ins Leben du und ich wir wollen unserer Liebe im Frieden froh werden und schaffen bis es Abend ist ins Leben wiederholt sie traumhaft er streichelt ihr dunkles Haar müde lässt sie das Köpfchen an seine Brust sinken lange Leiden fordern Auslösung und sorglich bettet er die in einen bleiernen Schlaf versunkene in die Felsen Ecke das Feuerchen flackert und beleuchtet zwei friedliche etwas sonderbares weckt Josi aus seinem halben Schlummer ihm fehlt in der Morgen frühe das leise Klingen der Glocke von St. Peter und plötzlich erinnert er sich dass er es auch am Abend nicht gehört hat nun wird er doch unruhig ist in St. Peter so schlimmes geschehen dass der alte Pfarrer seine Drohung wahr gemacht hat besorgt zündet er in das Gesicht der schlafenden Binja sie lächelt innig im Traum und von ihren Lippen zittern die Worte die Vögel sie fliegen über Land und Meer schlafe armes Kind das so viel erduldet hat schlafe das rauschen der Wasser das schlagen des hammers mag dich wecken er geht leise davon er schreitet sein werk ab im schein der lampe legt er da und dort noch hand an er setzt am äußeren ende der leitung das kleine zierliche Wasserrad an das den Merkammer treiben soll es schneit ruhig und feierlich die Flocken fallen leis und weich ins morgengrauen und tiefe stille walltet ringsum da ist ihm doch er höre stimmen aus der tiefe und klirrende töne aber so unbestimmt dass er nicht klug daraus wird was er hört er wandert rasch die ruhig schlafende Binia im Vorbeigehen betrachtend das ganze Werk zurück er lenkt den Auslauf kennel am Eingang der Felsen vom Abgrund zurück und hinein in die neue Leitung eilig strömen die Wasser da horch stimmen schwellen im schneegestöber eine schar gestalten die sonderbar genug grab kreuzet tragen männer und weiber tauchen gespenstisch in den flocken auf er erkennt den schwarzen kaplan er hört die hohe stimme des glottermüllers wir müssen sie tots schlagen ehe das rad geht vorwärts josi stellt sich ruhig einige schritte vor dem eingang seines werkes auf aber seine hand langt in die tasche und seine augen funkeln die schar steht vor ihm halt oder ich sprenge euch allesamt und sonders in die luft hoch aufgerichtet eine dynamit patrone in der erhobenen hand donnert er es ihnen entgegen die männer stutzen aber kaplan johannes ruft die heiligen kreuze sind stärker als das teuflische salz und er will mit dem erhobenen schweren grabkreuz in wahnsinniger wut auf josi los da geschieht etwas entsetzliches aus dem felsengang stürzt binja sie stürmt an josi vorbei sie läuft unter das erhobene kreuz des kaplans sie schreit flehentlich schlagt mich kaplan aber tötet meinen josi nicht schon saust das kreuz gegen das junge schöne hauptherr nieder und josi schreit binja in todesnot da sinkt der kaplan selbst er stöhnt unter den fäusten peter tugis der ihn im letzten augenblick niedergerissen hat einige der verdutzten männer machen miene dem schwarzen zu helfen aber jetzt ist josi neben der in die kniegesunkenen blassen binja er hält in finsterer entschlossenheit die patrone hoch und sein funkelnder blick hat den stein schon erspäht an den er sie schleudern könnte die waffen weg oder ihr fliegt schreit er ein furchtbarer augenblick ein mann gegen einen schwarm einzelne der gestalten tauchen wie gespenster verschwinden in das schneegestöber zurück die schwarzen kreuze und scheiter fallen in den weißen reinen schnee nur der glottermüller mit einem kleinen häuflein steht noch aber sie wagen keine tat da horch der hammer schlägt er schlägt rasch und rascher laut und lauter und rings im gebirgskreis bleibt es still die lawinen fallen nicht es schneit nur leise und feierlich die letzten kreuze sinken aus der tiefe tönt der ruf josi wir kommen josi halte aus die hilfe ist da es ist eusebi der ruft und durch den schnee blitzen schon waffen und wehr wie peter tugy die erlösenden zurufe hört lässt seine faust etwas von dem sich windenden kaplan der kann entfliehen und springt in gewaltigen sätzen bergwärts hinter ihm die letzten kreuzträger um josi der die halb ohnmächtige binia im arm hält und peter tugy den freund steht die entsatz mannschaft und eusebi zuensteinen vergießt die hellen tränen der freude dass sein schwager gerettet ist josi dankt peter auf den knien für die rettende tat wer wer sollte es besser wissen josi erwidert tugy was du für sankt peter getan hast als ich andächtig horchen die hundert männer dem schlagen des hammers und schütteln josi und binia die hand ein sonderbarer zug bewegt sich in dem fallenden schnee talwärts in der mitte geht josi nicht wie ein held sondern wie ein geschlagener er weiß es er muss mit binia und binia schluchzt herzzerbrechend aber dass sie noch gehen kann ist ein wunder wer ist der größere josi der die blutfrohen von sankt peter genommen hat oder der präsi der vater der bis in den tod für sein kind gekämpft hat ja ja arme bienen ruhige jahre werden dir nun wohltun denn zuletzt verliert auch der stahl seine biegsamkeit und bricht wüsteten bären josi ist bereit noch heute den gerichtsbeamten die schon eingerückt sind rede und antwort zu stehen das paar tritt in die wohnung des garten es sinkt an bett des präsi man hat ihm die fenster öffnen müssen damit er das schlagen des neuen hammers an den weißen brettern hört seitdem ist er ruhig und nun richtet er sich auf vom lager er schluchzt die dünnen tränen fließen über seine abgehärmten wangen seppi blatter fränzi ihr habt mir es nicht so streng gemacht und josi wenn du wegen da antwortet josi nein vater ich bin frei von schuld tönigrieg ist zehn schritt vor mir gestürzt garde ich habe den bären angezündet spricht der präsi laut dann murmelt er und sankt peter habe ich lieb gehabt seid glücklich josi bini einen blick unsäglicher liebe noch wendet er auf das paar er sinkt zurück und der todesengel schwebt durch das haus kapitel 22 ein trauerspiel im bergland was die von st peter getan haben erscheint dem bergvolke selbst erscheint der welt unbegreiflich das dorf wollte den schlagen der ihm die größte wohltat erwiesen hat den es mit ehren wie seinen erlöser feiern sollte unbegreiflich als ob der wechselruf phosianer und kreuziget ihn nicht die jahrhunderte herab durch die blätter der geschichte jauchzte und klagte als ob es nicht bis in die blühende gegenwart hinein der beispiele genug gäbe wo nicht nur ein kleines weltfernes dorf dorf sondern große mächtige gebildete völker sich unter dem druck eines zwangsgedankens verwirren und eine weile den weg der vernunft nicht finden können als ob die gestalt des bösen narren des kaplans johannes der hetzend die dunklen regungen der volksseele missbraucht nicht überall auf der lauer stehe um seinen bettelsack aus der allgemeinen verehrung zu füllen und seine nächtliche seele in den bildern des schreckens schwelgen zu lassen in bebender zerknirschung liegt st. peter jahrhunderte hat sein völklein unter dem donner der lawinen friedlich und still gelebt geschlecht um geschlecht hat männlich getragen was eine übermächtige natur an gefahren und blutenden opfern über sein dasein verhängte im schoß des stillen lebens blühten innige sitten und bräuche die wunderblume der sage hielt ihre kelche offen und atmete ihre düfte aus da führte ein feuerkopf die unruhe die hast einer neuen zeit in die enge des tales in die schmalheit der volksanschauungen die dörfler sahen was eltern und alt fordern groß und heilig gegolten von einem schwarm leichter menschen der kein verständnis für ihr eigenartiges fühlen besaß missachtet in den stimmen der lawinen hörten die geängstigten den zorn des himmels reden und siehe da die wunderblume der sage vergiftete ihren duft in fleisch und knochen schlich sich von einem geheimnisvollen narren vertragen das fieber des aber glaubens die stimmung ist vorbereitet da geschieht das unfassbare dass einer vom dorf das verhängnis lösen will das wie gottes züchtigung darüber schwebt da ereignet sich das schreckliche dass ein verborgener mord so glaubt das völklein ans tages licht kommt eine tragische folge der umstände schaltet alle hemmungen der vernunft aus so hat das entsetzliche geschehen können zwei abgesandte der regierung an der rettenden leitung schlägt von einem fest zur einweihung des werkes spricht niemand eine unheimliche stille brütet über st. peter mächtiger als die ernsten patrouillen die das dorf auf und abschreiten spricht es in die gewissen dass das schöne alte haus zum bären in schwarzen ruinen aus der weißen feierlichen schneelandschaft ragt st. peter ist ohne den bären nicht mehr st. peter wer hat die flamme hineingeworfen in der gemeinde scheune halten die herbeigeeilten gerichtsbehörden an einem tisch die verhöre zu denen ihnen der verrat belzies die unterlagen bietet mit finsteren trotzigen minen kommt bauer um bauer und antwortet auf die fragen dass er kreuze aus dem kirchhof ausgerissen hat gibt jeder zu den ahornbund aber verrät keiner und keiner nennt den brandstifter die untersuchungsbeamten aber bestehen darauf dass es irgendeiner vom bunde sei und halten den verdacht auf den presi für eine ausflucht sie fassen einen heißen groll gegen das verstockte dorf und drohen mit langen einquartierungen auf kosten der gemeinde da tritt erschüttert der garde herein ich kann euch die untersuchung erleichtern keiner von denen die ihr verhört habt hat den bären angezündet das hat ein vater für sein kind getan ich sage es euch im auftrage des presi peter waldisch der soeben gestorben ist oh die die da sitzen und die not eines dorfes schreiben sie haben den presi schon gekannt den gewalttätigen mann der die anderen alle um hauptes länge überragend nie klein gewesen in seinem zorn aber auch so groß in seiner liebe dass ihm die tat wohl zuzutrauen ist sie sprechen bewegt immer war er der presi sich selbst getreu bis in den Tod in der enge der berge wo der gewaltige mann überall anstieß hatte er werden müssen wie er war in der welt aber wäre er nach kopf und herz ein großer geworden denn kernholz aus dem das volk seine starken führer schnitzt war an ihm von der sohle bis zum scheitel während sie noch flüsternd dem toten presi ihr kränzlein winden tritt Josi blatter an den tisch und wünscht wegen tönig riek verhört zu werden ruhig und fest erzählt er den hergang im teufelsgarten ruhig und fest antwortet er auf die kreuz und quer fragen die gesichter der untersuchenden die zuerst wohlwollend auf den helden der heligen wasser blicken werden ernst die darstellung klingt unglaubwürdig ihr besteht darauf dass es nicht totschlag in notwehr war ich bestehe darauf ihr habt das werk an den weißen brettern nicht zur sühne gebaut nein meiner braut bin ja waldisch zu ehren ihr verzichtet auf die alt gebräuchliche rechtswohltat die seit mattes jul denen zugebilligt wird die für die heligen wasser an die weißen bretter steigen ich verzichte josi steht es geht nicht anders unter der anklage in notwehr tönigrieg erschlagen zu haben aber wenigstens so hart sind die männer des gerichtes nicht dass sie ihm eine haft auferlegen sein ehrenwort sich der untersuchung immer zur verfügung zu halten genügt kaplan johannes ist nicht zurückgekehrt von seinen eigenen anhängern zuletzt in die enge getrieben hat er sich auf die felsen geflüchtet die vom neuschnee schlüpfrig waren er ist gestürzt und erst im frühjahr hat man seinen zerschmetterten leichnam in einem abgrund gefunden während der untersuchung über die vorfälle in st peter die mehrere tage in anspruch nimmt ist der alte pfarrer zurückgekommen und hat seine siegel von der kirche genommen st peter kann seine toten begraben heute in aller stille tönig rieg morgen in herzlicher trauer den präsi der den dörflern nie bewunderungswürdiger schien als in seinem tod man hat die kreuze und scheiter des kirchhofs gesammelt und wieder in die gräber gesteckt der pfarrer hat sie neu geweiht und wie nun die glocken zum begräbnis des präsi wieder erklingen da geht ein aufschluchzendes weinen der zerknirschung doch auch neue lebenshoffnung durch das dorf am schluss der grab predigt sagt der alte pfarrer ich weiß dass auch ich schuldig bin und euch nicht hätte verlassen sollen und vor den behörden der kirche will ich für euch um ein gnädiges Urteil bitten ich lasse euch als Vermächtnis meiner amtstätigkeit die ich niederlege die schlüssel zum gottes haus und den glocken zurück hoffentlich für ewig eine junge starke kraft möge euch besser führen als es mir altem kraftlosen manne gelungen ist langsam schreitet der prozess es ist als könne sich das arme dorf nicht mehr erheben aus seiner schande als müsse es daran zugrunde gehen wie aber vor dem volk des die gestalten josi blatters und tönig rieks durch die untersuchung in immer schärferen umrissen erscheinen wie der gefälschte brief tönis bekannt wird wie man den leidensgang und die hohe treue der liebenden erfährt da fliegen ihnen alle herzen zu der gerechte sinn des volkes erwacht selbst wenn er eine tat des zornes begangen hätte spricht das volk müsste er freigesprochen werden sie wäre gottes gericht über den schuft es ist aber keine tat des zornes geschehen und für josi und binja spricht mit glühendem feuer der garde der ehrenmann des dorfes der in aller verwirrung wie ein fels des rechtes dargestanden ist tausend umstände zeugen für das paar im winter noch steigt josi ein paar mal zu seinem werk empor prüft es vollendet noch da und dort etwas sobald er aber das gerichtliche verfahren hinter sich hat will er mit binja über das meer ziehen und in einem fernen erden winkel glück und vergessen suchen eines tages aber erhält er den besuch seines freundes Felix indergant nicht mehr von beate dagegen redet er josi herzlich zu ziehe nicht fort josi siehe wer zwischen den bergen geboren ist findet nur zwischen den bergen das volle lebensglück wir beide haben es erfahren wie öde und leer das herz in der fremde bleibt das deckt alle liebe nicht zu tue es deiner herrlichen braut nicht an das bergkind würde in der ferne rasch welken komm wenn du doch nicht zu st. peter bleiben magst zu uns ins grüne oberland ich will ein gütchen für dich erhandeln dort lebe in meiner nähe und sei glücklich mit deinem weib josi geht die warme rede seines freundes zu herzen er willigt ein endlich wie schon die ersten frühlingsblumen blühen ist der gerichtstag für ihn und die von st. peter da das landvolk ist wie an einem markttag auf der fahrt in die stadt die tribünen des gerichtssaal sind gefüllt und zweimal entsteht eine mächtige bewegung unter den zuschauern das erste mal wie eine hoheitsvolle jugendliche gestalt in tiefer trauer als zeugin vor die schranken tritt manchmal wenn ihre liebe zu josi vor der menge zur sprache kommt erbebt sie blutwelle um blutwelle geht über das feine gesicht und hilflos fragt sie ja muss ich das auch sagen auf manche harmlose fragen antwortet sie in so heißer scham dann mit einem blitzenden wahrheitsmut dass die schauer der ergriffenheit durch den zuschauerraum gehen der garde von st. peter hat recht flüstert sich die menge zu bin ja waldisch kann keine unwahrheit sagen und dann wie ein eben eingetroffener brief aus indien zur verlesung kommt josi blatter über den sie mich gerichtlich anfragen hat sich in fünf jahren als ein mann ohne das geringste falsch bewährt er ist so fest und treu wie ihre berge und die wanken nicht sie würden eine schmach auf ihr land laden wenn sie ihm nicht vollen glauben schenken und einen makel auf ihm ruhen ließen george lemmy oberingenieur der britischen regierung in indien ein stündchen später ist der volle freispruch da ein kleiner schluchzender schrei bebt durch den saal josi mein held und hunderte schluchzen mit und ein jubelruf pflanzt sich fort durch die straßen der stadt so geht ihr nun ins oberland ihr viel geprüften sagt der garde der mit froni und eusebi dem paar die hände reicht wenn zwei glücklich werden können auf dieser wandelbaren erde so seid ihr es ihr heißen herzen von unwandelbarer treue auch st. peter hat keinen bösen tag die richter wissen dass es jetzt nicht gilt das arme verirrte von einem wahnsinnigen verführte dorf für das der alte ehrwürdige garde mit tränen in den augen bittet noch tiefer in unglück und schande zu drücken sondern zu beruhigen und zu versöhnen sie legen leichte strafen auf die grabschänder und willig tragen die dörfler das verhängte maß wie ein reinigendes gewitter haben der böse tag und seine folgen auf die von st. peter gewirkt ein jahrhundert nicht so geändert und geweckt wie der sturm und sonderbar wie sich das urteil über den toten presi gewendet hat seinen einst zu verhassten namen nennt man in st. peter in glühender ehrfurcht vor dem frommen glauben der bergleute hat nicht peter tugi der jüngere im letzten augenblick den schlag des kaplans vom haupt binjas gewandt nein aus dem alten fluch dass eine jungfrau über der befreiung st. peters von der wasserfrohen an den weißen brettern sterben müsse hat sie die aufopferung des presi gerettet indem er selber in den tod ging schützte er das leben seines kindes und bewahrte das dorf vor einem noch entsetzlicheren unglück als ein held erlösender vatertreue steht er im gedächtnis des berglandes sogar sein werk die ein führung des fremden verkehrs in das tal ist nicht unter gegangen ein jahr stand der bären als eine ruine da dann kam denen von st. peter die ruine und die ruhe der sommer die man so geliebt hatte wie eine anklage vor die gemeinde wünschte dass das haus von einem tüchtigen wirt wieder aufgebaut würde die fremden falterten darauf wie eins alten sagen spricht niemand mehr gern wie man die schönen einst geliebt hat verabscheut man sie in einem tal des oberlandes aber lebt ein junges ehepaar in halber verborgenheit und tief im frieden nach einigen jahren indes findet doch ein kleiner zug von männern an ihre spitze hans zuensteinen der alte garde und der jüngere tugi der neue garde den Weg in den winkel des glücks die männer drehen vor josi blatter und seiner schönen jungen frau verlegen die hüte und der alte garde spricht josi blatter es ist vieles anders geworden in unserem dorf aber den rechten frieden und die rechte freudigkeit haben wir noch nicht es ist uns sankt peter sei noch nicht ganz aufgerichtet solange du und bin ja uns fehlen wir wissen dass dein rechen haben dich gestern die hundert zwanzig bürger von sankt peter einstimmig zu ihrem presi gewählt denn ich bin alt und den ämtern nicht mehr gewachsen wir brauchen einen starken aufrechten man josi versage uns die freude und ehre nicht die anderen bestätigten die warme rede so ist es wir bitten dich josi will antworten aber er kann nicht er geht zur türe hinaus in einer stillen ecke schluchzt er hört ihr es vater mutter ich euer verachteter bub presi von sankt peter wie er sich aber gefasst hat und den männern sein nein entgegen bringen will da fällt ihm bin ja um den hals josi ja wir wollen nach sankt peter zurückkehren dessen kinder wir sind und wo die gräber der eltern liegen ich stelle mich zu den männern mit einem ja wort ziehen sie in sankt peter waltet josi blatter seit vielen jahren als presi in stärke und weisheit das dorf hat sich vollends aus seiner schande erhoben es blüht unter seiner führung und unter dem segen des guten beispiels das die feine binja den frauen von sankt peter gibt die blutfrohen an den weißen brettern der lostag die schreckensarbeit des kennenlegens tönt einem jungen geschlecht wie eine sage ins ohr und langsam verrosten in der kapelle zur lieben frau die unglückstafeln das werk jusis hat sich bewährt die wildleutlaue mag donnernd gehen die heligen wasser fließen sie rauschen und spenden segen ende von abschnitt 20 ende von an heiligen wassern von jakob christoph her gelesen von eva k d when heiler man is an sır her an d